So, hallo Freunde, da sind wir. Ich weiß nicht, ob der Herr Schattenmacher schon bei uns ist. Ich habe den Eindruck, ist der nicht. Ja, ist der wohl. Oh, alles klar. Hey, cool. Das hat ja wunderbar geklappt, Mensch. Ich kann hier deinen Avatar nicht sehen, weil ich halt einen Videoanruf gestartet habe. Du musst den Streaming über das Video verfolgen, was ich dir gerade zusende, ne? Ja, ja, hier, das Discord-Ding. Genau, genau, genau. Manche, ne? Einige sagen, Hörni ist so einer. Die gucken dann beim Livestream vorbei und da ist halt eine dicke Verzögerung drin und dann checken sie halt gar nichts. Wunderbar. Hallo, lieber Schatti, wie geht's dir? Halt, nein, warte. Wir fangen kurz hiermit an. Bevor ich dich frage, wie es dir geht, fangen wir an mit der Abzocke, die wir hiermit auf ein neues Level heben. Schatti hatte folgenden Vorschlag gemacht. Schatti würde ganz gerne möglichst auf das ganze Video reagieren. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass wir das schaffen werden. Zumal wir es ja hier mit Schatti zu tun haben. Ja, ich erinnere da an das Gespräch damals zwischen Schatti und Gunnar Kaiser. Ich will einen ehrlichen Versuch wenigstens starten. Also, dass am Ende hier Erwin nicht sagen kann, wir haben nur zehn Minuten über das Ding geredet. Also, wenn wir da jetzt irgendwie über zwei Stunden ordentlich drüber geredet haben, dann haben wir schon eine Menge Ideen ausgedrückt. Und das soll miteinander reichen. Aber ja. Ja, meine Idee wäre die gewesen, dass wir hier halt so weit machen, wie wir kommen und du machst den Rest dann in einem Video. Farbe Distanz. Aber wie gesagt, das ist mir völlig egal, wie du das machst. Wir machen das jetzt hier. Ich setze das nicht in zwei Teilen auf. Und wenn Erwin danach reden will, können wir das auch mit Erwin besprechen. Also, dann sind alle zufrieden. Hier wird genug Punkte gemacht werden. Ich habe ja ungefähr im Kopf, was ich sagen will. Und dann, ja, dann können wir vielleicht irgendwann einen Livestream mit Polytopia aufsetzen. Alles klar. Naja, Livestream wird schwierig. Der Erwin schuldet mir noch eine Entschuldigung und mehrere Zugeständnisse. Aber gucken wir mal, was als nächstes passiert. Nee, ich meine, das muss das nicht beinhalten. Ich kann jetzt auch allein zu Kasper gehen. Ich weiß ja nicht, was ihr für eine verbrannte Geschichte habt. Es scheint ja viel, viel Gewicht mit rumgetragen zu werden hier. Ja, bei Kasper bist du übrigens schon. Aber ist egal. Lieber Schatti, warte ganz kurz. Also, jedenfalls war dann Schattis Vorschlag und der ist wirklich gut gewesen. Wir machen zu Anfang einfach gar keine Superchats. Ich habe das jetzt auf 1000 Bits hochgesetzt. Ja, wer das unbedingt annehmen möchte, bitte mach das. Wir reagieren jetzt gleich auf Erwin. Und wenn wir damit durch sind oder so weit sind, dass wir sagen, da kommt jetzt nichts mehr Neues oder so, dann würden wir sagen, alles klar, die letzte halbe Stunde, Stunde, je nachdem, ja, setze ich dann die Bits wieder runter. Und dann kann jeder hier seine Meinung äußern. Wir lesen alles vor und so weiter. Und bis dahin wollen wir möglichst, wie mein Prof damals sagte, harte Arbeit am Begriff hier verrichten. Und, ja, fand ich eine elegante Lösung. Du musst dir jetzt zustimmen, Schatti. Sonst stehe ich nämlich da, als wenn das meine Idee. Ich will ja auch das Twitch-Bauerntum jetzt nicht in materieller Verödung darben lassen und so viele Fragen wie möglich beantworten, aber es ist ja schon wichtig, dass wir auch über die Sache sprechen. Ja. Ja, und das kommt in letzter Zeit oft zu kurz. Da mache ich dann einen viereinhalb Stunden Stream und da sind dann anderthalb Stunden oder so harte Arbeit am Begriff und der Rest ist letztendlich Superchats. Was mir Spaß macht, das Problem ist halt nur, ich glaube, die Zuschauer haben am liebsten eine Reaction auf irgendwas. Gut, ich mache kurz die drei, vier Sachen, die jetzt reingekommen sind, Schatti. Dann führe ich kurz den Erwin ein und dann legen wir auch schon los. Ist das in deinem Sinne? Ja, führe er ein. Wunderbar. Also, Mikey loves Jiu-Jitsu, elfter Monat. Vielen, vielen Dank. Übrigens, heute habe ich die Werbung ausgeschaltet. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen bezüglich der Werbung, dass die Nervenwürde und so, das kann ich alles verstehen. Ich finde das hochgradig asozial, dass Twitch auch Werbung anzeigt, wenn man abonniert hat, wenn es denn ein Prime-Abo ist. Das kann ich leider nicht ändern. Hier wurde auch gesagt, das macht wohl gar nichts aus, diese Werbung. Also, die bringt auch finanziell überhaupt nichts. Ich habe das heute überprüft. Und bei mir ist das so, pro Stream sind das irgendwas zwischen 10 und 20 Dollar, die da als Werbeeinnahmen hinzukommen. Das braucht nun wirklich kein Mensch. Das Problem ist natürlich für mich wiederum, ich animiere die Leute zu abonnieren, wenn hier halt sonst Werbung läuft. Aber wir probieren jetzt hier, das wird ein weiterer Pilotversuch, auch ohne Werbung auszukommen. Die ist ausgeschaltet. Keiner sollte heute Werbung angezeigt bekommen. Also, Mikey loves Jiu-Jitsu, elfter Monat. Vielen, vielen Dank. Ich verfolge dich schon seit einer ganzen Weile, aber du hast mich nie unter deinem Bett bemerkt. Spaß beiseite, ich verfolge... Guck mal, ich habe mir das falsche Board auf. Spaß beiseite, ich verfolge dich seit den Zeiten von ehrenvollen Geschöpfen wie Raik Rechnet Anders oder Sausern Staatsministerin für Dingsbums Schäbi. Ja, das waren hervorragende Zeiten. Es gibt Leute, die sind noch länger dabei. Die verfolgen mich seit Martin Lejeune und ganz, ganz wenige dann noch länger. Ich glaube, Lejeune war so ein bisschen der Durchbruch. Mikey loves Jiu-Jitsu, schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Also, ich gucke dich, ich gucke dich seitdem du hier das... Also, du hast früher doch ins Mikrofon reingeschrien und die ganze Übersteuerung hattest. Das mache ich heute, ja. Ja? Das war noch frühe Zeiten. Das war noch frühe Zeiten. Oh ja, da habe ich selber ein bisschen drunter gelitten, aber die Wut musste raus und ich bin froh, dass ich heute schreien kann, ohne dass es irgendwas übersteuert. Ja, wahrscheinlich die beste Anschaffung meines Lebens gewesen im Zusammenhang mit Technologie. Ja, dieses Mikrofon hier. Blazu, 8. Monat, vielen, vielen Dank. Endlich wieder Hass. Der Donnerstagabend kann starten. Ja, ich hoffe, du wirst viel Spaß haben. Jemmy, 1987, 19. Monat. Vielen, vielen Dank. Uff, wie die Zeit vergeht. Du sagst es, mein Lieber. Pfulsk, 1.000 Bits. Ja, das war ein Earrape. Ich höre schon. Ich habe das gerade runter geregelt. Vielen, vielen Dank. Pfulsk, er sagt, Liebe geht raus, Liebe geht zurück. Vielen, vielen Dank. Schalikde verschenkt ein Sub. Vielen, vielen Dank dafür. Deutscher Wolfsburger, 10. Monat. Vielen, vielen Dank. Moin, Kasper. Ich habe gestern meine Diagnose vom Arzt bekommen. Die Diagnose Asthma ausgelöst durch die Impfung oder Corona. Das ist eine geile Diagnose, Alter. Also, da kannst du dir gar nichts von kaufen. Und ich nehme an, Asthma ist immer chronisch oder was? Also, du hast jetzt Asthma. Dann erst mal mein Glückwunsch. Und ja, tut mir leid. Also, scheiße gelaufen. Übrigens auch interessant. Ich meine, wir sind mittlerweile alle so weit, dass wir wissen, was hier Sache ist. Aber vor zwei Jahren wäre das noch ein Unding gewesen, zu behaupten, wird es das durch die Impfung oder durch Corona. Weil man sollte ja meinen, dass dir nur eins passieren kann. Also, wenn du geimpft bist, dann, so hieß es. Ich möchte daran erinnern. Zu Anfang hat die Bild getitelt, ich glaube, schon mit der ersten Dosis. Ist man auf Jahre geschützt? Pustekuchen. Mein Beileid. Deutscher Wolfsburger. Bipun, 13. Monat. Vielen, vielen Dank. Ja, Moin, ihr Abzock-Ens. Ich wollte fragen, ob ihr mitbekommen habt, dass Erwin auf Schatti reagiert hat. Also, ja, natürlich. Genau darauf reagieren wir jetzt. Kasper, bitte rappen Sie den nächsten Satz. Hass. Hass. Wir brauchen Hass. Was geht denn, Alter? Ich hoffe, das war zu deiner Zufriedenstellung. Vielen, vielen Dank. Bipun. Gerxian, 14. Monat. Vielen, vielen Dank. Grüße an Schatti. Grüße zurück. Andi, neun und... Bitte? Nein, nein. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Was machen die Leute hier eigentlich auf Twitch? Also, ich habe nämlich gestern, ist meine Twitter-Teilpline wieder irgendeine Twitch-Sort gespielt worden. Und ich frage mich natürlich, was machen die hier? Also, es gibt ja wohl eine Menge Leute, also, das ist ja ein bekanntes Phänomen oder sowas, die streamen dann angeblich? Also, was ist das? Pornografischer Inhalt? Das ist doch hier nicht erlaubt, oder? Oder was machen die dann die ganze Zeit? Naja, das ist ja die Sache. Reagieren wir auf Dinger? Nein, 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 die reagieren auf gar nichts. Du hast diese... Ich kann das jetzt hier nicht live zeigen. Ich kann vielleicht ein Standbild zeigen. Das sollte wohl erlaubt sein. Nein, also, Amaranth ist zum Beispiel gerade online. Das ist die größte Nummer überhaupt in diesem Business. Und du siehst, die schläft gerade. Die hat hier gerade einen Stream zu laufen und sie schläft. Du kannst sie hier sehen. Ich zeige euch heute ein paar Seedings. Top-Notch-Qualität und Content. Also, Mann. Aber, Schatti, das gucken sich gerade 6.800... Achso, ihr könnt es nicht sehen, weil hier die Visage von... So, da könnt ihr das sehen. Ja, 6.842 Leute gucken sich gerade die schlafende Amaranth an. Ja, mach mal lieber wieder weg. Man darf hier doch nicht schlecht über andere reden. Ich will ja auch nicht schlecht über sie reden. Um Gottes willen, ich finde das großartig. Die hat die Abzocke wirklich nicht inhaliert, sondern sie hat sie verinnerlicht. Ja, und weiß, die macht das, glaube ich, ganz natürlich kommt das. Ja, diese Abzocke, die läuft. Ja, und das ist mir ja... Also, von mir aus kann man das Abzocke nennen. Die Leute machen halt, was sozusagen die Incentives ihnen vorgeben. Aber wer guckt sich das an? Also, auch jetzt mal, wenn du jetzt nicht gerade im Stream schläfst. Diese unglaublich verdünnte Scheiße, bei der es um nichts geht. Wer guckt sowas? Schatti, du stellst die richtigen Fragen. Du hast doch überhaupt nichts zu sagen. Ja, aber wer guckt denn so einen hirntoten Scheiß, den du sonst bei RTL präsentiert bekommst? Da sind ja auch Programme bei, wo du dich fragst, wer guckt das eigentlich? Ja, okay, das ist halt Hintergrundgeräusche. Wenn die Leute ihr Leben leben, damit sie sich nicht so allein fühlen. Das ist so ein bisschen wie den Fernseher anders, damit der Hund nicht durchdreht. Aber, also, sag mal, auch wenn ich hier rumarbeite und eine langweilige Aufgabe erfüllen muss, dann höre ich mir immer noch was an, was ich mir gerne anhöre. Also, auch wenn ich da jetzt nicht in jeder Sekunde hineinhöre. Den Geist formen. Ja, genau, irgendwas, was mich zumindest entertaint, was lustig ist. Also, ich habe da eine enge Auswahl an Anlingern. Ich höre mir jetzt nicht irgend... Also, ich kann mir zum Beispiel diesen... Über den geht es ja auch noch. Hassan Abi und sowas. Oder Walsh. Also, jeden Tag streamen und jeden Tag wirklich... Ach, nee. Ohne diese Vorbereitung, diese wirklich verdünnte Suppe und diese repetitiven Scheiß aushauen, kriege ich nicht hin. Ja, ich meine, es gibt ja Leute, deren Content besteht aus, haha, guck mal, was der für blöde Sachen von sich gibt. Und dann kommt dann Windows-Absturz. Der ist mit aller Leute, die das jeden Tag machen. Wenn du jeden Tag Content bringst, ist das scheiße. Weil du nicht so viel Originalität bieten kannst. Ich kann... Niemand kann das. Wenn ich es nicht kann, kann es kein anderer. Ach so. Ja, du hast völlig recht. Aber nochmal, du sagtest gerade, ne, Hintergrundgeräusche, man fühlt sich vielleicht nicht so alleine. Du, ich glaube, es geht bei einigen dieser Streamer um, dieselbe Geschichte. Dann gibt es ja dazu noch eine Community. Das heißt, du kannst dich da im Live-Chat gleichzeitlich austauschen. Ey, glaub mir mal, nachdem du die 20. Folge, ähm, Dekal-Dent oder so gehuckt hast, da kennst du dann auch ein, zwei Namen. Also du hast dann irgendwie was zu tun. Ob du dabei, ähm, letztendlich dümmer wirst, ist natürlich eine andere Frage, ne? Ja, ich werde vor allem gelangweilt. Es geht so um nichts. Und dann, wie gesagt, diese Reaktion, das ist ja nicht die, also die ganze Zeit, also ich meine, jetzt zum Beispiel gerade habe ich mir auf Bitshoot gefunden die ARU-Videos von 2019. Die gucke ich mir zurzeit an. Weil das halt irgendwie, aber wenigstens erzählt der was, ja? Das ist, das ist ja so halb, das ist ja nicht geskriptet, aber zumindest geschnitten. Das ist viel dichter. Da kommt wenigstens mal, das ist die Joke-Dichte und die Dichte des, das ist auch ein bisschen repetitiv, aber das ist okay, wenn das im Hintergrund läuft, ja? Aber zumindest ist da nicht die ganze Zeit, äh, äh, und dann geht für 10 Minuten wieder nichts und dann, ha, guck mal, was er da gesagt hat. Ja. Also, weil den Leuten einfach nichts mehr einfällt. Ja, ja, genau. Ich bin da, ich bin da ganz bei dir. Ganz kurz nochmal, liebe Freunde, die alle jetzt erst zugeschaltet haben, die Abzocker hat das nächste Level erreicht. Shati hatte folgende Idee, wir machen am Anfang einfach gar keine Superchats oder halt so wenig wie möglich. Darum ist das jetzt auf 10 Euro hochgesetzt, also auf 1000 Bits. Und wir machen erst mal den Content, den wir hier abarbeiten wollen. Und wenn da noch Zeit ist, also bis 22 Uhr so, wenn alle Dämme, äh, reißen, dann bis 22.30 Uhr haben wir Zeit. Ist am Ende noch Zeit, dann setze ich die Kosten für den Superchat massiv runter und dann kann dir jeder nochmal seine Meinung äußern. Wenn du, dass wir Zeit haben, tatsächlich auch, ähm, uns um Erwin zu kümmern. Gut, ich mach kurz weiter, wo ich stehen geblieben bin. Andy89x, zweiter Monat. Vielen, vielen Dank. Schickt ein Emoji, was ich nicht entziffern kann. Ich danke dir vielmals. Ultimaya Zolkin verschenkt zwei Subs. Vielen, vielen Dank dafür. Hommel, dritter Monat. Vielen, vielen Dank. Servus. Danke für die Werbung für meinen Twitch-Channel. Gerne nachher Raiden, wenn möglich. Ich hoffe, ich werde daran denken. Wenn nicht, bitte nachher nochmal dran erinnern. Ja, meinetwegen sehr, sehr gerne. Dann haben wir Delly79, 19. Monat. Vielen, vielen Dank. Na, abend, ihr Lieben. Schade, kann leider nicht live dabei sein. Freue mich schon morgen auf die Aufzeichnung. Euch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, Delly79. Oh Gott, darf man hier Namen von Ich mach es besser nicht. Cock, Punkt, Punkt, Punkt. Nee, Coke, Punkt, Punkt, Punkt. Slime. Ich bin hier extra vorsichtig, Freunde. Für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Das ist immer noch so laut. Ich habe es nochmal ein bisschen runtergeregelt. Ihr für Inflationsbrot. Vielen, vielen Dank. Filmempfehlung. Died suddenly. Ja, ich habe es schon bekommen. Da kursiert gerade ein Trailer auf Twitch, den ich mir noch nicht reinziehen konnte. Aber ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Es klingt erstmal sehr interessant. Also grob, worum es geht, das weiß ich. Vielen, vielen Dank. C, Punkt, Punkt, Punkt. Slime. Thunderdown. 16. Monat. Vielen Dank. Avocado, Leute. Und guten Abend zusammen. Eine herzliche Avocado zurück. Ich danke dir vielmals. Warrior Monga verschenkt. 10 Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind gleich durch. Danke doch mal Warrior Monga XX Hommel XX nochmal für 2000 Bits. Vielen, vielen Dank. Genug mit der billigen Werbung für mich. Mein ehemaliger Produktionsleiter hat sich selbstständig gemacht mit handgeschmiedeten Damaststahlmessern. Bitte bewirb ihn politisch absolut stabil. Und dazu kommt dann ein Link von groß.com. Von groß.com. Das hier soll ein stabiler Mann sein, der offensichtlich qualitativ hochwertige Messer fertigt. Ja, also wer Tomaten professionell schneiden möchte zukünftig, der möge bitte bei von groß zu schlagen. Ich selber kenne die Produktlinie hier noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, hierfür Qualität bürgen zu können. Oh ja, bei den Preisen nehme ich mal an, da steckt auch Qualität drin. Ja, hier das Küchenmesser massiv. Zum Beispiel mit einem edlen Holzgriff. Was ist das für eine Holzsorte, lieber Schatti? Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe nur das Messer. Ich meine, das wollen wir mal Vollbild machen hier. Pocobolo, Hartholz aus Mittelamerika. Also man kann ja sagen, was man will. Das ist ein hübsches Messer. Ja, bitte gerne zu schlagen bei von groß. Der gefaltete Stahl. Also da hast du eine harte und eine weiche Stahlsorte. Die legst du übereinander und dann wird die ein paar Mal gefaltet. Du kannst das ja auch bei den Schichten, dann gehen wir nochmal auf das Startbild zurück. Also auf das, genau. Da kannst du einzelne Schichten sehen. Genau, dadurch entstehen dann die Schichten und das gibt dem Messer dann mehr Elastizität, glaube ich, oder also wie gesagt, die Härte und es wird versucht, dann zwei Stahleigenschaften zu verbinden. Das macht die Messer gut, soweit ich weiß. Ja, soweit ich weiß. Dann wird das halt auf Säure behandelt, damit man die Linien ganz toll sieht. Also das ist sicherlich eine Menge Aufwand und sieht gut aus. Das tut's, das tut's. Also schaut vorbei bei von groß. Vielen, vielen Dank, XXHommelXX. Live der glückliche siebter Monat. Vielen, vielen Dank. Hi ihr beiden. Heute schaffe ich es leider nicht, euch zuzuhören. Und das, obwohl der Großmeister der Schatten da ist. Da blutet mir das Herz. Danke für eure Arbeit. Liebe geht raus. Live. Vielen, vielen Dank, lieber Live. Und, gute Nachrichten, Schatti, wir sind auch schon fertig. Und das heißt, wir können loslegen mit der harten Arbeit hier. Ich fülle mal an zu 10 Erwin ein. Erwin, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Der ist ja auch ein bisschen ein Rechter geworden. Der Typ, also... Ja, der hat sich doch zerstritten mit dem ganzen Lilly-Lager. Das wird ja noch häufig vorkommen. Also dem linksliberalen Lager. Ja, also ich frage mich, mit wem der eigentlich nicht zerstritten ist. Also, ich glaube, dass er bei uns sehr viel willkommener wäre, als zum Beispiel in einem Livestream von Dekalent. Als zum Beispiel bei, wie heißt dieses fürchterliche neue Format, Grabenkampf oder Grabenkämpfe, bin mir gar nicht sicher, von Dekalent, wo die Impfzwillinge mitmachen, wo Sally mitmacht, alle Gendern übrigens, bis auf der eine Impfzwilling, der macht das bisher noch nicht. Da ist, ähm, Prototope, glaube ich, ähm, ja, wird als Feind gesehen. Ja, ich hab mir jetzt ein paar, ich hab mir ein paar Grabenkämpfe-Reaktionen angesehen, irgendwie bei, bei, bei Schlomo und Gabagandai oder sowas. Äh, ich muss schon sagen, äh, da hat Prototope tatsächlich im letzten, äh, sein, positiv überrascht mit seinem letzten Antwort an mich, da ging es wenigstens mal um was. Also wenigstens wurden jetzt mal irgendwie Punkte behandelt. Also das, der Rest kommt mir immer so ein bisschen vor wie diese Mo-Amsung oder wie, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Diese Schwarze da von, von dem Öffentlich-Rechtlichen. Mo-Amsung, Alter, darum wollte ich eigentlich heute rebacken. Das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe im Fernsehen. Ja, der krankeste, Schatti, die sagt halt gar nichts. Da wird geschnitten ohne Ende, solange sie diesen Affen da vor sich zu stehen hat, der, der offensichtlich einen leichten Dachstern hat. Er lässt die doch schön reden und schön sein Blödsinn da erzählen. Und da gibt's nochmal längere Sequenzen. Und sobald die da Selner zu sitzen hat, ist da andauernden Katrin. Die stellt eine blöde Frage. Selner setzt gerade darauf an, eine Antwort zu präsentieren. Wird mittendrin unterbrochen. Macht weiter, wird unterbrochen. Wir sind bei der nächsten Frage. Es ist grauenhaft, grauenhaft, was da abgeht. Letztes auf Twitter dieser Clip von hier KenFM. Ja, fürchterlich. Und KenFM fragt sie, sagt, du bist ja der I. Und sie sagt, was? Du sagst, ich bin schwarz? Bin ich das? Aber auch diese blöden Fragen die ganze Zeit. Ja, bin ich das? Also, es ist schlimm. Es tut weh, das zu sehen. Ja, genau. Und genau das war eigentlich Prototypias letzter Stream nicht. Also, da ging's wenigstens. Es ist inhaltlich auf die Punkte hingegangen. Ich denke, die inhaltlichen Punkte verdienen eine Menge Kritik. Und ich gehe da nicht mit den Punkten d'accord. Aber wenigstens ist das mal sowas wie eine Diskussion um ein Thema herum. Also, wenigstens ist das nicht die ganze Zeit nur, okay, der Typ hat jetzt zu 10 Minuten was gesagt. Das ist völlig egal. Wir müssen jetzt unsere Worte, was er alles ist und warum er schlecht ist, abarbeiten und dann zum nächsten Thema übergehen oder den nächsten Schnitt machen oder sonst irgendwas. Also, ich denke ja, die Debattenkultur in diesem Land ist tot zu einem Grad, dass es kaum auszuhalten ist, sich das, was übrig geblieben ist, noch anzusehen. Ich meine, das kann dem Umstand geschuldet sein, dass dein Video, wie das häufiger bei dir ist, durchaus philosophisch angehaucht ist. Wenn du da jetzt präsentiert hättest, also, machen wir mal so. Wenn du da irgendwas sagst, ja, du sagst ja, Shit zu Lefty ist das Video, glaube ich, und du erläuterst da so ein paar Dinge. Angenommen, zu der Erläuterung wäre es notwendig gewesen, jetzt zum Beispiel mal kurz für 20 Sekunden die Kriminalstatistik zu behandeln. Sei dir mal sicher, darauf wäre Erwin nicht eingegangen. Mit den philosophischen Dingen, die nimmt er gerne an. Er hat auch ein paar Dinge, wie gesagt, kommen wir ein paar Kasschen-Statistiken vor, die ich jetzt nicht explizit erwähne, die sie implizit erwähne sozusagen. Da hat er ja auch nicht gut genug darauf reagiert, aber das kommt ja gleich. Ja, mag sein. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Erwin gerade jetzt halt nicht mehr so in den Kreisen der Macht ist. Dann ist es halt einfacher, gute Argumente zu machen, wenn du gerade weit von der Macht entfernt bist. Weil dann musst du gute Argumente machen, mehr hast du ja nicht. Wenn du hier, Mo, Asum machen sowas, brauchst du gar keine Argumente machen. Du kriegst dein Geld auch so. Ja. Und es ist eigentlich nur, es ist nicht hilfreich, sozusagen, wenn du ein Argument machst und es scheiße ist. Also, wenn du ein gutes machen könntest, schön. Aber was hat dir zu gewinnen von einem schlechten Argument? Dann lieber kein Argument und ein guter Schnitt gesetzt. Ja, da stimme ich dir zu, Schatti. Okay, ganz kurz zur Einführung von Prototypen. Also, meine, ihr kennt ihn alle. Ja, wir haben uns da noch mal verhandelt. Aber das fand ich ganz witzig. Und das zeigt einmal eher, dass Erwin, einmal mehr, sorry, dass Erwin ja auch ein bisschen einer von die Rechten ist. Er hat hier allen Ernstes den Volksverpetzer quasi kritisiert. Denn der Volksverpetzer feiert die Rewe dafür. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Wow, das ist ein Statement. Ey, Wahnsinn, Freunde. Was jetzt kommt, ist der helle Wahnsinn. Ja, Rewe beendet mit sofortiger Wirkung die Kooperation mit dem DFB, weil diese selbst das minimale Zeichen der One-Love-Binde aufgegeben haben und einfach gar kein Zeichen mehr für Menschenrechte setzen. Und Erwin stellt das hier gegenüber. Der macht hier uns den Argo-Nerd mit einer Pressemeldung von Rewe von vor offensichtlich drei Monaten oder so. Rewe hatte bereits im Oktober dem DFB kommuniziert, den langjährigen Partnerschaftsvertrag nicht weiterführen, äh, sorry, weiterzuführen. Dies ohne inhaltliche Verbindung zur Weltmeisterschaft. Nach den aktuellen Entscheidungen der FIFA sowie den Aussagen von FIFA-Präsident Infantino. Allerdings sieht sich das Unternehmen aufgefordert, sich in aller Deutlichkeit von bla 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 zu distanzieren und so weiter. Also, das Ding sollte sowieso auslaufen. Und man nutzt jetzt halt für so einen PR-Stunt den Umstand, dass die da nicht mit einer Binde aufgelaufen sind, um eine gelbe Karte zu kassieren. Generell das Thema, ähm, Schatti, sorry, bleibt hier gerade irgendwas am Hals hängen. Ähm, ich kriege einen Kurzreiz, Alter. Die Idioten kommen da an, dann gibt es diese Riesendiskussion, die scheiß Binde. Beim ZDF wird dann in der Berichterstattung noch vor dem Spiel über diese scheiß Binde gesprochen. Fäser sitzt dann mit der Binde. Wir reden nicht mehr mehr über scheiß Fußball, Alter. Ja, und dann verlieren diese Spackus 2 zu 1. Ich meine, Gott sei Dank, ja, meine Glückwünsche an Japan. Danke, ich liebe euch dafür. Besser wäre nur noch ein 8 zu 1 gewesen oder so ein Scheiß. Oder ein 15 zu 0 am besten noch. Ja, und ich bete zutiefst, seid ihr nicht böse, wenn ihr Fußballfans seid, aber ich bete zutiefst, dass sie das nächste Spiel wieder verlieren. Ich bete zutiefst, dass die jetzt drei Spiele in Folge verlieren und dann sind sie raus. Besser könnte es nicht laufen. Denn wenn ich scheiß Fußball gucken möchte, dann möchte ich Fußball gucken und nicht darüber belehrt werden, wie das denn so ist mit Minderheitenrechten oder so einem Scheiß. Ja, ihr könnt das übrigens sehen bei der NHL. Ich hab das nicht bei der NHL, bei der NFL. Ich hab das in einem alten Video drin. Das gegen Raik Anders. Raik Anders, Rassenhetzer heißt es, glaube ich. Da blende ich euch die Statistik ein zur NFL und wie das so war mit diesen politischen Statements, die plötzlich undauernd von den Spielern gemacht werden mussten. Ja, wie Knien und Zinn gegen Rassismus und so einen Scheiß und wie die Zuschauerzahlen dann eingebrochen sind. Das ist ein Zusammenhang, den ich da erkenne. Und das sehen wir jetzt zum zweiten Mal. Jetzt, ja, aktuell ist es ja noch so, man kann sagen, Deutschland hat 14 Uhr gespielt, ist das scheiß Uhrzeit. Warten wir mal das nächste Spiel ab. Ich glaube nicht, dass die an Einschaltquoten wie bei der letzten WM oder EM rankommen werden. Und ich hoffe es auch. Es gab es ja schon in den Zahlen, glaube ich, habe ich auf Twitter zumindest gesehen. In Brasilien 2014 war das Eröffnungsspiel noch 15 Millionen Zuschauer, in Russland war es 10 Millionen und jetzt sind es 6 Millionen. Und auch wenn wir die Fußball-Bundesliga angucken, der Stadienbesucherrekord, also das ist jetzt, der Stadienbesucherrekord ist 2010 erreicht worden. So, und seitdem geht es eigentlich bergab. Und das liegt zum einen an der Politisierung, aber das liegt auch an der, sag ich mal, Entseelung des Sportes durch Kommerzialisierung. Also das ist ja, dafür steht der Katar auch relativ symbolisch, ja. Aber das ist halt, ja, die Leute bauen ab, was mal Kultur ausgemacht hat und was immer ein bisschen Lokalität beinhaltet und erwarten dann, dass sie ewig sozusagen dasselbe Ergebnis aufrecht erhalten können. Aber ich fürchte, wenn die Leute nie irgendeine Verbindung zu diesem Verein spüren, ja klar, es gibt ein paar große, sozusagen leuchtende Idole, die das vielleicht noch überleben, aber die allgemeine Begeisterung nimmt ab dazu. Ja, ich meine, völlig zu Recht, wenn ich sage, wenn die WM läuft, dann möchte ich scheiß Fußball gucken. Und ich bin nicht mal Fußballfan, aber das würde ich trotzdem. Schatti, ich rede hier safe für 90 plus Prozent der Gesellschaft. Die wollen diesen Scheiß, also ich nehme es sogar an, ein Teil derer, die voll woke sind und so, die würden sagen, ja eigentlich, also wenn ich Fußball gucken will, dann eigentlich Fußball. Selbst von denen würde es einen kleinen Teil geben. Aber der größte Teil der Gesellschaft ist ja nicht woke. Die wollen erst recht mit dieser Scheiß in Ruhe gelassen werden. Es ist echt traurig. Übrigens, die Einschaltzahl, ich habe es nicht mehr ganz genau, aber für das erste Deutschlandspiel aus Deutschland die Einschaltzahlen waren bei der WM in Russland ungefähr 21 Millionen Zuschauer aus Deutschland offensichtlich und jetzt waren es 6, irgendwas. Ja. So grob waren die Zahlen. Okay. Das ist aber auch, ja die Leute lassen sich es aber auch viel bieten. Also, zum Beispiel jetzt, es gab ja diese ganze Kritik mit den Menschenrechten und so was. Also, selbst wenn die Leute jetzt Bock auf Fußball hatten, die lassen sich das dann auch dann auf diese Weise sozusagen ein bisschen madig reden, ja. Also sagen die, die Presse gibt vor, du darfst die WM nicht mögen, weil sie problematische Menschenrechte, weil es problematische Menschenrechte in Katar gibt. Aber die Leute finden halt niemals die Courage zu sagen, es ist mir scheißegal, es sind nicht meine Leute, ich gucke mir jetzt Fußball an und das Leid der Welt kann von mir das Leid der Welt sein. Das kriegen die Leute niemals hin. Also, selbst wenn die das in der Praxis niemals genauso leben würden oder wollen würden und das auch tun, sie bringen sich halt zu dem Statement nicht hin. Also, klar, dann gibt es noch andere Gründe, die Leute gucken das nicht wegen der Woken-Scheiße, wegen der Kommerzialisierung, anderes Thema. Aber, äh, ja, die Leute verdienen auch ein bisschen, dass ihnen alles malig gemacht wird, weil sie zu schwach sind, irgendwas zu verteidigen, was ihnen am Herzen liegt. Ja, sag mal. Alter, hier ist ja ein gedrehtes Bild. Die haben hier immer noch das gedrehte Bild drin beim Stern. Alter, sag mal, das war gerade Zufall. Ich wollte eigentlich nur noch mal den Bückling zeigen, den Habeck gemacht hat. Ihr seht das? Das hier, diese Holzlatte da mit der Rund, das ist ein Teil der Wand, das ist eigentlich gerade. Das steht senkrecht zum Boden. Also, bei, bei, bei Stern TV nach wie vor dieses manipulierte Bild drin. Nein, nein, Habeck hat da schön den Bückling gemacht. Übrigens ein Frame zuvor, es gibt dieses Bild auch irgendwo. Seht ihr übrigens, dass der Typ, ah, hier. Das ist ein anderer Typ, sehe ich gerade, oder ist das ein anderer Winkel? Keine Ahnung. Da seht ihr noch so schön, dass der Typ fast noch am Handy ist. Oder zieht er sich gerade die Maske ab? Weiß nicht, warum solltest du die Maske abziehen, während du da Hände schützt? Keine Ahnung. Also, respektlich, los, da geht's ja wohl nicht. Also, vor einem halben Jahr hat Habeck da noch den Bückling gemacht. Und jetzt müssen wir plötzlich politische Botschaften senden und so einen Scheiß. Gut. Schatti, wie kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste? Ja. Ich bring kurz die Causa Erwin und Volksabletzer zu Ende. Und dann, ich hab ja damals für den Volksabletzer auf Bitten von denen, wohlgemerkt, Litte Memes produziert. Da ging's darum, ähm, Querdenker irgendwie lächerlich darzustellen. Und da hab ich drei Litte Memes produziert, hab die dann halt als Antwort darunter gepostet und bin daraufhin blockiert worden. Was ist Erwin passiert, nachdem er diese Gegenüberstellung hier gepostet hat? Ich löse mal auf. Er wurde blockiert. Also Erwin im Herzen auch einer von die Rechten. Obwohl, und dann wird's halt wieder grotesk, das zeigt halt die, die Widersprüche innerhalb der Person Erwin, finde ich recht gut. Das hier ist seine Twitter-Bio. Er, him. Was, was soll der Quatsch, Erwin? Ja, das ist, ich war, das hab ich mir auch gefragt. Das ist halt halt ein bisschen so, er weiß halt, dass die Leute, die noch nicht seine Gefolgschaft sind, aber die er am ehesten überzeugen kann, aus dem Er-Himm-Lager kommt. Also er ist ja so mehr Alt-Links, so Sarah Wagenknecht-Links und er argumentiert auch ganz kurz, Schatti, Sarah Wagenknecht war heute vor einem Dreivierteljahr laut Erwin noch eine konservative, eine rechte Linke. Okay, dann hat er tatsächlich, ich glaub, dann hat er einen genuinen Rechtsruck, hat in seiner Seele stattgefunden. Ja, aber das ist so ein bisschen Es ist ein bisschen Shitso. Passend zu dem Titel deines Videos, es ist ein bisschen Shitso. Klar, das ist halt ein bisschen Signal an jene, nicht jene abzuschrecken, die er am ehesten noch als Kundschaft gewinnen könnte. Also wir sind ja auch gemein zur CDU und zur FDP und weniger gemein zu den CDU und FDP-Wählern, also vielleicht auch ein bisschen zu gemein manchmal, aber die sollen uns ja wählen, sozusagen. Aber wir wissen halt, dass das unsere Haupt-Kentel ist. Wir wissen, dass die Grün-Wähler uns viel weniger wählen werden als die SPD-Wähler. Vielleicht auch noch ein paar alte SPD-Wähler und vor allem die CDU und die FDP-Wähler. Also deswegen, ja, würden wir die wahrscheinlich mit größerer Freundlichkeit im Interpersönlichen behandeln. Gut. Wollen wir loslegen? Überlegen wir einfach los. Eine Wortmeldung habe ich noch. Hungriger Spinner, sechster Monat. Vielen, vielen Dank. Boah, habe keine Nachricht bekommen. Das tut mir sehr leid. Jetzt bist du zumindest dabei. Das ist das Wichtigste. Und André, 75J noch, 14. Monat, Namen zusammen. Vielen, vielen Dank. Und Freunde, wir legen los. Du kennst das Spiel, ne? Sobald du was zu sagen hast, einfach losreden. Ich habe hier den Finger auf der Leertaste und pausiere. Ich habe davon ungefähr eine Minute gesehen oder zwei. Du hast nämlich gestern noch, während er live war, auf Twitter gepostet, Erwin ist gerade live. Diesen Tweet habe ich dann eine Stunde später bemerkt. Habe dann reingeguckt, habe gesehen, der ist immer noch live zu dem Thema. Habe dann eine Minute reingeguckt oder so. Dachte mir, gut, vielleicht kann man da zusammen drauf reagieren. Dann hast du Ja gesagt und jetzt sitzen wir hier. Von daher, ich kenne den Inhalt nicht. Ich weiß nicht, was er sagt. Du wirst dir den Großteil der Arbeit verrichten müssen, lieber Schatty. Ja, das ist okay. Sobald du was sagen willst, einfach losreden. Machen wir los. Gehen wir zum Schattenmacher. Der hat ein Video gemacht, das heißt Schizo Lefty. Und ich finde das Video schlecht. Er findet es überhaupt nicht schlecht. Wenn ihr noch seht, er stimmt mir in vielen Punkten zu. Er findet mal einige Aspekte davon nicht so gut. Ja, das wird er gleich nochmal ausführen. Dass irgendwie da waren gute Punkte bei, sagt er. Aber ich fand das ganz witzig. Ich fand das Video schlecht. Das fand ich eine ganz gute Punchline. Aus dem einfachen Grund, weil, werdet ihr gleich in der Reaktion sehen. Ja, es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, okay, das bringt er gut auf den Punkt und es gibt ein paar andere Dinge, wo ich mir denke, na, das ist einfach zu einfach gedacht, viel zu einfach gedacht. Und gerade er gilt ja irgendwie so als der große Denker der Rechten oder beziehungsweise so als der Richard David Precht der Rechten. Ich glaube, er selber hat es so genannt. Das fand ich ein bisschen gemein. Ich habe mich nicht Richard David Precht genannt. Und das ist nämlich eigentlich übler als die ganzen innerlichen Punkte. Aber weißt du zumindest, wo das herkommt? Also hat das mal irgendjemand anderes gesagt? Nee, aber Richard David Precht ist der einzige, ich werde mal Philosoph in wirklich fünfzehn Anführungszeichen, den die meisten Leute kennen wahrscheinlich. Also ja, es ist halt so, Bruder hat immer Philosophendarsteller genannt. Also ja, Richard David Precht wird sicherlich auch ein, zwei Punkte haben, die ich teilen könnte, möglicherweise. Aber es ist halt so, ja, der Schwiegerschmutterbeglücker mit den langen Haaren und dem Buch, das er veröffentlicht hat, dann tingelt er durch die Talkshows. Ja gut, jetzt hat er sich ein bisschen unbeliebt gemacht mit der Ukraine. Der einzige Punkt, mit dem er sich unbeliebt gemacht hat, und da hat er eben mehr falsch als richtig gelegen. Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, wie der Krieg ausgeht. Wenn ich richtig nach David Precht wäre, hätte ich mir überlegt, okay, ich gehe jetzt, also er hat ja gesagt sozusagen, die Ukraine sollte Friedensverhandlungen machen, weil sie keine Chance hat und dann saß es zum Teil gar nicht so schlecht für die Ukraine aus in diesem Konflikt. Ich glaube, er hätte vielleicht ein bisschen höher pokern müssen und sagen, ja, alle temporären Raumgewinne werden sich noch auflösen. Könnte ja doch passieren, weiß ja keiner genau. Er hätte doch am Ende Recht behalten können. Ist natürlich ganz scheiße, wenn es dann wirklich nicht funktioniert, weil dann ist er zum Teil am Ende. Also gucken wir mal. Er saß witzigerweise, ich habe dazu kein Video mehr. Vielleicht kann das ja einer der Zuschauer, wenn er weiß, wovon ich rede, hier in die Kommentarsektion, also nicht im Live-Chat, da bekomme ich es möglicherweise nicht mit, aber unter den Upload posten. Ich würde dann diesen Kommentar anpinnen. Der Richard David Precht, der war heute vor, ich schätze, anderthalb Jahren, vielleicht zwei, in irgendeiner Talkshow und hat da erzählt, wie es denn war für ihn, einen Monat oder so zuvor, mal wieder in der alten Heimat zu sein. In irgendeinem, ich weiß nicht, ob der Össerlund Dorf oder so, war jetzt keine Megametropole, aus der er stammt, sondern ich glaube, also schon eine Stadt, aber halt, Stadt geht ja schon, ich weiß es gar nicht, also ab 100.000 hast du eine Großstadt, von daher geht Stadt wahrscheinlich bei 50.000 oder sowas los und hat dann da erzählt, wie sich dann das Stadtbild geändert hat, auch im Zentrum der Stadt und das nicht zum Besseren und es ist ziemlich klar, wovon er da redet. Also es ist die Klientel, die sich dort geändert hat, denn das Stadtbild ist dasselbe, also die Architektur hat sich dort nicht geändert. Das fand ich doch recht basiert, natürlich hat er das nicht wirklich ausgeführt, dafür hat er keinen Gegenwind erlitten. Die Ukraine war dann der Schritt zu viel, zumal da hat er, glaube ich, eine ziemlich eindeutige Meinung gehabt und hat auch ziemlich eindeutig ausgesprochen, was er davon hält. Bei dieser Geschichte mit der Änderung des Stadtbilds hat er sich sehr vorsichtig ausgeführt, aber das fand ich doch recht interessant, dass selbst so ein vermeintlicher Normie dann doch sieht, das Stadtbild ändert sich und zwar nicht zum Besseren. Und nochmal, er meinte damit nicht die Architektur. Ja, wer das noch weiß, gerne in die Kommentarsektion, ich werde das anpinnen, vielen Dank und weiter geht's, ja Schatti? Ups. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, und ihr habt es auch öfter gesagt, reagier doch mal auf Schatti, reagier doch mal auf Schatti und da habe ich mir gedacht, okay, passt, es geht hier um Schizo-Leftis und ich rede ja auch sehr oft gegen Linksliberale und so weiter und so fort. Okay, passt, das ist doch eine Chance jetzt irgendwie, dass wir darüber reden. Und schauen wir mal, schauen wir mal, wie das funktioniert. Es gibt ja Leute, die sagen, sie mögen ihn nicht. Okay, alles gut, alles gut. Wir schauen ihn uns mal an. Ich glaube, er grundsätzlich so von seiner politischen Ausrichtung, er ist rechts, er steht dazu, dass er rechts ist und ich glaube auch, dass er dazu steht, dass er ein Faschist ist. Also erst mal, bist du einer von die Rechten? Ich bin einer von die Rechten? Ich würde das nicht sagen. Das Problem bei Faschist ist, da muss er mit der Definition von Faschist sprechen. Ja, richtig. Das ist generell. Es bedeutet alles und gar nichts, Alter. Also historischer Faschismus, sage ich mal, so wie ich den historisch mir ansehen kann, hat mir der Staat ein zu segensreiches Element. Das ist mir zu präsent. Die Leute haben damals zu viel, also das ist, das Glauben an die Omnipräsenz des Staates gelegt. Das wäre mein erster Kritikpunkt, den ich historisch sehe, den ich nicht gerne übernehmen würde. Ich würde mich eher in der klassischen, das ist republikanisch-aristokratischen, also römisch-republikanischen Tradition sehen. Ich glaube an klare Hierarchien, an sowas wie Elitenselektion. Man könnte das Neo-Reaktionär nennen. Wie gesagt, da habe ich sicherlich auch ein paar Kritikpunkte. Aber ja, so in der Rechte bin ich. So würde ich mich selbst verordnen. Aber rechts ist okay. Eine kurze Unterbrechung. Hungriger Spinner hat 25 Subs verschenkt. Bitte gib uns jetzt 20 Sekunden, lieber Shadi. Hungriger Spinner, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Hungriger Spinner, weiter geht's. Ich bin aber nicht sicher. Okay? Ich traue mich nicht zu sagen, dass er jetzt Faschist ist, das weiß ich nicht. Und ich meine das nicht so wie ein Linksliberaler, so ey, das ist ein Fascho. Sondern ich meine wirklich, dass er sich selber dazu bekennt, dass er Faschist ist. Glaube ich. Ich meine, da muss die Frage erlaubt sein, wie kommt er denn darauf? Weil natürlich vergiftet er damit trotzdem ein bisschen die Brunnen. Er distanziert sich hier, was ich ganz gut finde, davon zu sagen, ey, du Faschist, du Faschist. Ohne, dass da irgendeine tatsächliche Aussage hinter steckt. Aber gewissermaßen tut er es ja trotzdem. Hast du jemals, hast du jemals wenigstens mit einem Zwinkern gesagt, ich bin ein Faschist? Nee, aber es könnte ja tatsächlich sein, dass ich mich sozusagen in der Tradition der italienischen Faschisten sehe. Also ich habe auch schon, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die sich selbst als Faschist bezeichnen. Die, ja, die haben mehr so eine, die sehen die Staatsreligion ganz, ganz gut. Die haben auch vernünftige Punkte. Wie gesagt, es ist auch nicht so, dass ich das alles ablehnen könnte. Das ist immer die Frage, mit wem man Vorsicht hat. Ich würde, wie gesagt, auch in diesem Video argumentieren, wichtiger als so die ganze, ganz kleinen Details des Systems, ist, wie vernünftig der Mensch ist, ja. Wie, wie sehr hat er begriffen, was, was politisch wirklich ist, was, was den Menschen wichtig ist, sozusagen. Und dann kann man sich das anhören. Also wie gesagt, diese systemische Namensgebung, die ist da für mich sekundär. Aber ja, gut, bisschen Grundvergiftung, ja, komm, ist ja immer noch ein Linker, also, wie ist das denn generell. Also, du bist ja jemand, der ganz offensichtlich nicht die geringste Scheu hat, das auszusprechen, was er gerade denkt. Ist dir denn aber klar, dass mit diesem Wagen, wie du das gerade gemacht hast, auch mit dem Versch, ja, also, nein, denn, ich sehe das so und so anders, dass Leute, die jetzt zuhören und du führst das nicht genug aus, auf falsche Gedanken kommen? Ja, aber das geht ja auch andersrum. Leute, sozusagen, die vorher diese panische Angst hatten, vor jedem einzelnen Begriff, der fünf Meilen in den Ferne von Faschismus steht, wenn die jemanden wie mich sehen, der versucht, ein bisschen Inhalt reinzubringen, dann verlieren sie vielleicht ein bisschen die Angst. Ich habe das ja auch schon überlegt, also, dass Leute ein bisschen die Kontaktschuld abbauen und sich mit den Inhalten, mit den Scheißinhalten auseinandersetzen und dann mal gucken, ja, also, die Leute können von mir aus, das moralische Urteil, würde ich damit sagen, sollte am Schluss stehen. Erstmal hört man sich die Punkte an und übt eine inhaltliche Kritik und am Ende führt man das moralische Urteil durch. Und das Problem ist, dass unsere Gesellschaft als das moralische Urteil immer zuerst anführt, weil es auch instrumentell behandelt wird und halt vor dem Argument klar und fest steht, dass Waffe benutzt wird. Und das ist eigentlich das, wogegen ich mich richtig. Also klar, mag es ein paar sein, dass ich ein paar überempfindliche verliere, aber es gibt auch ein paar Leute, die nach Antworten suchen, die dann hoffe ich, ich in einen inhaltlicheren Bezug hineinziehe. Also, so, ja. Ja, und da gibt es ja auch eine ganz krasse Ungleichheit und die wirkt ja auch zum Beispiel auf mich. Also wenn ich jetzt ein Video von jemandem sehe, von dem ich noch nie gehört habe und der beginnt mit, hallo, ich bin ein Kommunist, dann denke ich mir so, oh, 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 da bin ich aber gespannt. Aber ich würde mir die Punkte anhören und angenommen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Privatpersonen keine Besitztümer mehr haben dürfen. Er redet über was anderes, keine Ahnung. Dann hätte ich diese Aussage vom Anfang vergessen. So sagt da jetzt jemand, hallo, ich bin ein Faschist und ich sehe dieses Video zum ersten Mal, dann bleibt das, glaube ich, hängen. Ja. Also, es ist natürlich sehr viel gefährlicher zu sagen, naja, der Faschismus gar nicht so verkehrt, als, naja, der Kommunismus ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich sage ja auch nicht, ja, der Faschismus ist gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, das machen halt immer so diese Low-EQ-Vertreter sozusagen, äh, hat ja auch ein paar gute Seiten. Ja, das reicht aber nicht. So klappt das nicht. Du musst schon genau sagen, was du damit meinst. Ich habe ja gesagt, was ich am historischen Faschismus, so wie ich ihn beobachten kann, in Italien und Deutschland, nicht mag, ist die Omnipräsenz des Staates. Dass die zu viel, sozusagen, Eindringen, Willigkeit haben in den Alltag der Leute. Also, klar, ihr könnt auch darüber unterhalten, ob es so gut war, sozusagen, die Gewalt in dem Maße zu politisieren, ne? Also, man kann natürlich auch zur damaligen Zeit sagen, gut, das war die Weimarer Republik, gab ja eine Menge Kommunisten, die gewalttätig waren. War das nicht zu erwarten, dass das passiert? War auch zu einer gewissen Art zu erwarten. Aber man kann schon das Argument machen oder sich die Frage stellen, gut, hat der Faschismus, nachdem in seinem Land die kommunistische Gefahr gebannt war, nicht die Kurve bekommen, sozusagen? Hat der Gewalt weiterhin als innenpolitisch legitimes Mittel angesehen? Und sollte man so einen Staat aufbauen? Und ich meine eher, nein, ich denke, dauerhafte innenpolitische Gewalt ist ganz schlecht. Das destabilisiert alles. Das, erfolgreiche Staaten rücken da eigentlich immer gerne von ab. Also ich will jetzt auch nicht den völlig pulsifizierten Staat, wo es überhaupt keine Auseinandersetzungen gibt oder wo physische Auseinandersetzungen undenkbar ist, aber ja, innenpolitisch langfristig Gewalt als Mittel gegen die eigene Bevölkerung, also Bevölkerungskontrolle durchzusetzen, ist etwas, was ich praktisch und philosophisch nicht gut finde. Sagen wir so. Okay, dann haben wir den Punkt Gewalt abgehakt. Nun hängt der historische Faschismus, soweit ich im Bilde bin, auch damals zusammen, so eine Art Planwirtschaft zu etablieren. Wie läuft die nach kommunistischen Maßstäben? Bitte? Das ist, ja, ja, auf der anderen Seite, die Italiener zum Beispiel waren deutlich kooperatistischer, glaube ich, von Muslimi stammt doch dieses Zitat, dass der Faschismus die Verbindung von Unternehmertum und Staat ist und so weiter. Und im, ich sag mal, im nationalsozialistischen Staat war das so. Hitler, ich vermute es so, Hitler war das nicht so wichtig. Hitler war einfach ein Romantiker, sozusagen von sich aus. Also er hatte so einen kulturellen, künstlerischen, er war ja auch selbst Künstler, er kam aus dieser Sphäre, er hatte so eine romantischere Blut- und Bodenideologie. Und die Wirtschaft für ihn hatte nur die Ergebnisse zu erzeugen. Das war ihm nicht so wichtig. Das war ihm nicht kein zentrales Anliegen, weil er nicht so in diesem materiellen Frame war. Und dann gab es unter der nationalsozialistischen Führungsriege halt Leute, die das so oder so gesehen haben. Also ich glaube, es ist bekannt, dass, ähm, äh, Himmler, glaube ich, sich manchmal über Speer beschwert hat, wenn ich, wenn ich jetzt die Namen nicht vertan habe, dass der eine so planwirtschaftlich ist und dass der andere mehr freie Wirtschaft haben will. Das war da kein so geschlossenes Programm. Der eine wollte dies und der andere wollte jenes. Das war so ein bisschen, jeder macht da für sich. Und auch das Ergebnis ist ja mehr so eine, eine große Mixtur. Also die großen Banken, die großen Unternehmen wurden im Nationalsozialismus nicht enteignet. Die wurden zwar, äh, Stromlinienförmig gemacht, so arisiert und sowas. Da gab es Eingriffe. Aber es ist auch auf der anderen Seite, man hätte viel sozialistischer sein können, wenn man es gewollt hätte. Also die IG Farben zum Beispiel, äh, die hat ja als Firma bestanden. Die hätte rein verstaatlicht werden können. Äh, dann schmeißt man alle, alle, alle Unternehmer raus. Sozusagen das hat man aber nicht gemacht. Ähm, die, die Krupp-Prozesse hat es ja gegeben nach dem, ne, zweiten Weltkrieg. Eben weil Krupp immer noch ein Industrieller war. Also das ist, das ganze nationalsozialistische Wirtschaftsgefüge war zweckdienlich gebunden, würde ich sagen. Und weniger ideologisch geformt. Wie ist denn das heute? Also, du erwähntest gerade, dass die Unternehmen quasi auf Linie gebracht wurden. Siehst du heutzutage ähnliche Tendenzen? Ja, ja, natürlich passiert das auch heute. Ob das mit denselben, es passiert halt nicht mit denselben expliziten Mitteln. Wir haben andere Herrschaftsformen entwickelt. damals konnte man halt noch so physisch sozusagen jemand aus dem Unternehmen entfernen und der war dann halt nicht mehr in dem Unternehmen beteiligt. Oder man konnte ihn enteignen. Die Mittel waren härter. Heute werden auch das Ganze heute auch noch. Also jetzt, jetzt stell dich hin als Vorstandsmitglied und mach die falsche Aussage bei Maischberger und die muss jetzt nicht sein. Ich finde Hitler gut. Aber zum Beispiel, du hast eine eindeutige Meinung zur Zuwanderung und die äußerst du bei Maischberger und da mauerst die meinetwegen auch noch. mit Quellen. Also dann gehe ich davon aus, dein Posten, das ist dann wackelig. Ja, aber das ist halt nicht, dein Posten wird nicht von Polizisten, die dich aus dem Gebäude abstimmen, sag ich mal, beenden. das stimmt, richtig. Das ist das Neue bei uns. Es kommt halt auch darauf an, wie stark man positioniert ist. dann ist da natürlich die Frage, wie stark, also, wie stark man im Nationalsozialismus hätte positioniert sein müssen, um sich das vom Hals zu halten. auf jeden Fall sehe ich heute einen großen Wunsch sozusagen, den Staat wieder, also, dass der Staat sich in alles ausbreitet. Dass der, das ist eine, zumindest, ja, ich weiß nicht, schon einen totalitären Charakter hat in dem Sinne, dass die führende Staatsideologie keine Grenzen kennt, ja, die muss die Erziehung regulieren, die muss die, die Unternehmen regulieren, die dringt sich, dringt in jede menschliche Sphäre ein, versucht alles zu dominieren, das ist schon so. Folgende Frage, Hitler ließ ja damals die Olympiade in Berlin ausrichten. Ja. Und natürlich wird sowas dann auch genutzt, ja, für die entsprechenden Bilder, die man haben möchte. Weißt du durch Zufall, ob damals bei den Sportlern oder wenn der Fußball-WM war oder so, ob die einzelnen Akteure, die deutschen Akteure, angehalten waren oder darum gebeten wurden oder ob das von der Öffentlichkeit erwartet wurde, dass die einen Hitlergruß zeigen, bevor es dann an die Ausübung des Sports geht? Oh, das weiß ich nicht genau. Es gab natürlich, soweit ich weiß, gab es schon gewisse Drücke, jetzt dem Staat keine Probleme zu machen. Also, offen kommunistisch durfte man sich sicherlich nicht äußern. Aber ich glaube, es gab die Verpflichtung nicht. Also, wenn ich mich recht erinnere. Nee, 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 nicht die Pflicht. Meine Frage ist wirklich nur, haben sie es gemacht? Weil ich kenne Bilder dieser Art nicht. Ich kenne keine Bilder. Ich möchte an unsere Nationalmannschaft erinnern, die gestern gespielt hat und sich zuvor die eine Reihe hat, glaube ich, gekniet, die andere stand dann dahinter und dann hat man sich so den Mund zugehalten im Sinne von wir dürfen nicht reden, wir dürfen nicht sagen, das war ein Love und so weiter. Mir sind Bilder dieser Art von einer Fußballmannschaft, die auf dem Platz steht und alle zeigen, die Hitler groß, ist mir nicht bekannt. Im Publikum keine Frage. Aber dass die Spieler derartige Gesten vor Spiel an Pfiff gezeigt hätten, wäre mir nur, ich kann falsch liegen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, das ist halt dieses Subversive, was wir heutzutage haben. Ja, das dringt halt jetzt vor, die Ideologie ist ja sowieso schon da, aber dass selbst jetzt diejenigen, denen ich da zuschaue, die auf dem Platz dann spielen, dass die diese Ideologie voranbringen, unterstützen, in irgendeiner Form, ja, das ist, glaube ich, neu. Ja, aber wir sind auch noch in einer anderen Phase. Also wenn du im etablierten nationalsozialistischen Staat, den Hitler groß gezeigt hast, Hass sozusagen, weil dazu gezwungen wurde, das wäre eine Sache. Aber wenn du ihm gezeigt hättest, das hätte dir auch, ich weiß nicht, hätte dir das so große Vorteile gebracht, vielleicht ein bisschen. Aber heute, ich glaube, die Leute versprechen sich ja nicht nur negative Konsequenzen, wenn sie irgendwas nicht sagen, die Leute versprechen sich auch ganz erheblich positive Konsequenzen, wenn sie da mitmachen, sozusagen. Die hoffen noch, was abgraben zu können, sozusagen noch nach oben kommen zu können. Wenn das einmal etabliert ist, sozusagen, dann ist das einfach der Status Quo, dann kann man durch den Gruß, sozusagen durch den Nicht-Gruß was verlieren, aber durch den Gruß nicht mehr viel gewinnen. Und ich glaube, das ist heute noch ein bisschen anders. Du kannst durch die aktive, reine Lehre und deren Vertretung noch viel gewinnen. Okay, Chura, im Live-Chat, diese Bilder soll es wohl geben, unter anderem, wenn ich nach Drittes Reich Fußball suche. Ja, da ist so eins. Aber, finde ich auch nicht. Ist halt die Frage, wie freiwillig das jetzt war und so weiter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich sehe aber übrigens beides. Also, ich sehe sowohl, also, ich kann euch das jetzt nicht zeigen, ja, weil am Ende dreht man wieder raus einen Strick. Ich sehe sowohl Bilder von Fußballern, die offensichtlich damals kurz vor Anpfiff einfach nur da standen, aber auch solche, wo der Hitler-Russ gezeigt wird. Alles klar. Haben wir das zumindest geklärt. Also, auch damals ist der Sport nicht nur politisch genutzt von, im Sinne von, ich verkaufe die Bilder als, guck mal, wie toll hier alles bei uns funktioniert, wie toll dieses Stadion aussieht und so weiter, sondern auch die Spieler selbst, die haben sich da politisch dran beteiligt. Das ist ja nicht nur politisch, die Leute hatten einfach damals noch eine automatische Bindung zu ihrem Land. Also, es ist ja bekannt von Max Schmeling zum Beispiel, der hat ja gegen den braunen Bomber Joe Louis gekämpft, einmal gewonnen, einmal verloren. Und Joe Louis und Max Schmeling hat eine lebenslange Freundschaft verbunden. Also, Joe Louis war schwarz, Max Schmeling ein Deutscher. Und die waren Freunde, die waren auch nach dem Krieg noch Freunde, aber trotzdem hat Max Schmeling für die deutsche Armee gekämpft dann. Also klar, er wurde auch eingezogen, ich glaube jetzt nicht, dass er da eine große Wahl hätte, aber es ist halt, ich glaube, da hat damals auch eine Selbstverständlichkeit in den Männern vorgeherrscht, für ihr Land zu kämpfen. Du verlässt dein Land nicht, auch nicht für irgendeine Freundschaft oder sonst irgendwas. Das hat damit nichts zu tun. Du kannst mit irgendeinem anderen Bock zum anderen Land befreundet sein oder dem Wohnen gegenüberstehen. Das ist aber egal, jetzt ist dein Land, braucht dich, also kämpfst du. Ich glaube nicht, dass da, wie gesagt, der Individualismus schon so ausgeprägt war, dass die Leute sich in allem ihren persönlichen Vorlieben folgen und anstatt einem stärkeren Pflichtgefühl Folge zu leisten. Aber machen wir weiter, sonst kommen wir hier niemals durch. Alles klar, ich mache ganz kurz Schnitzel 2,70, zehnter Monat, vielen, vielen Dank. Meddel Kasper, Mensch, schon zehn Monate dabei, kann den Stream leider nicht live sehen, trotzdem hier mal wieder mein Beitrag zum Eis. Smiley, Grüße, vielen, vielen Dank, lieber Schnitzel, Grüße zurück und weiter geht's. Nicht sicher, ja, ich glaube, das hat er mal gesagt, wenn ich mich nicht irre, falls ich fallen schläge, Entschuldigung, aber als Rechtsbekennt er sich auf jeden Fall, ja, schauen wir uns das mal an. Und ich will ganz kurz darauf auch nochmal eingehen, ich habe beim letzten Stream über Erwin betont, wie wichtig es ihm damals war, immer erst mal alle als Rechte darzustellen, wenn der einen Anrufer bei sich in der Leitung hat und es ging um Kai Rittenhouse, war die erste Frage von Erwin, bist du rechts? und das hat er bis heute offensichtlich nicht überwunden. Also das muss, das muss da weiter raus. Nicht, dass das so einen Wert hätte, aber es muss halt raus. Wir haben jetzt zumindest die Zuschauer schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet, was jetzt kommt. Aber wir gucken mal, was jetzt kommt. Was ist der elementarste Marker rechter bzw. linker Politik? Ich stelle folgende Vermutung auf. Rechte Politik ist gekennzeichnet durch Elitismus und die Hinwendung zu einer Hierarchie. Wie sich diese Hierarchie ausgestaltet und begründet, das kann sehr unterschiedlich sein. Denkbar ist ökonomischer Erfolg, militärische Eroberungen, ethnische Parameter, intellektuelle oder geistliche Originalität. Nein. Ganz egal, aber in jedem Rechten... Nein, das ist nicht richtig. Intellektualität zählt nicht dazu, die anderen Punkte schon. Ein Weltbild tritt auch eben als Charakteristikum die aktive und gewollte Etablierung einer Hierarchie auf. Richtig. Und die Betonung liegt hier auf aktiv und gewollt. Richtig. Jedes denkbare System bildet eine Hierarchie aus. Aber die willentliche Modellierung und verteidigung... Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber das ist nur noch kaum. Also erstmal, ja, natürlich zählt auch Intellektualität. Also, ich meine, das bringt dich halt weiter. Professoren sind in fast jeder Gesellschaft anerkannt und steigen in der Hierarchie relativ weit nach oben. Ähm, auch im Nationalsozialismus hat man seine Wissenschaftler geschätzt. Auch da hat Werner von Braun, Werner von Brauns Stellung nur deshalb begründen können, weil er halt ein guter Raketenwissenschaftler war. Das ist natürlich zählt, dass er das mit ein. Also diese strikte Trennung macht keinen Sinn und das ist ja auch Blödsinn. Also, du kannst kein guter militärischer Anführer sein, dauerhaft, wenn du blöd bist. Das funktioniert halt nicht. Weil die andere Seite dann irgendeinen Klugen aufstellen wird, wo du dagegen anstinken musst. Also, das macht keinen Sinn, aber machen wir weiter. Ja, Bus, ich meine, was meint er denn jetzt hier? Also, dass dich das alleine nicht geschützt hat zum Beispiel? Also klar, wenn du ein hochgradig Intellektueller warst im Dritten Reich, aber du warst halt Judik, ja, natürlich warst du da nichts wert. Ja, ich sag mal, das ist aber eine Mischung von, so. Ja. Auch, wie gesagt, der Nationalsozialismus, das darf man wieder nicht so einseitig sehen. Ja, Volljuden wurden aus dem Dienst entfernt, das wurde akrisiert, das stimmt schon. Aber ich glaube, zum Beispiel in der Armee hat man noch relativ lange Halbjuden belassen, wenn man auf sie angewiesen war. Also klar, man konnte sich jetzt nicht zu viele Soldaten entledigen. Und wie gesagt, die Nürnberger Gesetze sehen ja vor, dass jemand, der ein Viertel jüdischen Blutes war, aber nicht das Judentum praktiziert hat, als Deutscher durchgehen konnte. Also 25 Prozent ist ja nicht nichts. Auch die haben sozusagen, ich meine, irgendwo einen Cut gemacht. Sozusagen, ich glaube, das war die Regel in den Nürnberger Gesetzen. Und daran wurde sich dann, soweit ich weiß, auch gehalten. Mir ist damals in der Schule erzählt worden, es gab irgendeinen hochrangigen Nazi, der hatte einen hochrangigen Angestellten und der war Jude. Und irgendwann hieß es dann so, ey, Kollege, dein Kumpel hier, der ist ein Jude. Was soll die Scheiße? Und daraufhin soll er gesagt haben, wer Jude ist, das entscheide immer noch ich. Kannst du dich... Den Spruch kenne ich auch. Ob das jetzt... Ich meine, Adolf Hitler zum Beispiel, glaube ich, der Arzt seiner Mutter war, glaube ich, jüdischen Blutis und der wurde von Adolf Hitler lange geschützt, als dann der Zweite, als sich das im Zuge des Russland-Feldzugs weiter radikalisiert hat, ist aber, glaube ich, der auch ausgewandert. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ist, klar, persönliche Vorlieben können dich da noch bewahren, aber wie gesagt, auch die, äh, ja, haben da irgendwo einen Schnitt gemacht und sind das dann praktikabel angegangen und, äh, natürlich war da die Frage, aus welcher sozialen Hierarchie du kamst, welchen Hintergrund du hattest, welche Verbindungen du hattest, also das kann für Individuen schützend sein, ne? Also die breite Masse kommt das natürlich nicht in Frage, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Machen wir weiter. Zur Herrschaft, das ist rechts. Richtig. Und ich bin echt, wo ich das heute gehört habe, habe ich mir einfach gedacht, cool, cool, endlich mal ein Rechter, endlich mal ein Rechter, der zugibt, dass Rechte, dass es Rechten einfach um Hierarchien geht, dass es Rechten um Herrschaft über andere geht. Ja? Darauf habe ich gewartet, weil alle anderen Rechten stehen einfach da und sagen einfach so, was? Rechts, links, das ist voll über, 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 überholt, das gibt es ja gar nicht. Rechts, links, das interessiert nicht und gibt es nicht und hin und her, natürlich gibt es rechts und das ist endlich mal... Ganz kurz, geht es dir darum, dass Leute über andere herrschen und zwar im Zusammenhang mit deren Ideologie oder geht es darum, dass halt der Verhechste den Job ausübt, unabhängig von seiner Ideologie? Genau, ich... Ja, ich denke eher um Letzteres. Ich habe kein so großes Interesse daran, jetzt anderen Leuten unbedingt Befehle zu geben, aber ich denke, es ist unvermeidlich und auch besser für das Gesamtwesen, für das abstrakte Ziel, was man zu erreichen gedenkt, wenn irgendjemand die Ansagen machen kann. Also wenn es irgendeine Hierarchie... Also es ist schon fast nicht anders möglich, das passiert auch in unserem Staat. Es gibt Leute, die Befehle geben, Leute, die Befehle empfangen und Leute, die dann Opfer oder Empfänger dieser Befehle werden. Und was er dann auf der anderen Seite sagt, dass es Leute gibt, hier links und rechts, das gibt es gar nicht und Herrschaft und sowas und wir wollen gar nicht... Ja, das brütet auch unser demokratisches System ein bisschen aus, dass man sozusagen immer seine eigene Hand zu klein spielt. Darauf kommen wir aber noch im weiteren Verlauf des Videos zu sprechen. Aber ja, es passiert, dass man halt sich seine eigene Position sozusagen unter Wert verkauft, sozusagen seine eigene Herrschaftsambition unter Wert verkauft. Das kommt sich ja nicht häufig vor. Das ist auch im rechten Lager. Ich meine, es geht doch dir nur darum, dass du Hierarchien anerkennst und ihnen etwas abgewinnen kannst. Also machen wir das Beispiel, was ja bei Erwin sehr beliebt ist, die demokratischen Betriebe. Ich halte es für wesentlich besser, wenn der Chefingenieur am Ende entscheidet, wie jetzt dieses Gerät da zusammengebaut werden soll, als wenn das demokratisch entschieden wird unter Beteiligung der Putzfrau. Das kommt ja noch. Also der sagt gleich noch was zur Meritokratie. Alles klar. Endlich mal ein Rechter, der da steht und sagt, ja, er ist rechts. Sehr gut. Schön, dass du dazu stehst, was für Dinge du vertrittst. Endlich mal ein Rechter, der wirklich dazu steht, was er vertritt. Weil die anderen kannst du ja nicht kritisieren. Die anderen kannst du ja nicht kritisieren. Weil sobald du zu den anderen Rechten kommst und einfach zu denen sagst, jo, du bist ein Rechter. Hier ist wohl jeder rechts. Wie oft bin ich rechts, Dreimat? Ja, ich meine generell, also der Punkt nervt ab, Alter. Erwin, es tut halt nichts zur Sache. Es tut nichts zur Sache. Ja, natürlich stimmt das. Ja, weil rechts negativ konnotiert das in unserer Gesellschaft. Ja, richtig. Aber da muss ich ihm auch ein bisschen recht geben. Es nervt mich auch, wenn die Leute, also, es ist kein innerlicher Punkt, aber es nervt mich auch, wenn die Leute offensichtlich rechts assoziiert sind und dann mit diesem Spiel anfangen, weil sie halt die gesellschaftlichen Kosten fürchten. Ja, musst halt durch. Na gut, okay. Okay, jetzt hast du einen Typen, ein aufstrebender Stern im Politik-Business, der geht zu Maischberg und sagt, Leute, ich bin rechts. Also immer kein Blödsinn, ich bin rechts. Als Rechter vertrete ich folgende Meinung, ich bin rechts. Ja. Ich behaupte, der verliert seinen Kopf und dann kann er halt gar nichts mehr ausrichten. Ja, richtig. Das Problem ist halt, stimmt, stimmt. Aber das Problem ist halt, wenn er die richtig saftigen rechten Punkte macht und wenn man dann fragt, ja, bist du rechts? Und dann den Julian Reichelt raus und sagt, nein, nein. Also, ich hab jetzt alle Punkte gemacht, die er auch machen würde, aber rechts? Ja, weißt du, dann verlierst du meinen Respekt. Also, ein bisschen, weil ich das nicht aushalte, weil ich diesen Bullshit nicht aushalte. Klar. Also, strategisch ist da eine gewisse Spannung gegeben, aber es ist für mich schwer erträglich, wenn die Leute dann offensichtliche Lügen erzählen. Alles klar, weiter geht's. Fünfmal rechts, was ist rechts? Rechts und links gibt es nicht. Wer ist rechts? Der Typ sagt ganz klar, was rechts ist, steht dazu, dass er rechts ist. Okay, so können wir arbeiten, so können wir reden. Okay, cool, dann wissen wir, wo du stehst. Passt. Ja, und er hat das auch gut definiert. Es ist rechts bedeutet, ja, rechts bedeutet, dass du über anderen stehst. Das zweifle ich jetzt erst mal an. Aber bitte, Schatti, erleuchte mich. Sollte ein Rechter grundsätzlich über anderen stehen, oder geht es dir um Qualifikation? Naja, es ist Qualifikation, es ist eine Hierarchie. Das Problem ist halt, es gibt ja auch eine Menge Rechte, auch historisch jetzt mal gesehen, die haben sich in eine Hierarchie eingeordnet, die waren nicht on top und waren trotzdem pro Hierarchie. Also die ganzen kreisertreuen Leute waren ja selbst nicht Kaiser oder waren selbst nicht mal Aristokrat unter Umständen, aber haben trotzdem... Ich glaube, wir erinnern noch vorbei. Du hast jetzt einen Betrieb. In diesem Betrieb sind alle samt nicht politisch. Es geht da noch nicht um Betriebe. Nee, nee, aber machen wir mal das Beispiel. Die sind allesamt nicht politisch. Die sind wie der Normie, die gucken so ein bisschen Nachrichten und so, der eine will SPD, der andere CDU, vielleicht will doch eine FDP, aber, äh, Quatsch, AfD, aber die sind nicht wirklich im Game drin. Die erzählen ja nicht auf Arbeit so, ey, die Arbeiter müssen sich verbünden oder, oder, oder. So, und jetzt hast du da einen, der ist nicht der qualifizierteste Ingenieur. Und der sagt aber, Schatti, ich bin rechts. Sollte der deswegen zum Chefingenieur werden? Nein, nein, sollte er nicht. Aber ich glaube, darauf will Erwin hinaus. Also Erwin tut hier gerade so, das ist zumindest das Gefühl, was ich habe, als wenn diese Hierarchie dazu dienen soll, Rechte nach oben zu bringen. Die Hierarchie ist einfach da. Du erkennst an, dass es Hierarchien gibt, die sich ganz natürlich ausbilden. Und zwar nicht aufgrund der politischen Gesinnung. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier den Start zu machen hätte, dann würde ich ein Mischverhältnis nehmen. Also, wenn du der beste Ingenieur bist, aber Kommunist, wirst du mit meiner Firma leider nicht der Chefingenieur werden. Wenn du der beste Ingenieur bist und rechts sozusagen, oder sag ich mal, wenn du der zweitbeste Ingenieur bist, aber rechts sozusagen, hast du größere Chancen. Klar, wenn du nichts kannst und dann hier Chefingenieur werden bist, nur weil du der ideologisch treueste bist, ja, nee, das brauche ich auch nicht. Das Problem ist, es gibt da ein Optimum dazwischen. Ich brauche ein gewisses Maß an Loyalität, damit mir das ganze Ding nicht aus den Fugen gerät. Und ich brauche genug Kompetenz, damit es vernünftig läuft. Okay. Also, es bringt mir nichts, wenn jemand kompetent ist, aber mich aktiv bekämpft. Dann ist er zwar kompetent, aber mein Feind. Du siehst das zu sehr als politischer Akteur, meiner Meinung nach. Als das, der Normi, also hier hören ja auch Normis zu, jetzt versteht, worum es dir wirklich geht. Schatti, es geht hier darum, es gibt Hierarchien und diese bilden sich natürlich aus. Selbst in einer apolitischen Gesellschaft. Selbst im kommunistischen China, wo du keine andere Meinung vertreten darfst, als die Partei hat immer recht, bilden sich Hierarchien aus. Ich sehe alles so ein bisschen aus der politischen Sphäre. Also auch, was du apolitisch nennst, würde ich sagen, hat politische Dimension, weil es mit Macht verbunden ist. Also, du kannst mir nicht erzählen, sozusagen, dass der Chef der Bank of America, auch wenn er sich offiziell nicht politisch äußert, kein politisches Amt ausübt, dass er sich politischen Einfluss ausübt, eben weil er so wahnsinnig mächtig ist. Ja, da hast du einen Punkt, ja. Okay. Aber nochmal, also dir geht es grundsätzlich erstmal darum, dass es Hierarchien gibt und diese bilden sich natürlich aus. Das, ja. Das muss nicht immer zum Vorteil sein. du kannst ja auch eine Hierarchie erschaffen, in dem du den fähigsten Kämpfer in einem Betrieb hast und der wird einfach Chefingenieur, weil er allen anderen die Fresse poliert. Genau, und halt das rechte Weltbild an sich ist aber immer pro Hierarchie. Das rechte Weltbild erkennt immer an, dass es Hierarchie, also, dass es eine menschliche Realität ist, dass wir Hierarchien immer ausbilden und der Rechte sagt dann so, gut, dann müssen wir eine Hierarchie erschaffen, die unseren Vorstellungen gemäß läuft. Ja, du sprichst aber wieder als politischer Akteur. Ja, klar, aber das ist ein politischer. Das gilt aber auch für den apolitischen Unternehmensführer. Der muss auch anerkennen, es gibt eine Hierarchie, es gibt Ingenieure, die sind besser als andere und den fähigsten, den muss ich nach oben befördern. Einfach damit der Laden am besten läuft. Unabhängig von der politischen Ausrichtung des Unternehmers. Okay, klar, dann könnte man natürlich spekulieren, sozusagen, dass was Urrecht ist im Unternehmentum steckt, was ich ja auch gar nicht so falsch sehen würde. Jetzt willst du schon wieder auf rechts und links, kannst du das nicht mal unpolitisch framen? Nee, nee, also ich glaube, es gibt halt keine völlig unpolitische Dimension der Gesellschaft. Du vertrittst mit dem, was du tust, auch in deinem Unternehmen eine Ideologie oder eine Philosophie, die sich, die erstens Konsequenzen für den Staat hat und zweitens die sich in leicht abgewandelter Form dann auch möglicherweise im Staat selbst wiederfindet. Also es gibt das, ich höre in dir diese vollkommene apolitische Betrachtung nicht zielführend. Alles klar, weiter geht's. Ja. Dass du in einer Hierarchie dich über andere stellen willst, absichtlich, und zwar aus ökonomischen Gründen, aus traditionellen Gründen, aus biologischen Gründen oder aus ökonomischen Gründen. Er hat auch gesagt, aus intellektuellen Gründen, das stimmt nicht, das ist falsch, weil das würde bedeuten, dass das eine Kompetenzhierarchie ist. Okay? Wenn du klüger bist als jemand, dann besitzt du, oder wenn du fähiger bist in irgendetwas, wenn du mehr Kompetenzen hast, dann ist das eine Kompetenzhierarchie, und eine Kompetenzhierarchie ist keine Machthierarchie. Alle anderen sind Machthierarchien. Ja, das ist natürlich offensichtlicher Unsinn. Ich wollte gerade sagen, ich kann dem nicht mehr folgen. Ja, das ist Unsinn. Natürlich hat der Chefingenieur mehr Macht in einer Kompetenzhierarchie. Darum ist er der scheiß Chefingenieur. Das Problem ist aber auch andersrum. Alle Leute, die mehr Macht haben, das ist ja auch mein Punkt, da haben mehr Kompetenz. Sozusagen, klar, jetzt kann man sich fragen, welche Kompetenz? Im alten Rom hat es weniger gezählt, dass du Mathematikaufgaben gut lösen konntest, anstatt, dass du Truppen führen konntest. Das ist sicherlich so. Aber das ist ja immer noch eine Kompetenz. Das ist halt nur nicht die Kompetenz sozusagen, die an der mathematischen Fakultät der Universität wichtig wäre. Aber es ist halt immer noch eine Kompetenz. Es ist halt Blödsinn zu sagen, dass sich Macht nicht eng an irgendeine Form von Kompetenz bindet. Jetzt kommen die gleich mit ihrem Erbe, nämlich manchmal, da können wir dann darauf eingehen, wenn es kommt. Ja, aber das ist keine Machthierarchie, sondern eine Kompetenzhierarchie. Und Kompetenzhierarchien dagegen haben wir Linke nichts. Ja, Kompetenzhierarchie ist kein Problem. Ja, Blödsinn. Zweifle das an. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist Blödsinn. Es ist halt deshalb Blödsinn, wie gesagt, weil diese Trennung von Macht und Kompetenz, das linke Weltbild dann geht davon aus, dass Leute einfach ohne Kompetenz an die Ränge der Macht kommen. Und das, sag ich, ist absoluter Quatsch. Es ist egal, wo ich hin... Also nicht, dass sie ran kommen, aber dass sie dahin gehören. Ich meine, du wirst das übrigens, ich hab mir diese zwei Minuten, die ich gesehen hab, aus dem Livestream. Ich guck dann immer bei Erwin auch, weil der hat teilweise einen ganz besonders interessanten Live-Chat. Und du siehst dann im Live-Chat irgendjemanden, ich glaube, da geht's um IQ in diesem Moment. Ja? Und um den, keine Ahnung, Vorarbeiter, ja, der halt möglicherweise auch nicht mit dem IQ von 140 gesegnet ist und deswegen halt Vorarbeiter ist. Und dann schreibt jemand in den Live-Chat rein, das ist Blödsinn, der wurde einfach nur nicht ausgebildet. Also auch, der gehört eigentlich auf eine höhere Ebene. Also, das ist ja generell so ein Problem. Ich erinnere mich da noch an so ein Gespräch von vor Jahren mit einem Kommilitonen damals. Der wollte im Grunde genommen, dass alle Menschen Abi machen, alle Menschen studieren, alle Menschen einen großartigen Job ausüben. Irgendjemand muss an der Kasse sitzen. Also eine Gesellschaft bestehend, oder du musst Leute importieren. Eine Gesellschaft bestehend aus Chefärzten funktioniert nicht. Das sind schon unveränderbare Eigenschaften. Okay, sagen wir mal, alles ist veränderbar. Jetzt nehmen wir mal den Erwin-Frame, alles ist veränderbar. Ja, okay, aber bevor es verändert wurde, sozusagen, die Leute haben ja trotzdem unterschiedliche Eigenschaften und jeder kann sich mit allem beschäftigen. Und ist denn sein Weltbild dann tatsächlich so, okay, es ist offensichtlich, dass ich klüger bin oder sonst irgendwas oder es ist offensichtlich, dass der andere stärker ist. Also geben wir dem jetzt die Kompetenz oder was? Oder geben wir dem jetzt die Macht? Das ist linkes Weltbild. Also jetzt haben wir hier Haftor Björnsen, der die helle Bade schwingen kann wie kein anderer und wir sagen jetzt, gut, Haftor Björnsen muss uns anführen. Das ist doch kein linkes Weltbild. Nein, das linke Weltbild ist, in die Chefetage gehört auch mindestens ein Anteil von 20% POCs. Qualifikation egal, also damit ist der Satz wendet. Bist du dir sicher? Er hat eher in der Bio zu stehen. Okay, aber da kommen wir jetzt noch in dem Video ausführlich. Alles klar. Mach weiter. Ich nehme immer das Beispiel, dass ich einfach sage, du willst ja nicht, dass dich ein Busfahrer operiert, wenn du dir ein Bein gebrochen hast. Du möchtest, dass das ein Chirurg macht, ein Arzt. Du möchtest ja nicht, dass das ein Busfahrer macht. Das ist eine Kompetenzhierarchie und die ist ja wünschenswert und normal und kein normaler Mensch, kein Mensch, der normal im Hirn ist, kann gegen Kompetenzhierarchien sein. Das ist ja lust. Natürlich willst du, das ist ja logisch. Ja, keine Frage. Es geht um die Machthierarchien, weil unser Problem von links ist, dass sowohl die ökonomische Hierarchie, wie auch die traditionelle Hierarchie, die biologische Hierarchie, dass diese Hierarchien eigentlich in Wirklichkeit nicht rechtfertigbar sind. Und das ist halt nicht Quatsch. Du hast einzelne Elemente darin, deren Platzierung fragwürdig ist. Das kommt immer vor, das stimmt. Aber im Durchschnitt, wenn ich da Großmessungen anstelle, dann kann ich dir sagen, äh, nee. Elaborier ein bisschen. Also was kannst du nur sagen, was würdest du beobachten und was könntest du dann sagen? Erstmal würde ich beobachten, also wir sehen das zum Beispiel bei uns im Bundestag. Bei uns im Bundestag ist die Rate der promovierten Menschen 20 Prozent. In der allgemeinen Bevölkerung ist sie 1 oder 1,5 Prozent. Das ist eine 20-fache Überzeichnung. Und das liegt daran, dass die Qualitäten, die jemand haben muss, um einen politischen Wettstreit gut abschneiden zu können mit Intelligenz, mit intellektueller Leistungsfähigkeit zu tun haben. Ja, arbeiten wir ja gerade dran. Die nach vorne gebracht werden. Jetzt sagen mir die Leute natürlich immer, aber guck dir die Grünen an, die kommen nur mit Schwachsinnsideen nach vorne. Ja, die haben inhaltlich oft Schwachsinnsideen, aber es liegt daran, dass deren Selektionsmechanismus andere sozusagen, dass das inhaltlich weniger wichtig ist. Was die Grünen halt besser können, ist sozusagen die Narrativformen, sozusagen sich von mir aus gut stellen, Verbindungen, Netzwerke aufbauen, aber das ist nur eine andere Form, sozusagen sich intellektuell zu beteiligen. Klar, die sind nicht so gut darin, Sinn in ihren politischen Reden zu machen, weil ihre Ideologie ihnen das verbietet, weil ihre Axiome ihnen das verbieten. Aber sozusagen, was die praktische, das praktische Winden nach oben angeht, was viel verbunden ist halt mit Netzwerken, mit Leuten ausboten und sowas, da sind die bestimmt sehr gut drin. Sonst wären sie da nicht. Ja, ja, da stimme ich dir zu. Okay, das ist aber eine Sache, die kannst du nicht über den IQ messen. Ja, doch, nicht nur, aber ich sag ja, 20 Prozent der Abgeordneten haben erstmal Doktor Titten. aber auch die verteilen sich ja ganz entsprechend übrigens der politischen Ausrichtung. Sie ist bei der CSU am höchsten, gefolgt von der AfD, gefolgt von der CDU und dann, glaube ich, kommt die FDP vielleicht die SPD ganz sicher. Also, selbst das kannst du in einem Links-Rechts-Spektrum, könntest du das aufzeichnen. Vielleicht, aber da sind die Quoten überall hoch, generell. Sicherlich, sicherlich. Ja. Das schreibe ich keine Ahnung. Ja, okay. Okay. Und der Punkt ist der, du hast das gerade ausgeführt mit Deutschland, das Beispiel, der Witz ist ja der, also jeder, der daran zweifelt, dass ein Doktortitel mit Qualifikation daherkommt und ein entsprechendes Amt und ein entsprechendes Amt, zum Beispiel im Bundestag, ebenfalls mit Qualifikation, also im Sinne von, äh, der, äh, kognitiven Leistungsfähigkeit daherkommt, der kann ja nie vergleichbar mit einem anderen Land. Ihr werdet sehen, rein zufällig wird auch, und ich habe keine Ahnung vom österreichischen Parlament, rein zufällig wird der Anteil der Doktoren dort auch höher sein, als in der durchschnittlichen Gesellschaft. Ja, aber man braucht auch nicht nur die Doktoren gucken. Allein die Tatsache, dass schon keine, sag ich mal, geistig Behinderten im Bundestag sitzen, weil sie das einfach nicht tun könnten, das steigert ja schon allein die Mikro. heutzutage, ja, schon, schon klar, ich meine, ich habe einen Witzlein gemacht, Schatti. Ich weiß, aber heutzutage fragt man sich's wirklich manchmal, aber, äh, allein dadurch halt ich, es finden sich in diesen, ja, es finden sich in diesen Sphären halt normalerweise keine geistig Behinderten, das heißt schon mal, die ganze untere, die unteren Sektionen sind ausgespart, allein das ist ja schon Selektionselement, das geht in beide Richtungen. die sind nicht rechtfertiger, ja, weil du kannst nicht rechtfertigen, deine, deine Herrschaft über andere, weil du sagst, ich habe eine andere Hautfarbe. Das ist keine Rechtfertigung für Herrschaft über Menschen. Okay, Erwin ist basiert, ich nehme das zurück, was ich schon gesagt habe. Keine Kompetenz, das ist ja keine, äh, das ist ja keine, äh, das zeichnet dich ja nicht, du kannst dadurch nicht etwas besser als andere. Hautfarbe ist keine, also, äh, Vorbedingung für Herrschaft über andere, das ist unfair. Genau das gleiche mit ökonomisch. Wenn du zum Beispiel irgendein Dödl bist, der einfach, sage ich jetzt mal, 10 Milliarden Euro geerbt hat, in deinem Leben hast du noch nie was gearbeitet, bist einfach der dümmste Sack dieses Planeten, bist einfach ein vollkommener Loser, hast aber 10 Milliarden geerbt und du stehst praktisch einfach mit 10 Milliarden geerbt, über 99 Prozent. Ja, solche Fälle kommen, kommen vor, das stimmt, also klar, kannst du einen inkompetenten Erben eines großen Vermögens haben und dann wird die Kompetenzhierarchie in gewissem Maßen infrage gestellt, sowas kommt vor, aber ich würde sagen, wir leben hier nicht in großen Erbschaftsverhältnissen, also diese Leute gehen dann meistens, ich würde nicht sagen unter, aber die rücken dann in die zweite Reihe. Wir sehen auch unter den, also immer noch unter den amerikanischen Milliardären sind irgendwie 40 Prozent oder sowas oder 50 Prozent auch self-made, klar die anderen Erben, aber es ist ja auch häufig so, dass die Erben dann immer noch eine gewisse Kompetenz mitbringen, schon weil sie die genetischen Voraussetzungen zum Teil von ihren Eltern übernommen haben, wie gesagt, es gibt eine Regression zur Mitte, aber auch dann, wie viele große Unternehmer Unternehmer-Dynastien gibt es, es gibt ein paar, aber es gibt auch immer viele, viele Newcomer, also Zuckerberg war, bevor er Zuckerberg war, nix, und das ist dasselbe, also Musk kommt aus einer relativ wohlhabenden Familie, aber auch nicht annähernd so wohlhabend, wie er jetzt ist, also da findet schon ein gewisser Wechsel statt, aber ich würde ja auch sagen, okay. Ja und das hat auch in beide Richtungen, also wenn du die Erbschaft antrittst von Musk zum Beispiel und du bist ein Vollidiot, dann wirst du ein sehr, sehr gutes Leben führen aufgrund der Kohle, deine Kinder werden das wahrscheinlich auch noch, aber irgendwann ist halt auch die Kohle weg, ich erinnere mich da an. Du kannst, vielleicht auch ist die Kohle nicht ganz weg, aber du kannst halt nicht ein sozusagen Firmenimperium dieser Größe und dieser Komplexität führen und den Aktienwert stabil halten, wenn du die Kompetenzen dafür nicht mitbringst, ja. Richtig, ich erinnere mich da an ein Beispiel von vor zwei Wochen, glaube ich, da gab es einen Lottogewinner, ich glaube, der hat neun Millionen gewonnen, er nennt sich Chico, ja, aus bla 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 Nordstadt, Duisburg, keine Ahnung, Nordstadt, irgendwas Nordstadt, Freunde, der Bezirk heißt Nordstadt und der hat sich als erstes zwei Sportwagen geholt, einer davon ein Porsche, also Essen, dankeschön, Essen Nordstadt, glaubt mir mal, glaubt mir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass Chico heute und diese Geschichten gibt es ja, da gibt es ja einige, da könnt ihr nachgoogeln, die Geschichten von Leuten, die Millionen gewonnen haben und vier Jahre später sich für Hartz IV melden mussten oder sowas, die gibt es ja und Chico wird genauso einer sein. Also, nur mal Geld zu ihm alleine reicht nicht aus, um bis ans Ende aller Tage dich und deine Nachfahren damit zu versorgen, es gibt halt Sterne, die leuchten ganz besonders hell, das ist dann zum Beispiel so ein Elon Musk, ja, der hat es halt irgendwie drauf, warum auch immer, auch wenn er ja selber, ich glaube, der ist da zum Beispiel, was den Maschinenbau oder sowas betrifft, ist der da gar nicht eingebunden. Der ist halt einfach ein cleverer Geschäftsmann und fördert die richtigen Ideen und setzt, weiß ich nicht, gute Anreize oder sowas. So, der leuchtet dann sehr, sehr hell, schaufelt eine Menge Kohle, aber die Kinder oder Enkelkinder müssen dann auch irgendwann mal was leisten. In der Regel ist das nicht so, du erbst nicht 500.000 Euro und damit ist dein Leben und das Leben deiner Kinder und das Leben deiner Enkel gesichert. auf Generationen. Ja, aber das ist auf die Frage, klar, also wenn mir jetzt Prototypia sagen würde, okay, aber ist es gerechtfertigt, dass jemand, der ein guter Geschäftsmann ist, der in dieser Kompetenzhierarchie ganz gut darstellt, wie Elon Musk, hundertzig Milliarden besitzt und jemand, der, sag ich mal, in der Kompetenzhierarchie heute Schädel gut vertrimmern zu können, sozusagen, was im Mittelalter eine sehr wertvolle Fähigkeit gewesen wäre, ist es dann gerechtfertigt, dass der sozusagen heute als Sicherheitsmann 8,50 Euro die Stunde verdient oder sowas. Gut, darüber können wir reden. Ist das gerechtfertigt? Aber es ist ja immer noch eine Kompetenzhierarchie. Das Einzige, worüber wir dann diskutieren, ist, nach welchem wir selektieren. Und das ist ja mein Punkt. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, nach welchen Kriterien wir unsere Hierarchien selektieren, wen wir nach oben lassen. Da kann mir, kann ich gewisse Argumente zulassen. Ich bin kein Freund abständiger Monarchien zum Beispiel, weil da halt Macht fest verabt wird in die Hände weniger kompetentere Leute. Das ist ein Erbe, das kannst du schlecht verspielen. Ist er denn, weiß ich nicht, Also klar, historisch gesehen hat das ja auch genau das die Instabilitäten hervorgerufen. Dass die irgendwelche Könige und Kaiser ihre Kinder, ihre weniger kompetenten Kinder zu Harschern gemacht haben und es dann halt kompetente Mitstreiter um die Macht gab und häufig wurden die dann halt auch abgesetzt. Klar, das klappt nicht jedes Mal. Manchmal geht die Revolution schief und du landest selber auf dem Choppingblock sozusagen. Aber eine Menge inkompetente Herrscher wurden einfach durch eine ambitioniertere aristokratische Klasse darunter abgesetzt dann. Ja. Weiter geht's. Der deutschen Bevölkerung in Deutschland, ja, du stehst über 99% dieser Leute mit dieser Erbschaft. Hast viel mehr Macht, kannst Einfluss nehmen auf die Politik, kannst Einfluss nehmen auf alles. Womit hast du das verdient? Womit ist das bitte gerechtfertigt? Ja, aber du kannst halt auch die Kohle nehmen und dir davon drei Sportwaren kaufen und eine Villa und stellst dann fünf Jahre später fest, oh, scheiße, die Villa kostet alleine, der Unterhalt kostet 80.000 Euro im Jahr und dann ist die Kohle, also, wenn du ein Vollidiot bist und du erbst, dann, okay, er macht jetzt hier das Beispiel mit Milliardären. Ja gut, deren Kindern wird die Kohle nicht ausgehen. Aber wenn wir jetzt mal was halbwegs realistischeres machen, ich meine, jeder würde sich freuen, wenn eine halbe Million Euro erbt. Die kannst du ohne Probleme innerhalb von vier Jahren in den Sand setzen die Kohle und dann hast du gar nichts mehr. Also auch diese Leute müssen eine gewisse Kompetenz haben, die Kompetenz, ein Leben zu führen, die Kompetenz, mit Geld umzugehen, zumindest in gewissem Maße, um davon dann dauerhaft was zu haben. Das Problem ist ja generell, ich gehe ein Stück weit mit. Du hast das gerade schon aufgemacht, das Fass, dann stand hier im Live-Chat, jetzt argumentiert, statt die Links. Die Frage, muss jemand 50 Milliarden besitzen? Die ist ja durchaus berichtigt. Ja, und meine Antwort lautet, das meine ich damit aber nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, oh, der besitzt 50 Milliarden, die müssen wir jetzt auf jeden Fall 20 abnehmen oder sowas. Ich, mir ist das nicht so wichtig, wie viel Geld jemand hat, wie viel Macht er aus diesem Geld schlagen kann, wie viel, sag ich mal, kultureller Macht er entfesseln kann. Das interessiert mich viel mehr. Sozusagen, ich würde, mein Ansatz wäre nie, oh, der hat jetzt eine Milliarde, die müssen wir auf jeden Fall armer machen. Meine Maßnahme ist immer, okay, ja, deine, dein Herrschaftsgebiet ist die Wirtschaft, aber ich werde sehr darauf achten, dass du damit sozusagen nicht in das, was mich am meisten interessiert, Kultur und gesellschaftliche Prägung und sowas, dass du da hineinstinkst zu sehr mit deiner Kohle. Gib das für deinen scheiß Sportwagen aus oder deine Villa, das ist eine Sache. Aber wenn du auf der kulturellen Platte mitspielen willst, dann will ich, dass meine Regeln gelten. Und das ist halt, ich meine, das alte Rom ist dafür ein Beispiel sozusagen, wie nicht nur Geld zählt. Klar, war das wichtig, Geld zu haben, sonst kam man nicht in den Senat. Aber sobald du da warst, du konntest der reichste Bürger Rom sein, du warst trotzdem immer nur so ein Spieler in der zweiten Reihe, solange du keine Eroberung machen konntest. Die mochten Eroberung, das war ein Kriegsvolk. So, in Kartago war das zum Beispiel, nicht. Kartago hieß, du warst der reichste, du warst der oberste. Das sind unterschiedliche Hierarchisierungen. Also, Rom und Kartago kann man nicht als linke Kräfte zeichnen, keinen davon. Aber, die einen haben halt sozusagen in ihrer Selektions, in ihrem Selektionsmedienismus ein Element eingefügt, das unabhängig von wirtschaftlichem Erfolg war. Und das ist was, worüber ich diskutieren würde. Jens schreibt gerade im Live-Chat wichtigere Frage, wie hat der 50 Milliarden bekommen? Bestimmt nicht ehrlich. Ich behaupte Folgendes, eine Milliarde oder 50 Millionen oder 100 Millionen, die kannst du nicht unehrlich verdienen. Du kannst durchaus Clan-Kriminalität oder so, naja, ich meine, was heißt, ja gut, das ist die Frage, was heißt ehrlich, was heißt unehrlich, aber ich würde nach meiner Definition Musk nicht abstreiten, jeden einzelnen Cent ehrlich verdient zu haben. und Milliardär wirst du nicht, indem du Leute beraubst. Aber ehrlich, das ist halt dann die Frage, ehrlich, das ist dann wieder systemische Parameter, das ist eine moralische Frage, was wir als ehrlich und was wir als unehrlich betrachten. Ja, hier steht gerade im Live-Chat Pablo Escobar. Ist das ein ehrlicher Mann gewesen oder ein unehrlicher Mann, Schatti? Er hat sich, das ist eine gute Frage, er hat sicherlich sozusagen sehr ehrliche Eigenschaften. Ich sag mal, Pablo Escobar hat nichts anderes gemacht als Musk. Das Einzige, was er hat, er hat einen Punkt, also erst mal zunächst, weil er, sein Claim to Fame war die Industrialisierung der Kokainproduktion. Und anstatt, er hat jetzt keine Elektroautos sozusagen industrialisiert, sondern Kokainproduktion. Das war sein, und dann hat er den Handel ausgebaut wie Jeff Bezos praktisch für Amazon. So, es war halt nur ein Produkt, bei dem er mit staatlicher Gegenwert zu rechnen hatte und deswegen musste er auch militärische Fähigkeiten ausbilden. Sozusagen kompetent sieht man in allen Linien, ja? Betrachten wir das jetzt als ehrlich, unehrlich, das ist scheißegal. Schwierig, ne? Das ist ein schönes Beispiel, Escobar. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. War das jetzt unehrlich oder nicht? Ich frage das gar nicht so einfach. Ehrlich, von mir aus ehrlich, es war halt unter Umständen nicht wünschenswert, weil es ein Selektionsmechanismus war, den wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass sich Leute mit einem Kampf sozusagen gegen den Staat, wenn wir Vertreter des Staates sind, nach oben, in einer Kompetenz-Hierarchie, in einer Macht-Hierarchie nach oben selektieren können. Natürlich, aus dieser Sicht war es, das ist dann nicht wünschenswert. Aber ehrlich, das setzt so einen stark moralischen Frame schon voraus. Letzte Wortmeldung, Gavrila Gould schreibt gerade, was ist mit irgendwelchen arabischen Scheichs? Also ich würde grundsätzlich sagen ehrlich. Ob das jetzt wünschenswert ist, ist eine andere Frage, aber ich würde grundsätzlich sagen ehrlich. Die arabischen Scheichs sind reich, weil sie in den 1920er Jahren die Stammeskriege gewonnen haben und dann in den 1950er Jahren glücklicherweise entdeckt haben, dass das Land, auf dem sie diese Stammeskriege gewonnen haben, Öl enthält. Es scheiß, ehrlich ist die falsche Frage. Ehrlich setzt voraus, dass wir uns über die Moral schon einig geworden sind. Wir sind uns niemals über die Moral einig. Wir müssen immer sozusagen da ansetzen. Wünschenswert. Das ist viel sinnvoller. Alles klar. Ich habe gerade gelesen, wir sind wohl bei Sekunde 46. Ich versuche mal den Erwin zu Wort kommen zu lassen. Dass dein Vater einfach Leute ausgebeutet hat, jetzt darfst du, der nichts getan hat, über andere herrschen. Weil was? Und deswegen sind wir Linken dagegen, weil wir sagen, das ist unfair. Jeder sollte die gleichen Chancen haben. Fangen wir doch alle bei null an, dann werden wir sehen, wer die meiste Kompetenz entwickeln kann. Und da ist das Problem, ich habe das fast gerade aufgemacht, sollte jemand 100 Milliarden besitzen, ich glaube, darüber kann man streiten. Jetzt ist aber das Gegenkonzept unstreitbar meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Weil welche Anreize setzt du? Erwin hat es gerade ausgesprochen. Fangen wir doch alle bei null an. Das heißt, du darfst gar nichts mehr vererben. Ja, wozu wurde das? Also, wieso willst du es bestrafen, dass Menschen sparsam sind und für ihre Erben vorsorgen? Und warum willst du das Geld dann Leuten zukommen lassen, die noch viel weniger dafür getan haben, als die Kinder von diesen Leuten? Und wie willst du verhindern, dass Leute dann zuvor ihre Kohle halt verjubeln? Also, wenn ich weiß, ich habe jetzt 20.000 Euro auf dem Konto und ich werde in den nächsten fünf Jahren versterben an Krebs, weil ich weiß, ich habe Krebs und ich habe noch fünf Jahre oder sowas. Und ich weiß, vererben darf ich es nicht. Ja, welcher Mensch lässt denn die Kohle dann einfach auf dem Konto und sagt, ja cool, dann kriegt es halt der Staat. Also, die Kohle, die du da aktuell rausholen würdest, du kannst nicht sagen, jedes Jahr werden in Deutschland 100 Milliarden feiert, ich kenne die genaue Zahl nicht, ja, die schöpfen wir jetzt einfach mal ab, weil es wären keine 100 Milliarden mehr. Die Leute würden Mittel und Wege finden, alles andere wäre völlig bescheuert, zumindest ein Großteil dieser Kohle in irgendeiner Form, legal, illegal, egal, am Ende noch um die Ecke zu bringen, damit der Staat es nicht einfach nimmt. Ja, erst mal das, natürlich, die Parameter verändern sich, aber auch, was er sagt, wir müssen nicht alle genau gleich anfangen. Der deutsche Staat hat ja schon gewisse, also schon gewaltige eigentlich, Schritte in die Richtung vorgenommen, dass selbst, also wenn wir nicht alle bei Null anfangen, sozusagen keinem die Aufstiegsmöglichkeiten so völlig abhanden kommt, ja, also Bildung ist hier frei und unabhängig, oder anders als in Amerika, ja, Schulpflicht besteht, es wurden schon eine Menge Maßnahmen gemacht, die das Startlevel realistisch, oder die Startbedingungen realistisch machen. Wir haben hier keine Frauen, die in somalischen Verhältnissen leben, von denen man sagen könnte, okay, es ist völlig egal, was sie können, die werden nicht aufsteigen, ja, das ist ja schon geschehen, von daher, ja, weiter. Wer nach vorne kommt, ist kein Problem, können wir gerne machen, ja, ich bin dabei, aber, aber wogegen wir Linken sind, sind diese Unfairen, oder Tradition so, es schaut, traditionell hat der Mann schon immer über die Frau geherrscht, das sagen wir, hey, komm, das ist ja doch unfair, warum machst du das, ja, warum, warum, warum machst du das, ja, und so weiter und so fort, aber gehen wir weiter, wir kommen noch dazu, glaube ich, Was ist eine Klientelklasse, das habe ich nicht verstanden, was meint er damit? Das ist halt eine revolutionäre Klasse, das ist das, die Leute, die du vertrittst, aber das führe ich jetzt auch noch aus. Was meint er, was meint er, was meint er mit Klientelklasse? Meint er sozusagen, so die Nomenklatura, Wählerschaft, Wählerschaft meint er, ja, Linke wollen Hierarchien abschaffen, das ist richtig, ja, und so ist auch einzuordnen, ob du rechts bist oder ob du links bist, ja, so ist auch einzuordnen, ob du rechts oder links bist, ja, wenn du dich für mehr Hierarchien einsetzt, also sozusagen, dass je weniger Leute, über mehr Leute herrschen, wenn du dich dafür einsetzt, dass es immer weniger Leute gibt, die immer mehr herrschen, dann bist du rechts, wenn du dich dafür einsetzt, dass immer mehr Macht dem Volk zukommt und dass Leute nicht über sie herrschen können, dann bist du links. Das heißt, Volksbegehren zum Beispiel, wie sie die AfD fordert, ist die linke Position. Wie gesagt, ich gehe da auch nicht mit, dass es das rechte Ziel ist, sozusagen immer mehr Macht in immer weniger Händen zu akkumulieren, das ist eine Degeneration des Systems, das will ich auch nicht, da gibt es große Probleme mit, das erzeugt Instabilitäten. Es kann schon ein Äquilibrium sein, in dem sich nicht weiter Macht nach oben oder nach unten verschiebt und in dem Macht auch in gewissem Maße verteilt ist. Wie gesagt, in der Hierarchieebene soll ja nicht nur die oberste Ebene aller Macht halten und die unterste Ebene gar keine Macht. Das ist ein gestaffelter Prozess. Ich bin nicht für zu große Machtkonzentration, halte ich auch für schlecht. Wenn du Hierarchien abbaust bist du links, wenn du Hierarchien aufbaust bist du rechts. So einfach ist es. Und das hat er schon mal richtig hingekriegt, das zu erklären. Das hat er schon mal richtig hingekriegt, bis auf diese Intelligenzgeschichte. Aber sonst hat er das richtig hingekriegt. Und das ist erstaunlich für einen Rechten. Ich habe das noch nie von einem Rechten mitbekommen, dass ein Rechter das so direkt heraus sagt. Weil Rechte wollen normalerweise herrschen. Aber er will einen Punkt machen, dass die Linken auch herrschen wollen. Und deswegen verschweigen sie das. Und als Rechte sollten sie dazu stehen. Finde ich gut. Steht doch dazu, dass ihr die Menschen unterdrücken wollt. Ja, weil das wollt ihr. Finde ich okay. Ja, nein. Wie gesagt, ich sehe Herrschaft als unabänderlich an. Es geht nicht anders. Kompetenzhierarchien bilden sich aus. Das ist ein Grundparameter der Menschheit, der sich nicht beenden lassen wird, ohne dass wir den Menschen sozusagen im Kommunismus des Seins in allen Aspekten gleich machen. Das ist weder wünschenswert noch realistisch zurzeit. Und wenn wir das schon akzeptieren, dass es Hierarchien gibt, Mache-Hierarchien gibt, dann geht es nur noch darum, welche Macht-Hierarchien es sein sollte. Das ist der Punkt. Und es geht nicht darum, die Leute zu unterdrücken. Nochmal, ganz kurz. Schaffi, möchtest du Leute unterdrücken? Das ist wieder die Frage, was ist Unterdrückung? Das Problem ist, was ich gute Herrschaft nennen würde, würde für ihn Unterdrückung sein. Was ich zumindest nicht meine ist, du kriegst jetzt meinen Stiefel ins Gesicht. Da. Ich herrsche über dich sozusagen. Das ist jetzt nicht diese Kindergartenvorstellung von ich geil mir einen darauf ab, dass ich über anderen stehe. Es geht hier nicht darum, persönliche Lust darum zu empfinden, in einer Hierarchie höher als andere zu stehen. Das ist eine Gefahr. Das kommt vor. Aber das ist keine gute Herrschaft. Gute Herrschaft ist im Dienste des Fortbestandes einer Sache oder im Dienste des Erfüllens einer Sache sozusagen, diese Macht-Hierarchie aufrechtzuerhalten. Sollte Erwin hierauf reagieren, dann lautet meine Frage in Bezug auf die Unterdrückung. Was ist Unterdrückung? Bei deinen demokratischen Betrieben sollte die Putzfrau ein Stimmrecht haben, wenn es darum geht, wie die neue Rakete konzipiert ist, die man in diesem Betrieb fertigt. Und wenn das für dich Unterdrückung ist, kommt ja noch. Alles klar. Alles klar. Dann haben wir ganz kurz hungriger Spinner für 1300 Bits. Vielen, vielen Dank. So, 170 Abos. Dann bis nächstes Spenden. Ja, ZwinkerSmile. Ja, bis zum nächsten Abzocker. Ja, lieber hungriger Spinner. Vielen, vielen Dank. Weiter geht's. Ich will es nicht. Ich bin links. Ich möchte, dass niemand Menschen unterdrückt. Und wenn du sagst, du bist dafür, dass man Menschen unterdrückt, ja, da steht zumindest dazu. Finde ich korrekt. Sie versuchen, die Hierarchie, die sich nicht abschaffen lässt, durch eine zu ersetzen, in welcher sie selbst oben stehen. Aber ich gestehe auch zu, dass die Linken selbst das anders sehen und fühlen mögen. Ja, ich will nicht zum Beispiel die Hierarchie abschaffen, um selber oben zu stehen. Ich bin dagegen. Es gibt aber Linke, die... Ja, warte mal, warte mal kurz. Also, sagt hier Erwin gerade durch die Blume, dass er nicht gerne eine Herrschaftsposition inne hätte? Das halte ich für gelogen. Ich meine, jeder möchte das gerne. Ich denke, er hat eine zu naive Vorstellung davon, was es heißt, Menschen zu unterdrücken. Wie gesagt, er sieht da einfach irgendjemand, der mit dem Stiefel in jemand anderes Gesicht tritt, aber selbst wenn nicht. Es mag sein, dass es Linke gibt, die ein ehrliches Interesse daran haben, einfach weil sie von ihrem Herzen gerührt sind, von der Armut anderer Menschen und denen helfen wollen. Das Problem ist, wenn ihre Hilfe effektiv ist, werden diese Menschen in den Augen derer, denen sie geholfen haben, sofort zur Autoritätsperson werden. Ich kann dir versprechen, wenn Sarah Wagenknecht hier irgendwas durchsetzt, den demokratischen Betrieb durchsetzt oder sonst irgendwas und es die erste Krise gibt in diesem Betrieb, dann werden die Leute nicht sagen, okay, lasst uns uns zusammensetzen und gucken, wie wir jetzt wählen. Die werden fragen, Sarah, was sollen wir tun? Weil die Leute eine natürliche, diese Kompetenz-Hierarchie auch für sich selbst verinnerlicht haben und sich an ihre Autoritäten wenden, in der Hoffnung, dass sie von denen beschützt werden, dass sie von denen angeleitet werden. Und das ist nicht zu verhindern, weil nicht alle Leute eben mit den gleichen Talenten und den gleichen Kapazitäten geboren werden. Oder auch selbst wenn sie damit nicht geboren werden oder sich aneignen in ihrem Leben. Tatsächlich so sind. Die tatsächlich so sind, ja. Das stimmt, da gebe ich ihm recht. Es gibt, ich habe mal, ich war letztens bei so einem linken Fest, ja, ich war letztens bei so einem linken Fest und da warte ich so, um aufs Klo zu gehen und da steht einer neben mir und ich komme so ins Gespräch mit ihm, werden wir im Klogang warten quasi. Und wir fangen an, über die Revolution anzureden und ich sage so zu ihm, ich glaube nicht an eine Revolution, Revolution ist ja vollkommen lost, das ist doch vollkommen eine Schwachsinn, Revolution, was für eine Revolution, ja. Da wirst du nur in den Tod geschickt und vor allem bildet sich dann wieder eine Elite, die herrscht. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, möchtest du schon wieder von der nächsten Elite beherrscht werden? Und dann hat er zu mir gesagt, wieso? Ich werde doch zu ihnen gehören. Ja, ich meine, das ist letztendlich das, was jeder denkt. Ich glaube nicht, dass ein Erwin ein Erleuchteter ist, der das nicht denkt. Also Diogenes, Diogenes dachte das, glaube ich nicht. Aber mir fällt keine andere Person aus der Geschichte ein. Ja, ich denke, Erwin hat auch so eine Zwischenposition. Erwin denkt nicht, dass er am Ende, also vielleicht nicht. Wenn Erwin ehrlich ist, dann denkt er nicht, dass er am Ende im Pupurmantel da sitzt. Aber er wird auch nicht sozusagen gar keine Stimme mehr haben, sozusagen. Ich denke, er stellt sich schon noch an seiner Welt vorimplizit, dass sein Wort Gewicht hat bei den Leuten. Ja. Ich sage schnell, dann habe ich mir gedacht, was? Junge, das ist dein Ernst? Du bist einfach links, damit du dich einfach sozusagen mit anderen einfach in deine Herrschaft heben kannst, damit du sozusagen ein, ja, ja, der war ein Tenki, der war ein Stalinist, der war ein, das ist Stalinist, ja, kann man sagen, ja, genau. Der war einfach so ein, so ein Stalinist halt, ja. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, oh bro, das ist einfach, und deswegen sage ich, Stalin ist nicht links für mich. Und diese ganze Sowjetunion und diese ganze Nummer ist einfach nicht links für mich. Du kannst ja nicht links sein, wenn du dich einfach über andere Menschen stellst. Ja. Das ganze Projekt der Sowjetunion ist halt darauf hinausgelaufen, dass auf dem, sozusagen mit dem Mittel einer Klientelklasse, von mir aus der Arbeiterschaft, der Bauernschaft, die im zaristischen Russland durchaus Unterdrückung empfunden hat, aber auch andere, sozusagen ausgestoßene Gruppen, also die Juden haben eine große Rolle gespielt bei der kommunistischen Revolution. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz unberechtigt aus Sicht der Juden. Die haben im Kaiserreich schon Druck bekommen, schon sozusagen Willkür erfahren. Ja, da haben die sich auch an was anderes orientiert. Die Leute folgen halt so in einem gewissen Maße Incentives. Also, oder er selbst war Georgier, Stalin, dann hat er viel Georgier nach oben gebracht. Erstmal, weil sie ihm die Loyalität geschworen haben und weil sie halt, weil die Georgier, war das günstig, dass sie jetzt, normalerweise wurden sie immer von den Russen beherrscht, weil es von den Russen, halt den ethischen Russen viel mehr gaben und hatten die eine Chance gewittert, nach oben zu kommen. Aber das ist halt das Problem, dieses, dieser naiver Glaube, die Hierarchien ließen sich abschaffen, sozusagen. Es gibt erstens Leute, wie Erwin schon sagt, die das ganz zynisch sehen und dann einfach nur noch auf dem Rücken ihrer Klientelklasse hart nach oben wollen. Oder die anderen, die tatsächlich helfen wollen, aber auch die werden freiwillig in Positionen der Macht gerückt werden und sich dann wieder mit Ungleichheit konfrontiert sehen. Das ist nicht auszulöschen. Frage an Erwin bezüglich der Hierarchien. Ich glaube, ich habe da eine sehr gute Frage gerade im Kopf. Jemand im Live-Chat gerade Erwin angesprochen und irgendwie irgendwas mit dem Stream oder so. Du könntest Hierarchien bei Twitch abschaffen, indem es kein Ranking mehr gibt bei den Leuten, die dir angezeigt werden. Ihr seht ja hier zum Beispiel auf der linken Seite des Browsers sind ein paar Gesichter, wovon zwei leuchten, der Rest nicht. Das sind, glaube ich, alles Leute, die gerade live sind oder zumindest ein Teil davon. Das ist sortiert nach Leuten und ihrer Gefolgschaft. Also da landest du nicht mit drei Abos und zwei Streams innerhalb von einem Jahr und jeweils zwei Zuschauer. Da landest du da nicht. Und man müsste ausblenden, wie viele Zuschauer du gerade hast. Denn auch danach wird natürlich gerankt. Da entsteht eine Hierarchie. Jetzt wäre die Frage, wenn man das Ganze abschaffen möchte. Ich finde, das ist ein recht gutes Beispiel, Erwin. Dann müssten wir dieses Ranking komplett abschaffen und wir müssten abschaffen, also A, nach Abonnenten zu ranken und nach den aktuellen Live-Zuschauern. Wie möchtest du dann den besten Content finden? Auf Twitch gibt es offensichtlich, denn ich weiß, dass ich zu den, ich glaube, null Komma irgendwas Top-Prozent der Streamern auf Twitch gehöre, mit den Live-Zuschauern, mit, jetzt gerade sind wir bei 948, da gehörst du schon zu dem, zu mehr als dem besten Prozent. Da bist du schon drüber. Das heißt, wir haben es hier offensichtlich mit zehntausenden Leuten zu tun, die auf Twitch streamen. Wie willst du denjenigen finden, der es gut macht, der es unterhaltsam macht, der es, ich weiß nicht, besonders clever macht oder so, wenn es eine derartige Hierarchie nicht gibt? Weil du bist ja gegen Hierarchien, Erwin. Wie würde das bei Twitch funktionieren? Was würdest du deinem eigenen Kanal gerne verordnen, damit diese Hierarchie aufgebrochen wird? Es geht halt nicht. Es geht nicht anders als durch Hierarchien. Auch psychologisch ist das eine schwierige Sache, was Erwin da vorschlägt. Sagen wir mal, er sagt, ja Kompetenz-Hierarchien dagegen hat der Linke ja nichts. Ja, okay, okay. Dann machen wir jetzt einen Start, von dem wir sagen, gut, hier ist nach Arvins Vorstellung tatsächlich, hier zählt Kompetenz. So, jetzt gibt es inkompetente Leute, die schneiden diesem Start halt Scheiße ab. Was glaubst du, Erwin? Werden diese Leute dann sagen, ja, okay, dann bin ich halt inkompetent, dann gehe ich nach Hause. Nee, die werden sagen, ja, das ist scheiße, der Start ist unfair. Ich bin kompetent, offensichtlich, aber ich komme halt nicht nach oben, weil das System unfair ist. Die werden psychologisch aus Stolz heraus den Schritt nicht machen können. Viele Leute werden diesen Schritt niemals machen und können sich einzugestehen, dass sie inkompetent sind. Eine Kompetenz-Hierarchie sozusagen, sie sei verwirklicht, das offeriert halt allen Menschen, die darin nicht oben stehen, nicht gut stehen. Die Gewissheit, dass sie scheiße sind oder dass sie inkompetent sind, das gesteht sich doch kein Mensch ein oder nur wenige in vollem Maße. Jetzt, wo du die Kompetenz wieder ansprichst, ein passender Beitrag aus dem Live-Chat von Hungerscode. Die besten Streamer sind meistens nicht die besten. Doch, sind sie. Die Frage ist, wie definierst du Beste? Selbst wenn du durch Hate-Watcher auf Platz 1 kommst, dann machst du irgendwas richtig. Also, du bietest den Leuten offensichtlich und selbst, wenn es ist, dass sie dich gucken, weil du so ein unfassbarer Schwachmat bist, du bietest den Leuten das, was sie haben wollen. Und entsprechend gehörst du mit, 50.000 Live-Zuschauen, ganz nach oben. Auch wenn das, was du produzierst, Blödsinn ist. Es ist das Beste, was die Büchstüte bieten hat. Das Selektionskriterium ist halt vielleicht eins, das dir nicht zusagt. Und der Rechte würde jetzt sagen, gut, dann müssen wir halt darüber reden, ob es sich lohnen würde, sozusagen, die Welt nach unseren Vorstellungen abzuwandeln, sozusagen, dass wir einfach ein System erschaffen, dem Aburant nicht nach oben kommen kann, wenn wir das wollten. Aber es ist dennoch ein Selektionsmechanismus, der sich hier ausgebildet hat. Die einzige Frage ist, ist der gut, ist der Wünschungsmittel, wollen wir ihn ändern? Das ist das Einzige, was wir machen können. Aber die Selektion gibt es immer. Ja. Der hat auch so definiert. Das ist die offizielle Definition von rechts und links. Du kannst einfach nicht links sein, wenn du dich über andere Menschen stellst. Das ist doch lost. Das ist ja gegen die Definition. Ja. Und er hat die gleiche Definition wie ich, und das ist auch die gleiche Definition, die auf Wikipedia steht. Das ist auch die gleiche Definition, die du im politischen Lexikon findest. Das ist die einzige echte Definition von links und rechts. Und mich freut es unglaublich, dass es endlich einen Rechten gibt, der dazu steht. Weil normalerweise wollen Rechte nie dazu stehen. Sie selbst mögen das nicht immer bewusst anstreben. Es ist nur zufälligerweise stets das Endprodukt Ihrer Bemühungen. Da würde ich auch nicht zustimmen. Es ist nicht stets das Produkt. Es gab auch egalitäre linke Systeme in der Menschheitsgeschichte. In Sparien, in Mexiko. Ja. Erstmal müsste man sich das jetzt angucken, müsste er detailliert ausführen. Aber wie lange hat sich irgendein egalitäres System irgendwo gehalten? Also, das ist ein bisschen wie die Libertäre. Wie viele freie Privatstellen hatten wir? Ja, Mittelhalter vielleicht ein bisschen was. Aber selbst da. Es gibt keine illegalitären Systeme. Und es hat einen Grund, warum es die nicht gibt. Ja. Und ich behaupte, wenn egalitäre Systeme allen anderen etwas voraus hätten, dann hätten sie sich bereits durchgesetzt. Er wird sich konkurrenzfähig sein. Darauf kommt er jetzt auch. Erwin würde jetzt sagen, ja, die wurden dann leider von rechten Kräften jedes Mal aus der Welt geschaffen. Ja, aber das konnten diese rechten Kräften nur dann, weil sie für sich besser selektiert hatten, sozusagen. Klar, wenn du eine Armee komplett egalitär fokussiert, die dann gegen ein strafgefühltes Recht herantritt, dann sind die morgen alle tot. Das war's dann. Ja, auch da ist wieder, ne, beste, qualifizierteste, die Frage ist halt, was suchst du denn gerade? Ja, suchst du den, der Köpfe spaltet oder suchst du den, der Raketen baut? Gerade bei Militär muss das nicht mal der Beste sein, dass es überhaupt einer den Befehl gibt, dass es nicht dieses Chaos entsteht. Ich sag ja, Militär, bei dem ich den Führer oder die Ringe lose, funktioniert einfach besser als ein egalitäres Militär. Nochmal bitte? Ein Militär, bei dem ich die Ringe, sozusagen wer General, wer Oberst, wer Leutnant ist, lose, komplett random entscheide, funktioniert immer noch besser als ein Militär ohne Hierarchie. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich meine, kann man das beweisen? Aber ich würde genau das erwarten. Genau das würde ich erwarten. Weil da sind zumindest die Rollen klar verteilt. Ich meine, du kannst nicht über jeden Scheiß demokratisch abstimmen. Das Einzige, was ich da sehe, ist halt, dass wenn du wirklich Pech hast und den Allerschlechtesten als General bekommst, dann könnte es vielleicht noch kämpfen. Aber ich selbst in dieser Situation, sage ich, dauert es zwei Wochen, dann bildet sich heraus, okay, wir haben hier einen sehr kompetenten Oberst, der selbst den General dann einfach ab. Also, das ist halt, das passiert von allein. Ja. In Rojava, an verschiedenen anderen Orten hat man es geschafft, linke Strukturen aufzubauen, ohne, dass sich eine Kaste von Führern ausbildet, die über den Menschen stehen. Ja, wo die Menschen wirklich anarchische... Ja, das sagt er jetzt so. Ich glaube, auch da gibt es den einen Ansprechpartner, wenn ich da jetzt wirklich was zu sagen hätte oder ich wäre jetzt Biden und hätte da eine Milliarde, die ich zu vergeben hätte, als Spende nach Rojava. Ich glaube, auch da gibt es dann den einen Ansprechpartner. Du wirst da nicht eingeladen in der Halle und dann sitzen dort, ich weiß nicht, wie viele Einwohner in Rojava, das haben wir mal 50.000 und dann sitzen da 50.000 Menschen und du musst dann mit denen klären, wie das Geld am besten, wofür eingesetzt wird und wer es jetzt erstmal bekommt und so weiter. auch da wird es irgendeine Form der Hierarchie geben. Punkt dir eine Schulklasse an, da gibt es keine explizite Hierarchie und trotzdem dauert es keinen Tag, dann hättest du herausgefunden, wer da das Sagen hat und wer nicht. Ja. ...Strukturen geschaffen haben. Ja. Wir meistens, lustigerweise, von außen... Und nochmal, also jetzt aus Standpunkt, aus der Sicht von einem Konservativen, ich möchte das festhalten im Gegensatz zu Schatib, wobei ich nicht weiß, ob wir da wirklich einen Clinch jetzt haben. Ich sage nicht, dass das so sein muss und nur so ist es gut oder so, es ist halt so und das funktioniert. Dieses System funktioniert halt. Es ist so und das Beste, was wir machen können, ist zu entscheiden, sollte es so sein, oder sollte es etwas anders sein? Also im Sinne von, sollte dieses Selektionsmechanismus herrschen oder sollte ein anderer Selektionsmechanismus herrschen? Dass einer herrscht, unvermeidlich. Dass Hierarchien sich ausbilden, unvermeidlich. Ja. Durch irgendwelche Kapitalisten zerstört, ja, und bombardiert und zerlegt und ermordet. Ja. Aber, dass es nicht funktioniert, ist nicht gegeben. Ja. Es kann funktionieren. Solltest du was sagen? Ja, nee, hatten wir schon alles. Hier hätten wir schon das erste Schizo-Element. Denn wie gesagt, ich glaube, das ganze linke Projekt war immer und wird immer eine Psy-Ops sein, Machtstreben zu verschleiern. Weshalb es vor der jüngeren Neuzeit, die dies erst nötig machte, auch keine wirklich großen linken Bewegungen gab. Okay, das finde ich nicht. Also jetzt, um uns zu unterstellen, dass wir das alle verschleiern wollen, das glaube ich nicht. Weil es gibt bei uns Leuten, ja, es gibt bei uns Linken, Linken, gibt es ja Kommunisten, gibt es Anarchisten und so weiter, Leute, die das nicht wollen. Ja? Die was nicht wollen? Die sagen, ich will das nicht. Du müsst jetzt in irgendeinem Fall erstmal den Beweis erbringen, dass sie das tatsächlich nicht wollen. Es gibt da drei Kategorien. Die Leute, die das insgesamt ganz, ganz genau wollen, das zynisch machen. Die Leute, die das, die sich nicht so bewusst sind, aber bei denen es schon klar ist, dass die ein Interesse daran haben. Und es mag auch die Ehrlichen geben, aber ich sage ja auch die, selbst wenn du die ehrliche Seele hast, die wirklich kein großes Harnschaftsinteresse hat, die wird unfreiwillig in eine Harnschaftsposition hineingedrängt werden, wenn sie erfolgreich ist. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und dann ist auch die Frage, verändert nicht die Position, die du dann hast, auch dein Charakter etc. und sowas. Selbst wenn du da nicht mit dem expliziten Ziel reingehst, was die meisten wahrscheinlich implizit schon tun, gerade wer es bei den Linksliberalen sieht, dann ist das ganz eindeutig. Das ist einfach zynische Moralisierung. Die wollen alle an der Macht sein. Aber selbst wenn du es nicht willst, bringt dir das nicht viel. Explizit nicht wollen. Die sagen... Erwin hat übrigens vor ungefähr drei Monaten die Macht, den Livestream von jemandem striken zu lassen, der wohl, laut Erwins Aussage, wiederholt auf Erwins Videos reagiert hätte. Und ich glaube, der Vorwurf war, er hat dazu wenig einen... Ne, der Vorwurf war, der streamt einfach nur meine Videos und hat im Grunde, außer was für ein Idiot oder irgendwie sowas in der Art, hat er dem nicht viel hinzuzufügen. Also, für Erwin hat dieserjenige nicht genug Content produziert. Und darauf hat er ihn striken lassen. Und das war auch erfolgreich. Und was ist passiert? Der hat seinen Kanal verloren. Der hat möglicherweise sogar seinen Kanal verloren. Im Live-Chat wissen die Leute vielleicht besser Bescheid. Ne, da hatte Erwin Macht, offensichtlich, weil sonst wäre das ja nicht passiert und der hat sie ausgenutzt. Aber Erwin will ja angeblich gar keine Macht haben. Ich meine, an der Stelle wolltest du sie dann doch haben und du wolltest sie auch benutzen und hast sie benutzt. Warum hast du die Sache nicht einfach laufen lassen? Warum hast du es nicht demokratisch entscheiden lassen? Na ja, gut, klar. von mir aus, ja. Einfach so, nein, wir wollen keine Herrschaft. Wir wollen wirklich eine Rätedemokratie oder eine Basisdemokratie. Okay, okay. Maluk schreibt gerade, war nicht erfolgreich. Kier Punkt, Punkt, Punkt. Also, das ist derjenige Streamer, um den es hier gerade geht. Hat Einspruch eingelegt und bekam Recht. Gut, dann bleibt es da dabei. Erwin hat das zumindest versucht. Und das reicht. Er hat versucht, seine Macht auszunutzen. Die Macht, etwas melden zu können. Und das Ganze wird dann erstmal ernst genommen. Er hätte die Sache einfach laufen lassen können. ganz nicht demokratisch, sondern im Sinne von, naja, macht doch alle, was ihr wollt. Ich werde meine Machtposition nicht ausnutzen. Ja, selbst wenn er damit gescheitert ist. Er hat es zumindest versucht. Wie auch immer, Hauptsache nicht jemand herrscht über wen anderen. Ja? Das stimmt nicht. Wo ich ihm aber recht gebe, und ich glaube, hier macht er einen riesengroßen Fehler. Hier macht er einen riesengroßen Fehler. Er macht nicht die Unterteilung in Linke und Linksliberale. Der große Fehler, der allen Rechten passiert. Die Linksliberalen, sprich Grüne, SPD, leider auch mittlerweile große Teile von Die Linke, das sind diese Leute, die tatsächlich an die Macht kommen wollen, aber so tun, als würden sie die Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit aller Menschen wollen. Ja? Das ist einfach der Punkt. Das ist das Problem. Die Linksliberalen sind tatsächlich Leute, die vorgeben, dass sie links sind und dass sie sich für die Gleichwertigkeit aller Menschen einsetzen, aber in Wirklichkeit wollen sie nur an die Macht. Und wenn sie dann an der Macht sind, agieren sie genauso wie die Rechten. Siehe die Grünen jetzt gerade im Moment. Ja? Das stimmt. Sagt denn Erwin, der natürlich nicht ein solcher Linksliberaler ist, aber er him in der Bio zu stehen hat. Ich verstehe es nicht. Ja. Er ist halt auch, also er framt sich da sozusagen, ja, die richtigen Linken, die wollen keine Macht und die, ja, also historisch gesehen hat... Ja, ein bisschen ein falscher Schotte, ne? Kein wahrer Schotte heißt es, glaube ich. Genau. Erstmal sehen sich die ganzen Linksliberalen ja nicht in dieser Position. Die sehen sich nicht so, wie Erwin sie beschreiben würde und wir haben das jetzt schon tausendmal ausgeführt. Ja, für die ist halt Erwin der Ketzer. Also, was ist denn jetzt die objektive Wahrheit? Ja, für die bist du jemand, der in Wirklichkeit nach was ganz anderem strebt, als du vorgibst, zu streben. Ja, natürlich nach rassischer Dominanz, weil er die, die, die... Also, er ist ja ein halbwegs Weißer oder sowas, also Europäer und dass er die POC-Unterdrückung nicht anerkennt, ist natürlich sein Instrument, seine weiße Macht zu sichern. Also, so würden die argumentieren. Ja. Diese Leute gebe ich vollkommen recht und das ist auch meine Kritik an den Grünen. Das ist auch, warum ich die Grünen für eine rechte Partei halte. Absolut. Also, nochmal. Stalin war rechts, die Grünen sind rechts. Die Frage ist natürlich immer, wie wir es wünschen hatten, ja, was heißt denn das jetzt? Aber irgendwann wird es albern. Also, irgendwann wird es für die normalsterblichen Menschen wird es albern, wenn die Grünen jetzt schon rechts sind. Das ist halt Thilo Jung-Logik. Die DDR war rechts, weil sie ein autoritärer Staat war. Sozusagen. Das Problem ist halt, die sagen halt, ja, wir wollen keine Hierarchien und alles, was eine Hierarchie ausbildet, ist dann rechts. Das Problem ist, dass sie dann niemals, sie finden dann niemals was auf der Welt, was keine Hierarchien ausbildet und deswegen bleibt das Linke dann stets theoretisch, rein theoretisch. Ja. Diese Leute sind genauso, wie er es sagt, das stimmt. Deswegen kritisiere ich sie auch die ganze Zeit. Aber das ist nicht der Punkt, auf welchen ich im heutigen Video hinbekommen. Also, so shit, so ist das gar nicht. Dieses Schizo-Lefti würde ich auf die, wenn wir das auf die Linksliberalen, die ich gerade benannt habe, hinbringen, also Linksliberale, für alle, die es nicht wissen, Linksliberale sind praktisch progressive Neoliberale. Es sind progressive Neoliberale, die für den Kapitalismus sind einerseits und für die Knechtschaft durch den Kapitalismus, aber auf der anderen Seite sind sie so für die Freiheit im Gesellschaftlichen. Das heißt so pro LGBTQ, also so pro Homo-Ehen, pro ... Warte mal, also für die Freiheit bin auch ich, ich bin auch dafür, dass jeder frei entscheiden kann, was er machen möchte. Da würde ich jetzt gar nicht so, so dagegen sein. Ich denke schon, dass die, also, dass die, dass die Linken von eins, sozusagen, die haben den Markt ehrlicher abgelehnt, als das die Pseudolinken oder die Linksliberalen von heute tun. Also, man hat ja gesehen, die Sowjetunion hat ja den Markt tatsächlich abgeschafft. So, jetzt sind die Grünen dran, die SPD oder die ganzen Leute, also der Typ, der da jetzt im Bundestag sitzt, hier der Queerbeauftragte, der sich 10.000 Euro im Monat dafür zahlen lässt, dass er auf Grindr, äh, sich den nächsten, sich die nächste Nummer schieben lassen, äh, organisieren kann, ja, der, der wird, der ist an einer Gleichheit nicht interessiert, der ist auch nicht am Abschaffenden des Kapitalismus interessiert, dem wird's niemals besser gehen, als jetzt. Ja, aber Schatti, liegt das auch ein Stück weit daran, dass die Wirtschaft ja in deren Sinne bereits unterwandert ist? Gendersprech bei Siemens, Gendersprech bei Audi, okay. Ich würde das halt gleich, ich sag ja auch, wie gesagt, es besteht halt mehr Spannung zwischen dem Arbeiter und dem Fabrikant als einer LGBTQ-Person. das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, ein sehr, sehr schöner Punkt, ja. Gegen Rassismus, für Feminismus und so weiter, ja, also progressive Neoliberale, und die sind nicht das Gleiche wie die Linken, ja, die sind nicht das Gleiche, sie geben sich für Linke aus, sie geben sich und sie geben sich auch für solche aus, die gegen Rassismus wären. Ich meine, guck dir doch mal an, wie unterschiedlich bei diesen Leuten es gewertet wird, wenn es zu einem Todesfall kommt, wenn Täter und Opfer einer entsprechenden Ethnie entstammen. Also, sie tun so, als wären alle Menschen gleich und alle Menschen wären gleich zu sein, aber dann gibt es gleichzeitig wertvollere Opfer und weniger wertvolle Opfer. Und es gibt dermaßen wenig wertvolle Opfer, dass man sie halt gar nicht erwähnt. Die würdigt man mit keiner Silbe. Und andere, die sind so wertvoll, dass man darüber Bücher schreiben muss. Genau, das ist halt, sie haben eine Klientelklasse, das sind die Nicht-Weißen und die müssen sie nach vorne bringen, sozusagen, das ist deren Machtgrundlage. Und weil man das halt, die wären ja nur einfache Rechte, wenn sie sagen, gut, ja, wir sind halt für die, die POCs, wir sind jetzt die Aristokraten der POCs und ihr seid die Aristokraten der Weißen, machen wir halt einen Kampf. So hat das die Menschheit immer gelöst. So, aber die haben jetzt halt einen Trick halt gemacht, wir sind, die POCs sind unsere Klientelklasse, aber das können wir nicht so einfach behaupten. Wie gesagt, wir müssen diesen, diesen altruistisches, dieses altruistische Element, dieses generalisierende, moralisierende Element einfügen, weil das die Grundlage unserer Softpower ist, sozusagen, ja, wir sagen nicht, wir sind für die POCs, das ist einfach unsere Interessenklientel, nein, alles, was dagegen ist, ist dann Rassismus, sozusagen, das ist ein allgemeingültiger, moralischer Start, und das funktioniert sehr gut. Das ist ein sehr gutes Psyrup gewesen, ähm, hat die Menschen einfach im Sturm erobert. Ja. ...sich für Linke aus, so wie die Grünen sich für Linke ausgeben, ja, warum tun sie das? Sie tun das deswegen, um das System zu stabilisieren, weil die Linken sind gefährlich für das System des Kapitalismus, ja, weil sie sind tatsächlich gegen Hierarchien und tatsächlich gegen den Kapitalismus. Die Linksliberalen hingegen schaffen, also die progressiven Neoliberalen, schaffen eine Scheinlinke, die die Linken wählen können, und sie sich so fühlen, als würden sie tatsächlich was gegen das System tun, dienen aber nur dem System damit, tatsächlich, ja, und deswegen kritisiere ich auch, deswegen sage ich, die Linksliberalen sind die größte Gefahr für uns Linke, ja, weil bei den Rechten wissen wir, sie sind Rechte, da gibt es keine zwei Meinungen, das sind Rechte, und wir wissen, wofür sie stehen. Viel schlimmer sind die Rechten, die wir für Linke halten. Das ist das Gefährliche, ja, das ist das wirklich Gefährliche. Und diese Verwechslung passiert aber die ganze Zeit, weil man eben diese Lüge erzählt hat, dass die Grünen links sind, sage ich mal, und darauf fallen alle rein, dass die Links- und Linksliberalen nicht mehr unterscheiden können, ja, da fallen nicht nur Rechte drauf rein, und da fallen auch Linke darauf rein, ja, und das ist eine Katastrophe. Ausfällt. Für mich sind das immer noch beides, sind das immer noch beides Linke, die Altlinken, die unterscheiden sich halt dadurch, dass deren Klientelklasse die Arbeiter sind, die armen Leute, sowas halt, ökonomische Parameter dafür nehmen. Aber auch da, zwischen denen gibt es immer diesen Klassenwiderspruch, das kommt auch noch. Das ist deren Klientelklasse, und die der neuen Linken, deren Klientelklasse sind halt, die Schwulen, die Buchstabenmenschen, sowas. Aber beide, können sich halt nicht einfach in der klassischen Rechtenmanier bekennen, ja, ich bin halt der Anführer dieser Klientel, so, wir erstreiten uns jetzt den Sieg. Das wäre der rechte Modus operandi. Nein, die machen halt beide dieses allgemeine moralisierende Element, dieses allgemeine herrschaftsabschaffende Element. Die gehen halt nicht daran und sagen, ja, die POC sollten herrschen, Ende. Also, so wie das ein afrikanischer Nationalist vielleicht machen würde. Die gehen daran, sozusagen, niemand sollte herrschen, und das Ergebnis wird dann daraufhin, also, es wird versucht, dass auf das Ergebnis hinzunehmen, zu wirken, dass halt die Anführer der Klientelklasse dennoch herrschen. Und das ist das Problem. Und das passiert auch bei den klassischen Linken immer und immer und immer wieder. Ich habe einmal kurz den Don Curry Wurst für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Nur um kurz daran zu erinnern, da gab es doch mal eine Abstimmung zum Content von Erwin, bei der Erwin die Abstimmung dann ignoriert hat. Das ist ja hochgradig interessant. für jemanden, der alles demokratisch gestalten möchte. Nein, nein, das war auch... Ganz kurz, ganz kurz, klar, ohne Erwin gäbe es das Format nicht. Er versteht offenkundig schon Hierarchien. Vielen Dank beim Beleobob. Schatti. Ja, das war... Er hat dann mal gefragt, den Streamline gefragt, okay, soll ich den Stream monetarisieren und das Geld dafür benutzen, demokratische Betriebe aufzubauen? Und der Chat hat gesagt, nee, lass mal, Bro. Und Erwin hat... Oder soll ich den Stream monetarisieren? Und der Chat war dagegen und dann hat Erwin gesagt, nee, komm, ich mach das jetzt, weil ich setze das für eine gute Sache ein, ich setze das für demokratische Betriebe ein. Ja, und das ist das halt. Wenn es halt nicht so läuft... Wie viele demokratische Betriebe hat er seitdem gegründet? Genau, also wie viele... Erstmal das und zweitens, man sieht es ja, sobald es irgendeinen Widerspruch gibt in deinem demokratischen Betrieb zwischen dem, was die geistig aktive, ambitionierte Leute darin wollen und was die anderen wollen, dann setzen sich die geistig Ambitionierten einfach durch, weil die nicht auf irgendwelche Schlafis warten wollen, die die ganze Zeit da im Zweifel leben oder ihre eigenen Interessen verfolgen. Das ist halt... Das bricht alles zusammen, sobald es auf die Probe gestellt wird. Auf die Probe gestellt... Und deswegen will ich auch keinen demokratischen Betrieb. Das würde eine endlose Politisierung des Arbeitswesens bedeuten, weil das... Du gehst dann zur Arbeit, also wenn du deinen demokratischen Betrieb gründest, Erwin, dann hast du einen Angestellten wie mich, der dich da rausdrängen will, einfach aus Machtstreben heraus, sag ich mal, weil ich im Fieser Sack bin. So, ich fang dann an, die Arbeiter während meiner Arbeitszeit schön zu agitieren gegen dich, schön zu sagen, diese Entscheidung war schlecht, seht ihr nicht, dass die Entscheidung schlecht war? Ich würde ihn ins Ohr flüstern, seht ihr nicht, seht ihr nicht, was er tut? Das ist für mich, wenn er mich da oben bringt. Du willst doch nicht so einen Arbeitsplatz haben. Das ist doch irre. Das ist... Also Politisierung ist den Menschen doch unangenehm, explizite Politisierung. Das tut aber was nicht anders geht. Aber jetzt auch noch den Arbeitsplatz zu politisieren und dann jeden Tag diesen Kampf auszuregen, da die 51% zu halten, damit man auch seine Entscheidungen durchsetzen kann, da wirst du doch wahnsinnig. Dann habe ich noch Don Currywurst, ebenfalls für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Schatti und Kaspar versus Erwin wirkt wie einen, ich entschärfe das mal ganz kurz, wie einen Unterlegenen zu vertrimmen. Vielen, vielen Dank. Don Currywurst, weiter geht's. Vielmehr möchte ich heute den Klientelaspekt betrachten, welchen dem linken Handeln zugrunde liegt. Es ist ja offensichtlich, dass es für unseren politischen Gegner immer eine revolutionäre Klasse gibt. Einst waren dies die Arbeiter, heute ist es eine Koalition aus Migrantenfrauen, nicht-heterosexuellen, etc. Es war offensichtlich, dass es für unseren politischen Gegner immer eine revolutionäre Klasse gibt. Einst waren dies die Arbeiter, heute ist es eine Koalition aus Migrantenfrauen, nicht-heterosexuellen, etc. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Schatti. Ich glaube, da sind die falschen Worte gewählt, aber ich glaube, er will sagen, dass sie weggekommen sind, dass sie, er ist dem Eatball voll aufgelaufen, ja, der beschäftigt sich mit Linken. Er glaubt, dass... Dem was? Idpol? I-D-P-O-L. Weißt du, was das ist? Nee, keine Ahnung. Okay. Er vermischt komplett Linksliberale und Linke. Ja, er glaubt, dass die Leute mit der Identitätspolitik... Ja, gut, und für Erwin sind halt sogar die Grünen rechts. Also, gut. Ich denke, dass das Linke sind. Linke sind die mit der Kapitalismuskritik, das sind nicht die gleichen. Ah, Identity Politics. Idpol ist Identity Politics. Also, dem bist du aufgesessen. Er ist dem Idpol voll aufgelaufen. Ja, wie gesagt, als würde das nicht tatsächlich stattfinden. Das Einzige, worüber er sich hier beschwert, ist halt, er sagt zu sagen, ja, die haben die revolutionäre Klasse ausgetauscht und das gefällt ihm nicht, zu sagen, er sagt, das ist nur seine revolutionäre Klasse, die eigentlich revolutionäre Klasse ist. Das ist das, was er da sagt. Okay, also sind wir wieder bei kein wahrer Schotter? Ja. Okay. Ja, das ist ein bisschen, das ist sehr schwierig hier an der Stelle. Die Altlinken vom Schlage einer Sarah Wagenknecht sehen, so schwierig ist das eigentlich nicht gewesen. Ich meine, genau so, wie Schatti es gerade geschildert hat, exakt so ist es. Darin eine Schwäche. Sie meinen, soweit ich das überblicke, die Linke hätte ihren Ursprung vergessen oder verraten. Ja, klar, natürlich. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt Linke, die setzen sich für die Arbeit ein oder für die Arbeiterklasse und auch Migranten und LGBTQ-Leute oder wer auch immer, die können ja auch Arbeiter sein. Da fällt mir übrigens gerade auf, die können ja auch Arbeiter sein und allein schon, weil ich es im Stream bisher nicht bemerkt habe, ich weiß noch, bei meiner ersten Reaction damals auf Erwin, als ich mich das erste Mal mit Erwin ein bisschen beschäftigt hatte, hat er noch gegendert in seinen Streams. Das hat da komisch aber auch eingestellt. Also in seiner Bio steht noch, er immer war das Gendern. Also offensichtlich ist da, was dran an diesen Leuten, die sich da ihre Klientel zusammenbasteln und diese zufriedenstellen wollen, zum Beispiel indem sie gendern. Ja, und immerhin ist dann Erwin so ehrlich, hat das anscheinend durchschaut, hat anscheinend durchschaut, dass ITPOL, wie es gerade im Live-Chat genannt wurde, tatsächlich existiert und distanziert sich jetzt davon. Können ja auch Arbeiter sein. Das ist einfach nur, wie gesagt, was ich gesagt habe. Die streiten sich darum, was die richtige revolutionäre Klasse ist. So, du kannst natürlich nicht allen gerecht werden. Er hat sich da für die Arme entschieden. Die anderen haben sich, wie ich denke, machtpolitisch günstiger für den Rest entschieden. Für die braunen Leute und die schwulen, was weiß ich. Ja. Arbeiter bist du dann, wenn du kein Eigentum besitzt, sondern nur deine Arbeitskraft verkaufst. Da bist du Arbeiter. Ja, das heißt, sobald du, na, weiß ich jetzt nicht. Also wenn du, und soweit ich weiß, achso, okay, okay. Nur dich selbst hast, dass du dich sozusagen für einen Lohn verkaufst und deine Arbeitskraft für einen Lohn verkaufst, bist du ein Arbeiter. Und es ist vollkommen egal, da fragen die Leute, bist du Angestellter oder bist du Arbeiter oder so Proletariat gibt es ja gar nicht mehr. Natürlich gibt es das alles. Sobald du lohnabhängig bist, bist du einfach ein Arbeiter. Gehörst du zur Klasse? Das ist einfach kein gutes Kriterium. Das bedeutet einfach, dass jemand einen Bäckereibetrieb hat, mit drei Angestellten, der Produktionsmittel besitzt, sozusagen Bourgeoisie ist und jemand, der, wie gesagt, der CEO der Bank of America, der nur ein Gehalt bekommt, der keine einzige Aktie besitzt notwendigerweise, der 30 Millionen im Jahr verdient, ein Arbeiter ist. Das macht halt einfach keinen Sinn, das so zu legen. Das bedeutet, wenn ich einfach ein normaler Angestellter bin und kaufe mir eine Aktie, bin ich Bourgeoisie. Das ist Quatsch. Also das ist keine gute Unterscheidungskriterium. Besseres Unterscheidungskriterium ist, wie viel Macht jemand hat. Und Geld ist ein gutes Kriterium für Macht. Das ist nicht das Einzige. Also gerade unsere Ecke hier. Wir haben nicht besonders viel Geld. Wir haben wesentlich mehr Meinungsmacht, als wir Geldmacht haben. Deswegen, ich halte das für Unsinn, diese klare Unterscheidung mit besitzt Produktionsmittel oder besitzt keine Produktionsmittel, stellt Leute an, stellt keine Leute an. Das ist halt, das führt so schnell zu grotesken Unterscheidungen, dass ich es für sinnlos halte. Man sollte es einfach nur auf dieser Skala und Ebene Macht sehen. Und Geld ist ein gutes Kriterium für Macht. Oder Besitz. Nicht das Einzige, aber es ist eins. Ja, ich meine, heutzutage ist das ja so, wir sind ja so weit, dass bei Betrieben wie zum Beispiel Audi oder BMW, da verdienst du, selbst wenn du da in Anführungszeichen einfachst, ich will da jetzt nicht eine Abrede stellen, dass die Leute da einen harten Job machen, aber in Anführungszeichen einen einfachen Job ausübst, dann wirst du exzellent entlohnt. Also frag mal den Kfz-Mechaniker, der bei Audi arbeitet, ob er tauschen möchte, den Job zukünftig drei Straßen weiter, da ist der Arbeitsweg sogar noch kürzer, bei dieser einen Kfz-Werkstatt, die typenoffen ist, ob er nicht lieber da arbeiten möchte. Ja, erst mal das und dann auch die Frage, sagen wir mal, BMW hat jetzt eine Million Aktien und die befinden sich komplett im Streubest. Das heißt, es gibt eine Million Menschen, die eine Aktie besitzen. Wer ist jetzt die Bourgeoisie in diesem Beispiel? Für Erwin wäre es effektiv immer noch der CEO von BMW, weil der halt auch das repräsentiert, das kulturell repräsentiert, was er nicht mag. Aber es ist halt, für einen Erwin wäre es schwer darzulegen, mir, wer die Bourgeoisie in einem Beispiel ist mit einer großen Firma, dessen Aktien sich weitgehend im Streubest befinden. Da gibt es keinen, also du kannst natürlich sagen, schön, jetzt ist dieser eine Aktieninhaber, der ist Mitglied der Bourgeoisie, aber der verdient unter Umständen weniger, als der CEO. Das macht doch keinen Sinn. Also so läuft das nicht. Der Besitzlosen oder der Eigentumslosen, du bist einfach ein Arbeiter. Und wenn du Eigentum besitzt, also Fabriken und andere Dinge, wo du andere Menschen ausbeuten kannst, dann bist du einfach ein Kapitalist. Da bist du die Kapitalistenklasse. Ganz einfach. Ja, ist wieder reinstes Framing, weil auch der CEO von Audi, man müsste mir jetzt mal genau endlich mal definieren. Er hat keine Produktionsmittel. Ja, aber selbst wenn er sie hätte, selbst wenn er sie hätte, Schatti, wenn du bei Audi arbeitest, als Kfz-Mechaniker, erklär mir bitte, wie dieser, also Ausbeutung, es hat immer so ein großes Wort, was gewisse Leute um sich werfen, das geht für mich eigentlich mit Manchester-Kapitalismus und dem, was war es, ich glaube, der Weber-Aufstand, 1700, 1800, irgendwas, einher, also Leute, die wirklich arbeiten gehen, damit sie dann am Abend was zu essen haben, was sich in dem Umstand stecken kann. Auch der Weber-Aufstand war keine Ausbeutung. Die Weber wurden ja nur arm, weil es eine technologische Neuerung gab. Es gab ja keinen, der sich ihnen gesagt hat, jetzt unterdrücke ich die Weber. Es kam einfach die Spinning Journey und dann konnten sie nicht mal, also die waren nicht mehr kompetitiv. Da hat sie auch keiner hingesetzt und gesagt, ha ha ha, jetzt wird unterdrückt. Das ist, niemand hat es beabsichtigt, dann ist es passiert. Ich allerdings würde argumentieren, dass es für den politischen Erfolg und auch für die Art des Erfolges erstmal günstiger ist, sich umorientiert zu haben. Nein, das würde ich auch nicht sagen, weil wenn du einen politischen Erfolg danach bemisst, wie viele Leute dich wählen, dann hast du recht. Aber wenn du danach bemisst, dass in Wirklichkeit wir unsere Ziele nicht erreicht haben, na welchen Erfolg haben wir dann gehabt? Wir Linken wurden komplett zerstört durch diese Linksliberalen. Dadurch, dass die sich konzentriert haben irgendwie so auf Identitätspolitik, haben sie uns einfach vollkommen zerstört. Schaut ja die Linke an, die ist bei 4,9 Prozent. Wir wurden vollkommen zerstört. Unsere antikapitalistische Linke, unsere... Ja gut, aber die Ideologie wurde ja nicht zerstört. Man verknüpft jetzt einfach die Identitätspolitik mit den Grünen und guckt mal, wo die stehen. Reines Beschwerden, okay, die haben die revolutionäre Klasse ausgewechselt und jetzt mehr Erfolg, das ist Verrat. Weil ich für die andere revolutionäre Klasse stehe. Das ist immer noch der selbe Punkt. Ja. Echte Linke, sage ich mal, die gibt es ja gar nicht mehr. Wir existieren ja praktisch nicht mehr. Wir wurden ja vollkommen zerstört. Also kann man sagen, dass das ein Erfolg ist, aber ein Erfolg für wen? Es ist ein Erfolg für die Neoliberalen. Ja? Es ist nicht nur ein Erfolg für uns. Von daher war das nicht gut für uns. Kann man dafür als Grund nennen, dass die klassische Arbeiterschaft im Kohle- und Stahlfördernden Ruhrgebiet nicht mehr existiert und deshalb eine Umorientierung nötig war. Die einstige revolutionäre Klasse hat ihren Teil des Vertrags, Macht durch Masse zu bieten, nicht mehr erfüllt. Also war die Vertragsauflösung von anderer Seite ebenso gerechtfertigt. Das finde ich so nicht. Wie gesagt, es ist egal, ob du in einem Kohle-Berwerk arbeitest oder ob du ein Dienstleister bist. Genau, das ist eben nicht egal. Weil das, was er unter Arbeiter versteht, unter klassischer Klientierklasse, das hat ein kulturelles Element. Die ganzen klassischen Stahl- und Kohlearbeiter, die in enge Gewerkschaftsbezügen existierten und sowas, das ist halt auch kulturell viel mehr Arbeiter als irgendein, ich sag mal, Professor, der jetzt technisch gesehen auch noch ein Gehalt bekommt. Aber das ist halt eine andere Kulturklasse erstmal. Und außerdem, also gerade bei staatlich Angestellten, bei Professoren, deren Gehalt wird ja durch die Waffengewalt des Staates garantiert. Das ist ja auch nochmal was anderes. Und wie gesagt, diese Unterscheidung in nur ist angestellt und nicht angestellt macht halt keinen Sinn, wenn man nicht die Quantität des Besitzes oder die Quantität des Gehaltes mit einbezieht und sowas. Solange du für einen Lohn arbeitest, bist du ein Arbeiter. Gehörst du zur Arbeiterklasse. So einfach ist das. Warum steht der so? Der Chef der Bank of America ist ein Arbeiter. Der bekommt zwar 60 Millionen pro Jahr, aber ist ja noch Angestellter. Ja, was würde ein Erwin jetzt sagen, wenn er bei uns wäre? Ja, frage ich mich. Also dann geht es doch wieder um die Höhe des Gehalts. Da müsste er mir erklären, ist der Angestellte bei Audi, ist der ein Arbeiter nach deiner Definition? Ich sage ja, seine Produktionsmittelbesitzkriterien ist halt unscharf und nie wenig gebrauchbar. Macht ist das, worum es geht. Wie viel Macht man hat. Und vor allem in seinem Weltbild halt, wie viel Geld macht man hat, Besitz macht man hat. Es wäre für ihn besser, er sagt, er spricht einfach von Besitz. Dann sind wir schon mal weiter. Dieses Produktionsmittelkriterium, das führt einfach zu wirren Konstellationen. Er redet immer so. Aber ich glaube, ein Wechsel war auch noch aus anderen Gründen. Er ist ein bisschen ein Adeliger. Er redet die ganze Zeit. Es wäre ein Adeliger. Als wäre er beim König am Hofe und von dort redet er zu seinen Untertanen. So redet er. Das Problem zwischen der linken Avantgarde und ihrer Klientel bestand stets darin, dass erstere zwar essentiell für die Bewegung waren, deren Kern und Herz darstellten, aber selbst nicht Teil jener revolutionären Klasse waren. Egal. Aber ein Professor bekommt auch Lohn und ist doch kein Arbeiter. Natürlich ist er ein Arbeiter. Er gehört zur Arbeiterklasse. Ja, wie gesagt, das ist Blödsinn. Es ist kulturell kein Arbeiter. Und zweitens, dessen Gehalt wird durch den Staat garantiert, das mit Waffengewalt garantiert wird, der ist näher an der Führungsriege. Ich glaube, selbst Marx hätte die Professoren nicht als Arbeiter gesehen. Er hätte die als diese kleine Bourgeoisie gesehen oder sowas. Das macht nicht historisch Sinn. Das macht praktisch keinen Sinn. Das macht kulturell keinen Sinn. Das macht von den Besitzverhältnissen keinen Sinn, weil ein Professor auch nur, was weiß ich, 6.000 Euro netto verdient oder sowas. Also es ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht das, was er mit reichen meint. Ja, weiter. Ob wir uns jetzt Karl Marx oder Theodor Adorno oder Gudrun Enselin und Ulrike Meinhof anschauen, das waren alles Intellektuelle mit bürgerlichem oder sogar großbürgerlichem Hintergrund. Keiner von ihnen war Arbeiter. Und schlimmer noch, keiner von ihnen konnte realistischerweise Arbeiter werden, wenn sie mit ihrer politischen Kampagne fortfahren wollten. Meine Theorie, beziehungsweise die Annahme, auf die ich mich beziehe, ist, dass jedwede weltanschauliche Bewegung, wie auch jede andere Organisation, stets ein Selektionselement nach oben hin aufweist. Dass also an der Spitze, statistisch gesprochen, Menschen stehen, die eine höhere Intelligenz, eine höhere Durchsetzungskraft, besser ausgeprägtes rhetorisches Vermögen, mehr Talente aufweisen, die in Führungspositionen eben entscheidend sind. Ja, ist ja nichts Falsches daran. Der Punkt an der ganzen Sache ist, wer legitimiert sie und was bedeutet Spitze? Ja, weil du kannst ja diese Menschen, die Intellektuelle sind, nennen wir sie jetzt so, die sich an die Spitze erheben, weil sie gewisse Qualitäten haben und dann ist die Frage, herrschen sie... Warte mal, aber wenn die sich an die Spitze erheben, weil sie gewisse Qualitäten haben, ist das dann nicht eine Hierarchie, die ihr anerkennt? Lass mich mal ausführen, ich finde das auch, wie gesagt, das ist schon sehr rechts eigentlich alles. ...über die Leute von oben oder haben die Leute sie ermächtigt, da oben zu sein, um für alle zu sorgen? Das ist die große Frage. In einem rechten System würden diese Leute, die an der Spitze steht, über die Mehrheit, über die sie herrschen, verfügen. Bei den Linken würde die Mehrheit über diese Leute verfügen und würde sagen, du stehst da zwar oben, Ja, okay, das ist wie, wie, wie verfügen. Das ist das Problem. Ich sage auch, es muss natürlich ein regulatives Element von unten geben, zu sagen, dass es keine nicht zu ewiger Akkumulation von Macht kommt. Ich denke zum Beispiel, ein super Kriterium, wie man der breiten Bevölkerung Macht in die Hand geben kann, wie man ihnen ein gewisses Kontrollelement, Widerstandselement in die Hand geben kann, ist zum Beispiel, sie mit Grundbesitz zu versorgen. Ich bin ein großer Freund davon, dass jeder Teilhaber eines Staates ein Haus besitzt. Für mich ist eine Wohnung, wenn es nicht anders geht. Ein Haus wäre noch besser. So, ein Haus, eine Familie, das ist schon mal ein stabilisierender Faktor. Damit macht er sich vom Staat und staatlicher Willkür unabhängig. Und das war auch, was die frühen Demokraten in Amerika darunter verstanden haben. Das macht sozusagen ein bisschen, dass es dann ein starkes Kontrollelement von unten kommt, wenn die Leute Waffen besitzen, wenn die Leute Grundbesitz für sich beanspruchen können. Ja, auch nur in ihrer kleinen Parzelle, aber das ist ja auch ein realistisches Projekt. Wir können vielleicht nicht jeden Einzelnen mit einem Haus in der Wohnung versorgen, aber wir können schon dafür sorgen, dass, wie in Rumänien, 80 oder 90 Prozent der Leute Grundbesitz. Das befürworte ich. Ich will, dass die Leute in dem Staat Widerstandselemente gegen diesen Staat aufbauen können, dass sie ein gewisses Maß an Unabhängigkeit haben und sowas. Das ist alles, da bin ich für. Wenn ich einen Immobilienbetrieb enteignen muss, damit ich dafür sorgen kann, dass die Teilhabe des Staates eine Parzelle haben, in diesem Staat, den sie bewirtschaften können, oder auf dem sie leben können, dann würde ich den Immobilienbetrieb enteignen. Das geht für mich nicht vor. Ob das in der Praxis ist eine nötige Frage, aber das ist meine Positionshierarchie. Und wie gesagt, er muss mir sagen, wie sollen denn die Leute von unten, die nach oben kontrollieren? Ich finde das ja gar keinen so schlechten Gedanken. Ich denke, es sollte eine Führerschaft geben von oben und eine Kontrolle von unten, das ist nicht dumm. Das kann man in gewissem Maße so durchsetzen. Aber dann ist die Frage, womit sollen die da unten das da oben kontrollieren? Und die ganz klassischen Dinge, eben wie gesagt, Waffenbesitz der Gemeindebevölkerung zum Beispiel oder Grundbesitz, da bin ich für und das sehe ich nicht, dass die Grünen dafür sind. Das ist zum Beispiel, klar, er ist nicht grün, die sind dagegen, die sind gegen all diese Dinge. Ist er dafür? Weil das ist so ein Ding, da könnten wir uns einigen, wenn er dafür wäre. Was ich nicht so ganz verstehe, ist das, was er gerade gesagt hat, von wem er die Macht ausgehen soll. Können wir das um uns noch einen Betrieb? Nur ja oder nein? Ja, wie gesagt, ist wieder die Frage, wie kontrollieren die von oben, wenn die da oben, also die von unten, die da oben? Er sagt das nicht. Also machen wir das jetzt, um jetzt mal nicht den Chefingenieur zu machen, sondern machen wir den Chefarzt. Also die Schwestern legitimieren dann den Chefarzt und dann was? Dann geben sie ihm demokratische Anweisungen oder was? Da haben wir eine Hierarchie. Wenn auch, das gilt für dich, Erwin, wenn du jetzt plötzlich eine Herzattacke hast, dann möchtest du lieber, dass da durch Zufall ein Chefarzt neben dir steht als eine Krankenschwester. Also du bist dir auch sicher, dass es Momente gibt, in denen der Chefarzt besser dafür qualifiziert ist, dir zu helfen, als die Krankenschwester. Obwohl sie beide aus der gleichen Berufsrichtung kommen. Wie läuft das jetzt mit der Legitimierung von unten für zum Beispiel den Chefarzt? Ich checke es nicht. Ich checke nicht, ob er da jetzt von politischen Systemen redet oder ob das, ich nehme nämlich an, dass er das alle umfänglich meint. Also das gilt ja natürlich auch für Betriebe. Das gilt für alles Mögliche. Das gilt auch für den Kindergarten und so weiter. Wir wählen dich oder setzen dich ab. Wir sagen, wie lange du da oben stehst. Solange du dich um uns alle sorgst, mit deinen Vorteilen, darfst du da oben stehen. Also solange du nicht etwa der beste Herzchirurg der Welt bist, sondern solange du besonders viel Rücksicht oder so auf die Schwestern nimmst, solange lassen wir dich da oben Chefarzt sein. Das ist halt das Problem, was er beschreibt. Also wenn du diese Legitimation oben zu stehen aufgrund auf ein demokratisches Element stellst, dann führt das dann tatsächlich dazu, dass der Chefarzt zwar grauenhaft im Operieren sein kann, aber solange er sich sozusagen politisch seine Basis sichert, bleibt er da oben Chefarzt. Willst du das? Das ist ja auch das, was ich an der Demokratie nicht so toll finde. Also die Ergebnisse weichen vom Optimum ab, würde ich sagen, mittlerweile. Aber wie gesagt, die Leute können sich immer noch auf medial vermittelte Zustimmung verlassen. Ja, das erzeugt keine optimalen Ergebnisse, aber es erzeugt immer noch demokratische Zustimmung. Ich habe übrigens noch ein besseres Beispiel gerade gefunden, der Pilot und die Stewardess. Wer legitimiert den Piloten und aus welchem Pool bedient man sich, wenn man den Piloten absägen möchte, um den Nächsten einzustellen. Ja, beim Piloten ist es wenigstens so, wenn der einen scheiß Job macht, stirbt er selbst mit. Wenigstens das. Ja, kann ein Vorteil sein. Du darfst auch mehr dafür haben, du darfst auch mehr verdienen, du darfst auch, keine Ahnung, aber Bro, wende dich einmal gegen uns, die wir hier unten sind, über denen du stehst und wir hacken dich so schnell runter, so schnell kannst du nicht schauen. Ja, aber das finde ich auch gar nicht so schlecht. Wenn du als, sag ich mal, Herrscher, als Aristokrat, dein Volk offen verrätst, jetzt nicht, dass du machst eine Entscheidung und dir fällt 30% schlechter aus, als du erwartet hast. Ja, das passiert. Aber du verkaufst jetzt sozusagen deine Subjekte offen. Klar, du machst jetzt, das ist einfach, du bist eine hinterhältige Ratte, ja? Ja, dann wirst du abgesägt. Das unterstütze ich. Dann kommt die Guillotine raus und es wartet das für dich. Das ist sozusagen der linke Weg, mit sowas umzugehen. Aber grundsätzlich, ja, können ja Intellektuelle oben stehen. Und auch wenn er sagt, dass Karl Marx und so weiter zur Bourgeoisie gehört haben. Ja, aber ist ja nichts Falsches daran. Du kannst ja zur Bourgeoisie gehören und zu den Intellektuellen und dich trotzdem für die Allgemeinheit einsetzen. Das widerspricht sich ja nicht. Friedrich Engels war ja Kapitalist, aber er hat... Das widerspricht sich schon ein bisschen. Also wie gesagt, wenn wir mal die Manifeste der RAF liest, die müssen schon eine Menge Begründungen dafür finden sozusagen, warum sie jetzt sozusagen einfach Manifeste schreiben können aus ihrer bürgerlichen Perspektive, aber dann trotzdem nicht den Arbeitern widersprechen. Man soll die Arbeiter anführen oder befürworten, aber man soll ihnen natürlich auch nicht das Wort in den Mund legen, weil die Arbeiter ja die eigentliche revolutionäre Klasse sind. Die führen dann riesen Eiertanz drumherum auf, dass sie letztlich eine stark straffe Organisation sind von Terroristen im Falle der RAF. Sozusagen die tut, was sie will und sie sich einen Scheiß darum geschirrt hat, was die Arbeiter sozusagen zu sagen haben. Und die müssen das jetzt irgendwie begründen, weil viele Arbeiter das ja auch abgedeht haben, was die RAF gemacht hat. Und das klappt nie so ganz. Das ist das Problem. Wenn du zu einer revolutionären Klasse befürwortest, zu der du nicht gehörst, erzeugt das ständig dieses Legitimationsproblem. Und deswegen, darauf kommen wir jetzt im Video, deswegen haben die das gewechselt. Deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt die Schwulen zu unserer revolutionären Klasse und dann kann ich einfach behaupten, ich bin schwul. Das kann ja keiner messen, das kann ja keiner überprüfen. Und das sehen wir ja auch. Aber da sind 50% schwul, die sind nicht schwul. Die sind nur jetzt Arbeiter geworden sozusagen. Die haben sich einfach die Identität geschaffen und die neue revolutionäre Klasse, die sie selbst angehören konnten. Ja, das ist ein Riesenvorteil, ne? Ja, das ist geil. Das ist brillant. Die haben die Vorteile des rechten Weltbildes sozusagen sich mit sich selbst identifizieren zu können, mit diesem altruistischen Element verbunden. So. Und die haben sich gecheckt. Was machst du jetzt? Marx gefördert und war ein Antikapitalist. Ja? Du kannst ja, du kannst ja praktisch, du kannst ja praktisch ein Kapitalist sein und trotzdem gegen den Kapitalismus an sich. ja? Du kannst ja zum Beispiel dein Kapitalistendasein dafür nützen, dass du sozusagen Geld generierst, damit du gegen den Kapitalismus vorgehst. Ja? So wie Arwin. So wie ich hier auf einer kapitalistischen... Es ist theoretisch denkbar, das zu tun, aber die meisten machen es halt nicht. Und ich sag ja, wenn du sozusagen Ted Kaczynski bist und sagst, okay, ich muss die Technologie benutzen, um die Technologie abzuschaffen, aber der hat es ja auch halt konsequent gemacht. Der ist in der Hütte in den Wald gezogen und hat dann Bomben aus... Also das Einzige, wo er sich der Technologie bedient hat, war im Sinn, indem er Bomben gebaut hat, die er dann an Technologieinstitute geschickt hat. Da kann man sagen, okay, ja, der ist seinen eigenen Ansprüchen gerecht geworden in diesem Sinne. Aber so ein Hassan Abi hier, so ein Hassan Peiker, der sich jetzt schönes, fette Villa irgendwo in Hollywood gekauft hat, ja, wo setzt der sich für Arbeit ein, ja? Ja. Ich bin als Antikapitalist, weil ich so mehr Menschen erreiche und so meinen Zielen näherkomme, nämlich Menschen über den Kapitalismus aufzuklären, ne? Ja, auch da, er tut das hier so ab, als wenn das für ihn idealistische Kiste wäre. Erwin, wenn ich dir garantieren könnte, weil, weiß ich nicht, Gott erscheint, oder dir erscheint Gott und der sagt dir, Erwin, glaube mir, ich bin Gott, ich weiß, was passieren wird, mit deinen Livestreams wirst du, wir machen jetzt mal eine ganz krasse Fantasiezahl, ein Prozent der Bevölkerung erreichen. Ich bitte dir jetzt folgendes an, deine Botschaft erreicht 1,5 Prozent der Bevölkerung und du hörst jetzt auf mit Streaming nie wieder. Du machst das nicht, das wird dir dann fehlen, du kriegst kein Geld mehr dafür, aber deine Idee wird um 50 Prozent mehr Leuten zugetragen, als das jetzt der Fall wäre. Und zwar auf die nächsten 30 Jahre gemützt, solange wie du das noch machen wirst. Erwin wird dankend ablehnen. Aber ihm geht es nämlich nicht darum, dass er der Leute erreichen kann. Das ist halt mittlerweile auch sein Job. Und das ist völlig okay, ich kritisiere das nicht dem geringsten. Ich sage nur, Erwin macht das hier nicht aus altruistischen Gründen. Gesellschaft nun aber in Arbeiter und den Rest und erklärt sich selbst zum Fürsprecher der Arbeiter, dann erzeugt das Spannungen, weil man ja selbst eben nicht dieser Klasse angehören kann. Es hat einen Grund, weshalb die meisten Arbeiter Arbeiter sind. Nein, es muss nicht deine Spannung erzeugen. Wie gesagt, wenn du das alles demokratisch machst, zum Beispiel, ich setze mich ja für Demokratie. Es erzeugt halt immer eine Spannung, wenn du sozusagen eine revolutionäre Klasse hast, die so definiert ist, dass deren Befürwortung, wenn man sich politisch für sie einsetzt, man ihr nicht mehr angehören kann. Wie gesagt, man kann nicht politische Arbeit machen und gleichzeitig Arbeiter sein. Das ist nicht realistisch. Auch die klassischen SPD-Führer, die ja zum Teil tatsächlich mal aus der Arbeiterschicht kamen, haben ihre Arbeiterschaft mit dem Moment ihres politischen Lebens aufgegeben, weil Ebert, der erste Bundespräsident, halt Bundespräsident sein musste und nicht mehr Arbeiter. So, und das erzeugt eine Spannung. Sozusagen, wenn du jedes Mal deine Anführerschaft, sozusagen deine Klasse verlässt, deinen Herrschaftsbereich verlässt, das erzeugt Legitimationsspannung, weil die Arbeiter irgendwann fragen, bist du denn noch ein Arbeiter? Hast du nicht unsere Prinzipien verraten? Das hat mir der SPD ja auch vorgeworfen. So, und das ist halt nicht gegeben, wenn du homosexuell bist. Du hörst nicht auf, homosexuell zu sein, wenn du anführst. Du hörst auch nicht auf, migrant zu sein, wenn du anführst. Das ist sehr praktisch. Demokratische Betriebe ein, da gibt es auch einen Geschäftsführer, nur der Unterschied ist, bei kapitalistischen Betrieben hast du einen Eigentümer, einen Eigentümer, der stellt einen Geschäftsführer ein, dass der die Arbeiter verwaltet. In einem demokratischen Betrieb sind alle Arbeiter die Eigentümer und sie wählen einen Geschäftsführer, der dann das Geschäft führt. Auch das ist übrigens Anachronismus. Die meisten Firmen werden nicht mehr von einem Menschen geleitet. Das ist so Firmengründer-Nostalgie aus 1890. Die meisten Firmen haben heute Aktienkapital, bei dem, dass entweder sich im Streubesitz befindet oder der größte Besitzer 5% hält oder so, so 10%. Also das ist, klar sind das immer noch Besitzstrukturen, aber die sind nicht mehr so monopolar, wie er das da darstellt. Das macht das auch viel schwieriger zu begründen. Deswegen sagte ich ja auch schon, der Quatsch mit dem Besitz der Produktionsmittel, das ist in einer Gesellschaft mit viel Aktienstreu besitzt, schwer zu begründen. Absetzen und so weiter und so fort. Das ist der große Unterschied. Wie ist die Hierarchie aufgebaut? Ist sie von unten nach oben oder von oben nach unten? Von unten nach oben ist links, von oben nach unten ist rechts. Wenn wir einen mit Talenten überreich beschenkten Handwerksmeister vor uns hätten, dann müsste er im Zuge seiner politischen Karriere das Arbeiter-Dasein ja dennoch an den Nagel hecken. Kurzum, diese Differenz zwischen Repräsentantenschicht und Handwerksmeister vor uns hätten, dann müsste er im Zuge, wenn wir einen mit Talenten überreich beschenkten Handwerksmeister vor uns hätten, dann müsste er im Zuge seiner politischen Karriere das Arbeiter-Dasein ja dennoch an den Nagel hängen. Warum? Kurzum, das verstehe ich nicht. Ach komm, Erwin. Ja, ja. Ja bitte, fühlst du es aus. Ja, ist unrealistisch. Politiker in einem Land zu sein ist ein Vollzeitjob, kannst du nicht Arbeiter bleiben. Also, wenn du das Politiker-Dasein ernst nimmst, wenn du diese Tussi, diese 23-Jährige da von den Grünen bist, die im Grunde genommen, soweit ich weiß, nichts macht, außer TikTok-Videos regelmäßig zu produzieren, wo sie nicht einfach politische Botschaften verbreitet, sondern dämliche Tanzvideos aufnimmt und bisher, die ist seit fast einem Jahr im Amt, zweimal, soweit ich weiß, im Bundestag am Podium stand und irgendwas erzählt hat, dann, worauf wollte ich damit hinaus, Schatti? Achso, dann geht das natürlich, aber wenn du den Beruf des Politikers ernst nimmst, dann ist das ein Vollzeitjob. Wahrscheinlich, wenn du ihn wirklich ernst nimmst, ist das ein Vollzeitjob mit 60 oder 80 Stunden die Woche. Da kannst du nicht nebenbei noch einen Betrieb leiten. Ja, und vor allem auch kulturell. Weißt du, vorher war dein Arbeitsalltag jeden Tag sozusagen dein Handwerk zu verrichten. Du gehst jeden Tag zu deinem Prinzip und nagerst Bretter oder sowas. Und jetzt ist dein ganzes Leben besteht darin, Akten zu lesen und zu studieren und politische Entscheidungen durchzusetzen. Auch kulturell verändert sich ja dein Arbeitsablauf wahnsinnig. Du bist mit ganz anderen Leuten, mit ganz anderen Klasse von Leuten in Kontakt. Du triffst halt nicht mehr den Handwerksmeister jeden Tag, sondern irgendwelche Anwälte, irgendwelche Generäle, irgendwelche anderen Staatsführer. Das ist ja auch, ich weiß, dass das alles, die haben halt diese materialistische Grundlage, bei der sie glauben, dass sich durch die materiellen Verhältnisse alles ändert. Aber das ist halt Quatsch, weil es auch eine kulturelle Komponente an solchen Dingen gibt. Du assoziierst dich ja auch irgendwann mit den Leuten, die du jeden Tag siehst. Und das führt auch zu einer Distanzierung zwischen Führerschaft und Arbeiterschaft. Die nicht zu verhindern ist, das sage ich auch, aber er tut so, als dann ist das alles keine Probleme. Ja, vor allem, ich meine, es wird ja spätestens dann offenbar, dass man da jetzt einen Weg drum herum gefunden hat, wenn du, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier schon in dem Video, was er gerade guckt, eingeführt hast, dass du jetzt halt die Möglichkeit hast, dich jetzt etwas anderes zu identifizieren. Ja, das kommt, das kommt das Nächste jetzt. Das kommt jetzt praktisch danach. Und vor allem, so what? Dann wäre er halt nicht mehr Arbeiter. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht für die Arbeiter einsetzen kann. Ist ja null Sinn. Ich muss ja nicht Arbeiter sein, um mich für die Arbeiter einsetzen. Um? Ja, also da hat er recht. Ich würde... Klar, aber es erzeugt Spannung. Es erzeugt halt die Möglichkeit, es ist ein Spannungsfeld, das kann man nicht, man kann es aufrechterhalten, ohne es zum Zerbersten zu bringen, das stimmt, aber diese Spannung ist da und die ist halt in geringerem Maße da, wenn der Wechsel stattfindet, so wie ich ihn jetzt beschreibe. Ja, und ich möchte dann mal an Sven Niemann, heißt er, ne, unser Queerbeauftragter, erinnern, er wird ja im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt als Politiker, weil er schwul ist. Und weil er erzählt beim Interview mit, ich weiß gar nicht, der Zeit oder so, dass auch Grindr während einer Bundestagssitzung zu machen, sei Arbeit. Also der wird ja, er wird ja explizit, so explizit, wie du einen Arbeiter, der keiner mehr ist, nicht dafür bezahlen kannst, ein Arbeiter zu sein, der er nicht mehr ist. Aber Sven Niemann ist das, wofür bezahlt wird. Diese Differenz zwischen Repräsentantenschicht und Repräsentierten ist bei der klassischen marxistischen Gesellschaftsaufteilung schwer zu beheben und auf die Dauer auch nur schwer zu rechtfertigen vor dem unvorangenommenen Auge. Aber was soll man da rechtfertigen? Es ist doch kein Problem, dass kompetentere Menschen einfach die Führung übernehmen. Aber die Frage ist, woher kommt die Macht für ihre... Wie gesagt, verselbstständigt sich. Das hat Verselbstständigungselemente. Dass die Führerklasse, die nicht mehr selbst der Arbeitserschaft angehört, die nicht mehr der Arbeitserschaft angehören kann, irgendwann ein eigenes Klassenbewusstsein ausbildet. Das ist halt nicht so stabil immer. Das ist... Ja, die Leute machen dann ihr eigenes Lübchen. Guckt ihr an, was aus der SPD passiert ist. Die wurde auch mal von Leuten angeführt, die tatsächlich enge Kontakte zur Arbeitserschaft haben. Das ist nicht mehr so. Kommt sie von unten oder von oben? Solange sie von unten kommt, ist alles in Ordnung. Die Rechten haben es dafür leichter. Sie haben kein Problem mit Hierarchie. Das ist richtig. Das ist die Gegenteil sogar. Wenn sie für eine Klientel sprechen, besteht keine Notwendigkeit, sich die Legitimation dafür erst zurechtzubiegen. Ich bin der Fähre... Naja, naja, komm bitte. Wie viele Leute laufen draußen herum und glauben, die AfD ist für den kleinen Mann? Ja? Aber wenn die AfD so ehrlich wäre wie du, würde sie ja niemand wählen. Ja, ich gebe mal einen Punkt. Es gibt auch viele Rechte, die halt diesen Schwurbelscheiß machen. Hier Julian Reichelt mäßig. Ich spreche nur fürs Volk. Ich habe keine eigenen Interessen. Sozusagen Demokratie, die ja auch die Recht wollen anführen. Es gibt auch Rechte, die das verleugnen aus zynischen Motiven, weil sie halt den Leuten dann nicht so gefährlich vorkommen und sich dann genehmer machen. Passiert finde ich nicht toll, aber ja, gestehe ich ein. Wenn die AfD nicht die Partei auch für den kleinen Mann ist, wer ist denn die Partei für den kleinen Mann? Die AfD ist die Partei für den kleinen Mann aus Gründen, die er nicht sehen kann, weil er Materialist ist sozusagen. Oder selbst aus materiellen Gründen macht das Sinn. Aber die wollen halt auch nicht, wie gesagt, kulturell überfremdet werden. Die wollen keine, aber wie gesagt, wenn du... Der kleine Mann, der will auch in Sicherheit abends nach Hause laufen können. Eben, eben sowas. Das sind aber keine unmittelbaren kommunistischen Prinzipien, weil die ja glauben, dass wenn man die materielle Basis ändert, sich alles anderes ändert. Das werden die nicht akzeptieren als Argument. Das ist natürlich Quatsch. Ich würde auch sagen, Erwin wäre ein sehr viel besserer Denker, Streamer, wenn er seinen Todesgriff um dieses marxistische, kapitalismuskritische Ding los, ein bisschen löst. Er kann das ja behalten, er kann den Kapitalismus kritisieren, aber dass er auch andere Parameter als real in sein Weltbild hineinlässt, er wäre ein wesentlich flexiblerer Denker. Und die Frage ist natürlich immer noch offen. Welche Partei ist es denn dann? Also auch Erwin ist ja davon überzeugt, das hat er vorhin, wenn ich mich irre, auch ausgeführt, dass die Linke mittlerweile unterwandert ist von halt woken, Identitätspolitik-pushenden Schwachmaden. Für Erwin ist es halt die Leute wie Erwin. Also Überraschung. Ja, trotzdem, die Frage muss jetzt mal stehen bleiben. Also da machen wir es anders. Welche Partei denn, gemäß der aktuellen Ausrichtung, denn am ehesten für den kleinen Mann? Ja, die Sache war eigentlich die Partei wahrscheinlich, würde er seiner sagen. Na, gibt es sie denn schon? Ja, noch nicht, aber es könnte sie ja geben. Ja. Die AfD auch sich so wie du hinstellen würde und sagen würde, wir, die Besseren, sollten über euch Schwächere herrschen, was ja rechte Ideologie ist. Na dann, ja, dann würde sich doch keiner wählen. Also verschleiert ihr schon eure Herrschaft auch. Das ist ja, ich habe ja die ganze Reaction damit angefangen, dass ich gesagt habe, endlich mal ein ehrlicher Rechter, der dazu steht, dass er herrschen will. Endlich mal. Zeig mir noch wen. Kannst du mir noch jemanden zeigen, der so? Ich weiß nicht, ob dich das zu einem ehrlichen Rechten macht, weil du zugibst, dass du herrschen möchtest. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Das wollen alle Menschen. Ja, abgesehen von Diogenes wollen das alle Menschen. Es gibt halt schon viele Volkstribune sozusagen, die sagen, ach, ich bin nur die Stimme des Volkes, ja. Ja, das sagen sie. Genau. Aber das gibt es auch auf Rechts halt. Es gibt halt auch auf Rechts unsere Reichels, die sagen, ich bin nur die Stimme des Volkes, ich lasse euch mit meiner Meinung nicht allein gucken, was die Grünen uns antun. Aber es besteht immer noch ein Herrschaftswillen in Reichelt und Leute wie Reichelt. Ja, aber warte mal. Und das verleugnen die auch. Aber inwiefern ist denn das falsch? Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Was falsch ist, ist, den Herrschaftsanspruch zu verleugnen. Das ist aber eine Folge von Demokratie. In der Demokratie fährt es halt gut, wenn man nicht sagt, ich sage jetzt, wie es ist und ich sage, wählt mich, ich mache es besser sozusagen, ich bestimme es dann. Nee, das ist immer so eine selbstentsagende Sache dann. Guckt, was uns angetan wird. Das ist unsere Demokratie. In der Demokratie besteht immer der starke Incentive, die Macht von sich wegzuschieben, obwohl man sie besitzt sozusagen, aber die Wahrnehmung der Macht von sich wegzuschieben. Dann wird man vertrauenswürdiger, dann wird man bodenständiger, dann hat man auch nicht so viel offensichtliche Verantwortung, die man rechtfertigen muss. Das gibt es schon. Alles klar. Ich mache mal weiter. Wir sind gerade offline. Also, die Aufnahme läuft. Am Ende ist alles im Video drin, aber wir haben ja gerade wieder mal ein Problem mit Twitch. Und ich glaube, nochmal starten. Es wird nicht weitergehen. Wir machen einfach mal weiter, Schatti. Ehrlich, das bekundet wie du. Nein, und für mich und meine Subjekte will ich nun Erfolge erzwingen. Wer damit ein Problem hat, der tritt doch vor und wir werden sehen, mit welchem Recht. Es ist ideologisch einfacher, Macht zu akquirieren, wenn die eigene Ideologie den Besitz von Macht nicht für unmoralisch erklärt. Aber nun hat, wie gesagt, ein Wechsel. Kann sogar sein, dass ein Teil davon jetzt nicht in der Aufnahme drin sein wird. Also, ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade 30 Sekunden sowas verpasst, was recht schade ist. Was hatten wir gerade, Schatti? Genau, genau. Wichtig ist, also, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, also, ob das auf der Aufnahme drauf ist, aber es ist eine Identität, wen du fickst. Das ist, heutzutage ist das eine Identität und ich glaube, dass Erwin das nicht absprechen würde mir. Wenn ich sage, queer zu sein, ist eine Identität. Ja, aber bei Arbeitern, die in Berlin zum Beispiel so zilekt sprechen, spricht er es denen ab. Es sei keine Identität. Wie gesagt, er macht da dieses rein materialistische Kriterium, was auch schon nicht sehr sinnvoll ist, wie gesagt, habe ich ja schon ausgeführt, für den Arbeiter, aber wenn er an Arbeiter denkt, hat er trotzdem nicht einen Professor im Blick. Wer hat einen Stahlarbeiter in ihrem Auge? Roger Müllmann oder sowas. Und Handwerker. Ja. Ups. Marx, der Linken, Marx, wurde ja gesponsert von einem Kapitalisten, der auch ein Theoretiker gegen den, weil Engels hat ja selber geschrieben. Das ist viel zu vereinfacht gedacht da, an der Stelle. Linker Sicht also viel, viel angenehmer, ihre Klientelklasse so zu definieren, dass sie nicht mit ihrem Führungsbegehren in Widerspruch steht. Aus diesem Grund beobachten wir in letzter Zeit auch diese Verachtung, diese riesige Distanz zwischen dem Autonormal-Willi auf der Straße und der politisch linken Klasse. Ich würde dir empfehlen, hör dir das Buch von Sarah Wagenknecht an oder lies es, falls du lieber liest. Sie erklärt, wie das passiert ist über die ganzen Jahrzehnte, über das letzte Jahrhundert praktisch, wie das alles passiert ist. Weil er verkürzt das hier ziemlich. Es stimmt, was er sagt, dass eine Umkehr stattgefunden hat, für wen man sich interessiert, ob man sich für die Akademiker interessiert oder für die Arbeiter. Aber warum ist das so, ist die große Frage. Und warum das so ist, ist eben, weil die Linken einen Wohlstand erkämpft haben, der dann Akademiker Kinder nach sich gezogen hat, die dann wiederum und so weiter. Ein Weg gefunden, die Vorzüge des rechten Weltbildes, sich mit sich selbst identifizieren zu können, zu verbinden mit dem Narrativ des großen Alturismus im Dienst der Anderer. Und wer dagegen steht, der ist nicht nur ein Mitbewerber um die Macht, sondern eben zusätzlich auch noch seelisch verkommen. Das mag nicht ewig so weitergehen können, aber auf die kurze und mittlere Distanz ist das schon ein großer Vorteil. Ich will hier jetzt nicht schon wieder das IQ-Pferd reiten, erneut in erheblichem Maße um genau dies. Die Linken haben es vollbracht, ohne diese Thematik je explizit angegangen zu sein, einen Rechtfertigungsmechanismus hervorzubringen, der die IQ-Problematik adressiert, die fast nirgendwo deutlicher vorherrscht als zwischen Arbeitern und Intellektuellen. Denn die Aufteilung hier erfolgt ja nun mal stark korreliert mit Intelligenz. Nein. Natürlich. Also, oh Gott, ich bin gespannt, Alter. In der Fakultät für Physik und der Universität haben wir den gleichen Durchschnitts-IQ wie in deinem durchschnittlichen deutschen Handwerksbetrieben. Will er mir das sagen? Ja. Ich glaube, das will er dir sagen. Okay. Das ist übrigens auch gleich der Punkt, den einer im Live-Chat machen wird. Das ist übrigens, glaube ich, genau der Moment, den ich gesehen habe, jetzt die folgenden zwei Minuten oder so. Ja, da wird gleich jemand im Live-Chat schreiben, das liegt nur daran, dass der Arbeiter, den du ja gerade angeführt hast oder der Handwerksbetrieb oder was auch immer, dass die nicht die entsprechende Ausbildung gelassen haben. Also, in anderen Worten, ich fasse das ganz kurz kurz und Erwin, falls du auf reagierst, bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege, es gibt keinen IQ. Das gibt es nicht. Es gibt so etwas wie kognitive Fähigkeiten, die gibt es nicht. Jeder Mensch wird mit dem Potenzial geboren, Einstein zu sein. Jeder einzelne Mensch. Genau. Warum bist du nicht Einstein? Warum Erwin? Warum bist du... Und Mozart gleichzeitig. Ja. Warum dann nicht alles direkt? Und das ist auch immer, die Frage ist ja immer, so sozusagen, die sagen ja dann immer, ja, der Arbeiter könnte klüger sein und dann meinen sie ja sozusagen, der Arbeiter, der jetzt, sag ich mal, von mir aus ein IQ von 90 hat, könnte auch ein IQ von 110 haben. Warum denn da stehen bleiben? Warum denn nicht 200? Warum machen wir jetzt nicht den Arbeiter zu Magnus Carlsen und Mozart und Karl Friedrich Gauss gleichzeitig? Also okay, da gibt es schon mal eine Grenze, aber diese Grenze gibt es schon viel früher. Die Intelligenz lässt sich viel weniger formen, als man erhofft hat. Das ist nun mal so. Und also es ist ja nicht Intelligenz das einzige Kriterium hier, aber das ist halt ein, so ein Ding, warum auch diese Klassenspannung zwischen Arbeit und Intellektuellen nicht so einfach aufzulösen ist, weil du keinen Arbeiter einfach zu einem Intellektuellen machen kannst. Und du kannst einen Intellektuellen natürlich zu einem Arbeiter machen, wenn du ihm einfach so zwingst, mechanische Arbeit zu machen. Aber gern macht er das auch nicht, weil er lieber mit seinem Geist arbeitet. Also die haben zumindest die innere Tendenz meist dazu. Langer, 108, macht hier gerade im Live-Chat einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. In Deutschland ist Klasse, doch eher bestimmend für die akademische Laufbahn als der IQ. Ich kenne die Statistik dazu nicht. Ich würde das erstmal vorsichtig anzweifeln. Es könnte sein, dass du recht hast. Jetzt ist aber der Punkt, der auch die Klasse korreliert ja mit dem IQ. Genau, die machen halt immer das Argument, sozusagen, dass man sich anguckt, werden Akademikerkinder wieder Akademiker. Richtig. es ist ein sehr viel höheres Maß der Fall, aber das liegt halt auch daran, dass Akademikerkinder einen höheren IQ haben, weil die IQ vererbt ist und ihre Akademikereltern ihnen einen im Durchschnitt höheren IQ mitgeben. Und das ist, man hat das versucht, viele Male seit den 70er Jahren, so in Magnet Schools, also wo man arme Kinder reingebracht hat und sie dann der besten denkbaren Ausbildung teilhaftig hat werden lassen. Deren IQ ist aber trotzdem nicht ein Standardlevel geworden, er ist kaum angestiegen. Es gibt halt eine sehr unformbare Komponente im IQ, ein bisschen lässt es sich formen, die genetisch bedingt ist und das macht auch Sinn, wenn wir uns mal vorstellen, was passiert in deinem Gehirn denn? Mein Gehirn sind Neuronen. Neuronen sind verbunden, also biologisch verbunden durch Synapsen und diese Synapsen zum Beispiel sind umwickelt mit Myelinscheiden. Das ist so ein Isolationsmaterial. Es gibt einfach Leute und je besser das isoliert ist, desto schneller ist die Nervenleitgeschwindigkeit. Es gibt einfach Leute, die haben Gene dafür, dass die Myelinisierung ihrer Nervenzellen sehr gut funktioniert oder besser funktioniert als bei anderen. So, wie wollen wir jetzt einen Menschen, der jetzt das Pech hatte, keine optimale Myelinisierung hinzubekommen, in seinem Gehirn schlauer machen? Er hat diese verdammte Isolierung nicht in seinen Nervenzellen. Natürlich ist seine Nervenleitgeschwindigkeit und auch die Präzision, mit der die Nervensignale ankommen, nicht so gut wie bei jenem, der das hat. Und das kannst du nicht durch Erziehung ändern. Hm? Du musst nur eins kurz, 30 Sekunden quatschen bitte, Schatti. Okay. Warum? Hallo? Weil ich gerade, da habe ich ihn. Ich habe gerade, mir ist der Name gar nicht eingefallen. Ich möchte das Mann kurz übersetzen auf etwas anderes, was auch angeboren ist. Deontay Wilder. Würde ich dir wahrscheinlich nichts sagen. Ja, kenne ich irgendwoher. Ehemaliger Schwergewichts-Weltmeister im Boxen hat seinen Titel verloren gegen diesen sympathischen Iren. Ja, den Fetten da. Ja, genau. Also der, der sich auch da hinstellt und sagt, guck mal. Fury, Tyson Fury. Genau, genau. Und ich besiege dich trotzdem. Danke, Live-Chat. Genau. Ich will aber über Deontay Wilder sprechen. Deontay Wilder ist technisch möglicherweise der schlechteste Box-Weltmeister im Schwergewicht, den es jemals gab. Der ist technisch für das, was er erreicht hat, unter aller Sau. Und trotzdem war er Weltmeister und hat jahrelang die Leute einfach ausgenockt. Und wenn du dir dann Videos zu ihm anguckst, zum Beispiel, wenn Joe Rogan sich zu ihm äußert oder The Weasel kann ich wärmstens empfehlen auf YouTube, die werden dir alle sagen, der Typ muss einen unfassbaren Punch haben. Und das ist eine Sache, die kannst du in diesem Maße nicht trainieren. Natürlich kannst du einen Punch trainieren. Ja, natürlich kannst du deinen Punch durch Training um, ich weiß es nicht, 20% steigern, die Kraft, die hinter steht. Ja, aber nicht um 300%. Und Deontay Wilder ist offensichtlich einfach geboren mit, vielleicht ist es die Körpergröße, vielleicht ist es die Art der Muskeln, ja, auch Muskeln sind ja unterschiedlich aufgebaut, ich kenn leider die deutschen Beriflichkeiten nicht, vielleicht kennst du die fast twitching muscle fiber. Ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das beim Boxen so wichtig ist, beim Laufen halt wichtig. Ja, beim Sprinten, beim Sprinten, aber ganz wichtig, weil beim Ausdauerlaufen ist das zum Beispiel wieder nicht so wichtig, da brauchst du halt die Ausdauermuskeln. Jedenfalls, du müsstest mir dann auch erklären, können Erwin, also ohne Scheiß, ich wüsste nicht, wo der Unterschied ist, warum nicht jeder ein Deontay Wilder sein kann, der nochmal, technisch für das, was er erreicht hat, unter aller Sau ist. Vermutlich der technisch schlechteste Boxer aller Zeiten, der jemals Weltmeister wurde. Wie war das möglich? Die Leute copen halt, ja, stimmt alles, aber nicht beim menschlichen Gehirn. Und das ist halt Quatsch. Das ist auch beim menschlichen Gehirn so. Die Leute geben dir all diese Punkte, ja, ja, aber beim menschlichen Gehirn ist Schluss. Und das ist nicht so. Auch, ich hab's ja gerade erklärt, die Nervenzellen haben physische Parameter, die sich sehr viel effektiver machen als andere Nervenzellen und das ganze nicht erziehen. Langer198, leg nochmal nach, ist die Korrelation von IQ und Klasse wirtschaftlich untersucht? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist aber wissenschaftlich, sorry, nicht wirtschaftlich, sondern wissenschaftlich. Es ist aber untersucht, ob IQ erblich ist. Und selbst bei Zeit Online wird man dir erzählen, dass 70% erblich sind. Es ist auch die Klassenzugehörigkeit im IQ-Zusammenhang untersucht, also Gehaltszugehörigkeit zum Beispiel. Wir sehen tatsächlich große Streuungen beim Gehalt. Es ist eine positive Korrelation bei IQ. Also wenn man das durch alle Menschen in Deutschland messen würde, finden wir eine positive Korrelation. Je mehr höher dein IQ, desto höher dein Gehalt. Aber die Streuung ist beachtlich. Also das ist nicht so, dass du nicht verurteilt bist, mit dem IQ von 100 niemals in der Kategorie zu kommen, auch den Durchschnitt der 140er zu übersteigen. Das geht schon noch. Aber wir sehen auch ganz klar, dass die prestigeträchtigsten Jobs in unserer Gesellschaft, Wissenschaftler, Ärzte und sowas, natürlich, die haben alle eine höhere IQ als die am wenigsten prestigeträchtigsten Berufe in unserem System. Ich weiß nicht. Was ist am wenigsten? Kanalarbeiter? Kloakentaucher. Ja, oder Kloakentaucher. Also das sind jetzt auch alles keine Volltrottel, will ich damit sagen. Also vielleicht ist der am wenigsten prestigeträchtiger wahrscheinlich der Arbeitslose, möglicherweise. Das ist dann nochmal tiefer. Aber es ist, da besteht ganz eindeutig ein Zusammenhang. Und nochmal ganz kurz, Schatti. Also wir können hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir sind auf Twitch. Du weißt Bescheid. Aber ja, wenn ich mich recht entsinne, an das Video, was du damals gemacht hast, ist das so, dass der IQ der Kinder korreliert mit dem IQ der Eltern, aber auch mit dem der Gesellschaft. Also hast du eine Gesellschaft mit einem IQ von 100 im Durchschnitt und du hast zwei Eltern aus der Gesellschaft mit einem IQ von 120, beide haben 120. Dann wird das Kind statistisch einen IQ von 110 haben. Genau. Also Erwartungswert ist dann gut angesetzt dazwischen. Ungefähr in der Mitte dazwischen, ja. Aber das führt halt, das ist eine Regression zur Mitte, was dann stattfindet, ja. Und nochmal, das ist jetzt hier kein fürchterlich politisch unkorrektes Geschwurbel oder so. Selbst bei Zeit Online erfährst du, dass es mindestens, ich glaube, Sie sprechen von mindestens, 70 Prozent sind, die genetisch sind. Also auch IQ wird vererbt, da zweifelt kein Mensch dran, der sich jemals damit ernsthaft beschäftigt hat. Wenn, dann zweifeln da Ideologen dran. Genau. Und die 70 Prozent, die genetisch sind, dann haben wir 30 Prozent, die nicht genetisch sind. Aber von diesen 30 Prozent, wir sind noch nicht so weit zu sagen, okay, wir haben jetzt die eine Methode gefunden, wie wir diese vollen 30 Prozent ausnutzen, ja. Auch von diesen 30 Prozent stehen uns da vielleicht nur nochmal die Hälfte zur Verfügung, weil es einfach auch sozusagen Randomness im Leben der Menschen gibt. Die, die, also klar, irgendwann, einer beginnt zu kiffen und einer beginnt sich falsch zu ernähren. Sowas hat ja auch einen gewissen Einfluss daraus. Das kannst du ja nicht alles kontrolliert halten, sozusagen. Das hat ja nichts mit deiner Schulbildung zu tun. Klar, wenn du dann eine optimale Bildung gibst, kannst du da ein paar Punkte dazu geben, aber du bewegst dich da im Bereich von 10, 15 Prozent vielleicht noch. Und, ne? Ganz wichtig noch, die 70 Prozent, die ich gerade angesprochen habe, laut Zeit Online, das ist die niedrigste Zahl, die ich im Mainstream finden konnte. Ihr findet im Mainstream-Artikel, die sagen, es sind wahrscheinlich 80 Prozent. Ja, also, mindestens 70. Alle Schätzungen, ich kenne es 60 bis 80, ja. Also, aber ich würde auch sagen, 70 ist mal eine gute, gute Einstiegsschätzung. Ja, alles klar. Weiter geht's. Oh, jein. Es korreliert nicht mit Intelligenz an sich, weil... Ja, mal weiter. Ja. Sondern mit der sozioökonomischen, mit den sozioökonomischen Umständen. Ja, und die korrelieren wiederum mit dem Ikumen. Ich meine, so schwer ist das nicht. Und das ist auch in unserer Gesellschaft ist das vor allem so. Man kann natürlich das Argument machen, dass in der Antike das nicht so stark war, weil das dann mehr sozusagen mit den Wetterbedingungen korreliert. Und wie viel Land du besessen hast und sowas. Ja, das... Es hat dir halt nicht so viel gebracht, in der Antike ein Mathegenie zu sein, weil es nicht die Struktur dafür gab, das auszugehen... Also, das aufzunehmen. Aber wir haben die. Und bei uns ist das viel, viel wichtiger als in anderen Zeiten davor. Und die Intelligenz ergibt sich daraus. Und... Nein, das ist... Wo hast du das her, Erwin? Wo hast du das her, dass sich daraus hinter... Es ist genau umgekehrt. Nicht einmal das muss sein, ja. Du hast ja sehr viele Leute, die sehr intelligent sind, aber einfach nicht die Chance bekommen, in höhere Ränge aufzusteigen und dann müssen sie einfach als Putzkräfte arbeiten. Ja, und du hast Leute, die sind eigentlich dumm, aber haben dann, weiß ich nicht, ein Onlyfans-Account und können sich dann ein Ferrari leisten. Also, natürlich... Wie gesagt, ist eine Streuung drin. Genau, und er sagt jetzt auch mit seinen Eltern sozusagen, die seien relativ intelligent gewesen oder Akademiker gewesen und kamen dann in ein anderes Land. Ja, natürlich. Erste Generation sozusagen Migration. Also, guck dir zum Beispiel die aschgenasischen Juden an, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert sind. Die mussten auch Jobs annehmen, sozusagen, die eigentlich unter ihrem intellektuellen Potenzial waren. Aber guck dir die Juden heute an. Also, die sind eine ökonomisch sehr erfolgreiche Klasse, weil sich das über längere Zeiträume gut wieder herausnimmt. Ja, ist übrigens auch kein Zufall. Dass das nach Ethnien aufgeteilt diejenige ist mit den meisten Nobelpreisträgern pro Kopf. Ja, genau. Also, auch da gibt es die Erklärung oder die Theorie, man weiß nicht genau. Also, man kann heute relativ leicht messen. Gibt es auch publizierte Studien zu. Aschgenasische Juden haben eine IQ, der fünf, sieben Punkte oder irgendwas sowas mit dem europäischen Durchschnitt liegt. Was natürlich dazu führt, dass sie sehr viel, also, das ist jetzt erst mal nicht so viel, also 100 und 105, das fällt dir auf der Straße nicht auf, aber das führt natürlich dazu, dass in den sehr hohen IQ-Bereichen die Leute überrepräsentiert sind. Erstmal das. Und es liegt wahrscheinlich daran, das ist die Vermutung von Cochran, glaube ich, hieß der Wissenschaftler, dass im Mittelalter die Christen, die Juden aus vielen, sag ich mal, normalen Berufen, die sie für normal und nicht sündhaft gehalten haben, rausgehalten haben und sie mehr in den Handels- und Bankberuf gedrängt haben. Und diese Berufe haben ein starkes Selektionselement für hohe Intelligenz, für hohe mathematische Fähigkeiten und sowas. Und über 600 Jahre hinweg hat das ein gewisses Selektionsdruck bewirkt, den wir heute dann in der Konsequenz in der höheren Nobelpreisträgerrate sehen. So? Es ist natürlich schwer zu beweisen. Es ist so elegant und einfach erklärt. Genau, aber es macht so viel Sinn. Es macht so viel Sinn, dass die Welt sich so verhält. Es ist nicht immer ganz leicht, es zu beweisen, weil diese Dinge oft 800 Jahre oder weil evolutionäre Prozesse so lange andauern, aber es erklärt so viel und es braucht so wenig Annahmen. So ist es. Zum Beispiel Leute wie meinen Vater, der hat studiert, der hat einen Abschluss gehabt, der hat ein Studium gehabt, der war ein Intellektueller, ist aber als Flüchtling nach Österreich gekommen und hat dann als Gabelstaplerfahrer arbeiten. Naja, konnte der fließend Deutsch sprechen, Erwin? Also, das beweist halt gar nichts. Genau, ich gebe es dem ja auch, ja, First Generation Migration sozusagen, ja, das führt zu, dazu, oder gerne dazu, dass auch Leute unterhalb ihrer intellektuellen Gewichtsklasse arbeiten müssen, manchmal, ja. Es gibt natürlich Ereignisse wie Krieg oder Vertreibung oder Migration, die sowas bewirken können, aber warte zehn Generationen ab, du. Das ist dann nicht mehr so. Dürfen, nachdem er eine Ausbildung dafür gemacht hat, ja. Ich meine, guck dir Erwin heute an, ja, nicht, dass, ja, dass wir es hier mit dem Supergenie zu tun haben, aber er ist immer noch ein König. Er kann keine IQ von 85 haben, denn Erwin, du machst einen Job, um den dich wahrscheinlich safe 90 Prozent der Menschen beneiden. Du bist dein eigener Herr, du setzt dich dahin, wann du Lust dazu hast, du erzählst halt einfach, was du so erzählst, ne, beschäftigst dich mit Sachen, die dir sowieso Spaß machen, sonst würdest du da nicht sitzen und die Sachen erzählen? Also, ich meine, dir geht es, dir geht es höchstwahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, was du mit Twitch verdienst, sagen wir mal, das wäre durchschnittlich, aber das, was du machen musst, um einen durchschnittlichen Lohn für Österreich zu halten, wie gesagt, ich weiß, wie hoch dein Lohn ist, ja, in Bezug auf den Durchschnitt in Österreich, aber das, was du dafür machen musst, ist eine Sache, die macht dir Spaß, geiler geht es doch nicht. Vorher hat er einfach irgendwelche Hilfsjobs gemacht, hat auf der Baustelle gearbeitet, meine Mutter hat, ist Buchalter. Und das sagt übrigens auch was über deinen Vater aus, dass er nicht nach Österreich ist und dann gesagt hat, ich, nix Arbeit, entweder bin ich hier so, wie wir das ja schon hatten, diese Fälle von Zuwanderern, die sich zu fein waren, dann Holzscheite von A nach B zu tragen, ja, die wollte im Grunde genommen eingestellt werden als Filialleiter für irgendwas, dass sein Vater gesagt hat, nee, dann mache ich halt einen Gabelstaplerfahrer, dann schleppe ich jetzt Sachen von A nach B, ja, das spricht für deinen Vater. Ja, ist Buchhalterin, hat aber 20 Jahre lang als Putzfrau gearbeitet. Konnte sie Deutsch sprechen? Okay, Thema beendet. Ja, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht, dass du diese... Kannte sie die österreichischen Gesetze, wenn sie Buchhalterin war? Positionen, die du innehast, nach Intelligenz teilst, ja, und vor allem würde mich interessieren, wie du Intelligenz definierst. Ist die Intelligenz ein Ergebnis sozioökonomischer Umstände oder ist Intelligenz... Umgekehrt. Ja, erst mal ist es genetisch, aber auch das Intelligenz-G-Faktor, ja, wir stellen fest einfach, dass es nicht so isolierte Arten von Intelligenz gibt. Ein bisschen isolieren sich die Aspekte schon sozusagen, die Fähigkeit, bei Worten umzugehen, ist ein bisschen isoliert von der Fähigkeit, Zahlenreihen zu manipulieren oder räumliches Vorstellungsvermögen zu entwickeln. Deswegen, dem einen sind auch Männer besser, dem anderen sind Frauen besser, aber es gibt einen großen Allgemeinfaktor darin. Jemand, das kann ich dir garantieren, der wirklich brillant in Mathe ist, wenn du den in die Musikfakultät setzt, der wird vielleicht kein Mozart, aber der wird auch nicht total abstinken. Wir sehen das auch in der Schule. Es gibt immer gute Schüler, die tendieren dazu, in allen Fächern nicht total scheiße zu sein. Und es gibt schlechte Schüler, die tendieren dazu, in allen Fächern nicht so gut zu sein. Weil die G-Faktor-Theorie der Intelligenz sagt, dass alle Aspekte der Intelligenz eine gute, nicht zu verachtende Korrelation miteinander besitzen. Und das ist ja auch wieder erklärbar. Klar, wenn deine zum Beispiel Myelinisierung deiner Nervenzellen gut in dem einen Bereich funktioniert, dann ist sie auch überall anders gut gewesen. Dann hast du eine höhere Nervenleitgeschwindigkeit, dann kommen die Signale präziser an, dann bist du intelligenter. Trashy No Zero fragt gerade, Kasper, macht dir deine Arbeit Spaß? Nein. Meine Haupttätigkeit macht mir nicht Spaß. Ich leide nicht darunter, aber wenn ich das hier Vollzeit machen könnte, ich würde heute noch umsteigen. Also, ich glaube, dass die Menschen, die sagen, mir macht mein Beruf Spaß, die sind selten. Die sind extrem selten. Denkt ihr mal, die fragt mal irgendeinen Einzelhandelskaufmann, ob ihm seinen Beruf Spaß macht. Ob er sich morgens freut so, nice, heute gehe ich arbeiten. Nein, fragt mal einen Friseur. Fragt mal, weiß ich nicht. Also, es mag Berufe geben, aber ich behaupte, das ist eine Seltenheit. Ja, ist vielleicht, jeder fünfte, wahrscheinlich weniger, die sagen, mein Beruf macht mir so richtig Spaß. Ja, gemessen an dem, was ich verdiene, ist das schon okay und so. Das werden dir wahrscheinlich die meisten Leute sagen, aber Spaß macht mir das nicht, auf Arbeit rumzusitzen. Also, es ist kein Zufall, dass ich meinen Urlaub immer zu 100% nehme, im Jahr. Ich lasse da keine Urlaubstage verfallen. Du bist kein guter Japaner. Nee, richtig. Deine biologische Sache, das ist einfach der Punkt. Und ich wette, er geht auf das Genetische, dass Intelligenz eine genetische Sache ist, was absoluter Schwachsinn ist. Was absoluter Schwachsinn ist, Schatti, absoluter Schwachsinn, da ist nichts dran. Erwin, wenn du diese Weisheit einfach früh übernehmen könntest und das in dein linkes Weltbild integrieren könntest, dann sage ich dir, dann kapitalisierst du die nächsten 10 Jahre und fett damit. Weil je mehr wir über die Genetiker rausfinden, je mehr das explizit jetzt wird, je mehr wir, jeder irgendein Genetiker sagen kann, oh, guck mal, ich habe ein Gen gefunden, das korreliert aber wunderbar mit der Intelligenz von Menschen. Also klar, es gibt kein einzelnes Gen, aber es gibt polygenetische Scores und die werden immer besser und besser und korrelieren immer mehr damit. Ich würde jetzt früh adaptieren, dann bist du der erste Linke, den diese Weisheit übernommen hat, dann kannst du richtig Kapital daraus schlagen in 10 Jahren, unter Umständen. Aber wenn du das weiter halt ablehnst, diese Weisheit, das wird einfach dein gesamtes Weltbild immer und immer stärker in Frage stellen, je mehr wir darüber herausfinden. Das wird nicht weniger werden. So, da müsste ich jetzt deine Intelligenz hin. Also, was denkt Erwin, wie Intelligenz oder IQ, wie der funktioniert? Er hofft nur, er denkt nicht. Er denkt überhaupt nicht. Er denkt überhaupt nicht. Erwin würde mir zustimmen, dass Körpergröße vererblich ist. Erwin würde mir zustimmen, dass Haarfarbe, Haarstruktur erblich ist. Augenfarbe erblich. Wahrscheinlich ist, ich rate jetzt, aber ich würde eine Wette drauf abschließen, ist das Sehvermögen erblich. Hast du zwei Eltern, die eine Brille brauchten, als sie sechs waren, wirst du wahrscheinlich eine Brille brauchen, als jemand, dessen Eltern im Alter von 60 noch immer keine Brille brauchten. Bei all diesen Punkten wird mir Erwin wahrscheinlich zustimmen. Aber beim IQ, da ist es dann anders. Erwin, wie ist das? Wird der gewürfelt? Ist das alles Zufall? Wären wir alle mit einem potenziellen IQ von 160 geboren? Dann erklär uns doch mal bitte, wie wir diesen IQ, diesen theoretischen IQ von 160 alle mal rauskitzeln können. Das müsste doch recht einfach sein. Es wurde versucht, wie gesagt, ich bin da nicht gegen. Dann sag mir, wie wir es machen sollen. Dann haben wir so viele Probleme gelöst. Dann gehen wir nach Afrika, machen diese Methode und dann erlebt Afrika ein Wirtschaftswachstum, von dem die ganze Welt profitiert. Dann können wir die Rassenspannung in Amerika und in Brasilien abbauen, weil dann die Leute einfach in Erfolg kommen. Dann nehmen wir doch bitte die eine Erziehungsmethode, die den IQ steigen lässt. Ich bin dafür, ich würde das mit offenen Armen empfangen. Ich sehe noch nichts. Ja, was machen die Menschen in Hongkong? Ich glaube, Hongkong, also entweder China oder Hongkong, ich glaube, das variiert auch je nach Ranking. Schatti, wir halten das hier schön politisch korrekt, ja? Ja, ja. Alles klar. IQ von Hongkong Chinesen ist weltweit auf dem ersten Platz. Ich glaube, die haben Durchschnitt von 108 oder sowas. Erster Platz ist Singapur. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Gut, dann ist es Singapur. Was machen die Leute dort anders, als wir es tun? Was ist denn deren Kindergärten anders als bei uns, Erwin? Also bei Singapur ist es natürlich, die haben einfach viel Migration natürlich auch gehabt, günstige Migration. Die haben, es ist ein kleiner Staat, da kann man, also wenn da ein kluger einwandert, hat das den, die Durchschnitt schon anders verändert, als wenn das in China passieren würde. Und die haben das über Migration gemacht. Aber ja, natürlich ist dann die Frage, wir messen ja ganz einfach in wissenschaftlich tausendfach belegten Publikationen, dass die IQs zwischen Nationen unterschiedlich sind, sagen wir, was wir machen können, was anzugleichen. Ich bin für die, also eine Angelegenung nach oben, nach unten wüsste ich auch, was wir machen. Aber wir würden alle profitieren, wir würden alle profitieren davon. Also als Menschheit. Als Menschheit, ich würde die Durchschnittsetzung sofort befürworten. Sag's mir. Jetzt kommen wir nicht mit, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, wenn die alle glüge. Ja, flieger Blödsinn, komm sorry, also Singapur ist ein, also Hongkong ist das bessere Beispiel. Es ist hart kapitalistisch. Aber hart, mein Lieber, hart. In ihrer neuen Welterarbeit. Es ist eine Kombination natürlich, aber es ist in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist im Durchschnitt, jetzt bin ich ja gespannt, ein normaler Mensch, der nicht irgendwie eine Beeinträchtigung des Hirns hat, in irgendeiner Form, dem kannst du alles mögliche beibringen. Der kann bei einem... Ja, kannst du das Erwin? Dann erklär mir doch mal bitte, wie es sein kann, dass ich glaube, es war Zuckerberg, bin mir nicht ganz sicher. Der sagte, es gibt Ingenieure, die halten acht Patente und dann gibt es im selben Unternehmen hundert weitere Ingenieure, die halten nicht ein einziges. Hundert halten nicht eins, einer hält acht. Wie ist das möglich? Ich kann nicht, wir wollen jetzt auch nicht zu pessimistisch sein, ich kann nicht auf einer spezifischen Sache, kann ich normalen Menschen schon ganz gut besser machen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Otto-Normal-Menschen von der deutschen Straße nehme, der hat, also wenn der anfängt mit Schach, hat der eine Elo-Zahl von 600 vielleicht. Wenn ich den mit dem Schachmeister trainiere, da hat der nach zwei Jahren eine Elo-Zahl von 1700 oder sowas, also ist deutlich ein überdurchschnittlicher Spieler. Aber er wird Probleme damit haben, 2800 zu erreichen, wenn er dafür nicht die Veranlagung mitbringt. Er wird Probleme haben, sozusagen Magnus Carlsen herauszufordern. Also du kannst natürlich große spezifische Verbesserungen erzielen, aber erst einmal hat die wenig Übertrag auf andere Gebiete, du bist dann immer noch kein besserer Physiker und zweitens alles geht viel weiter und wenn du schon das genetische Potenzial für Intelligenz mitbringst, dann kommst du weiter in dieser Hierarchie. Q-Test, den kannst du ja irgendwo positionieren. Förder ihn genug und du wirst sehen, dass der einfach alles Mögliche schaffen kann. Nein, nein. Das stimmt nicht. Du kannst für einen Mensa-Test, kannst du dahingehend trainieren, du kannst ihn natürlich zehnmal machen, dann kennst du den Ablauf, du bist weniger aufgeregt, du weißt, was auf dich zukommt und so weiter und so weiter. Test-Saviness, ja, genau, das kannst du verbessern. Richtig, aber du kannst, meine, auch mit dem, die dürfen natürlich nicht dieselben Fragen beinhalten, ja, weil das kannst du einfach auswendig lernen. Aber wenn ich dir mal einen neuen Test vorlege, du kennst es aber mittlerweile den Ablauf aus dem FF, dann kommst du als Durchschnitts-Bundesbürger nicht in den Mensa-Club rein. Ab Mensa-Club ab 130, also hochbegabter, da kommst du nicht rein, weil du diesen Test, den Ablauf des Testes kennst. Und es gibt mittlerweile, wie gesagt, auch IQ-Tests, die überhaupt keine Fragen mehr brauchen. Die testen deine, die Reaktionsgeschwindigkeit deines Gehirns. Da beantwortest du keine Fragen mehr und da gibt's auch gewaltige Unterschiede. Ja. Und wenn du ihn aber nicht förderst, dann wirst du sehen, dass er es einfach nicht hinkriegt. Wie gesagt, diese Förderung ist halt spezifische Kenntnisse. Ja, natürlich kannst du spezifische Kenntnisse ausbilden. Ja, du kannst Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging spielen und wenn du da erst mal 20 Stunden auf der Uhr hast, dann wirst du natürlich deutlich besser sein, als du es zu Anfang warst. Dann legst du das Spiel für ein Jahr, oder sagen wir mal, für fünf Jahre weg und du fängst wieder genau da an, wo du zuvor standst. Oder du legst das Spiel weg und nimmst ein anderes Spiel, aber da hat sich sozusagen dein Talent nur in viel geringerem Maße. Das überträgt sich ein bisschen vielleicht, aber nicht so sehr. Und jemand, wie gesagt, der eine natürliche hohe Intelligenz mitbringt, würde dich in beiden Kategorien schlagen, wenn er dieselbe Zeit reinsteckt. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Einstein ein sogenannter theoretischer Physiker war. Das heißt, der Mann hat gearbeitet mit einem Blatt Papier und einem Stift in der Hand. Ja. Und da hat er uns alle mögliche Scheiße erklärt, mit einem fucking Blatt Papier und einem Stift in der Hand. Erwin, das kannst du nicht trainieren. Auf den Kindergarten möchte ich gehen, auf den Einstein gewesen ist. Genau, also bei so Top-Wissenschaftlern spielt natürlich auch bei Glück eine große Rolle, dass sie einfach drauf kommen. Also es gibt ja auch genug Leute, brillante Leute, die sind jetzt normale Professoren geworden, haben nie Einsteins wissenschaftliche Höhen erreicht. Aber klar, das ist halt, es ist nicht garantiert ein hoher IQ, dass du wissenschaftlich Erfolg hast, aber wissenschaftlich Erfolg ohne hohen IQ ist praktisch ausgeschlossen. Ist diese Differenz nun ein schönes Stück gemildert und aufgeweicht worden? Die Lefties haben hier in gewissem Grade also ihre weltanschauliche Schizophrenie geheilt. Allerdings Linke und Linksliberale sind nicht ein Mach mal, mach mal weiter. Ja, schade, ich habe gerade gedacht, dass da der Live-Chat ist, auf den ich eingebaut habe, ist leider nicht. Und dasselbe fair enough, aber dann tun Sie auch bitte den Gefallen und setzen nicht Rechte und Liberale gleich, da liegen nämlich genauso Welten dazwischen. Na klar, tue ich auch nicht. Tue ich auch nicht. Ich unterscheide Rechte in alle ihre rechten Facetten, also von konservativ über liberale, über libertäre Rechte, über, ja, obwohl die libertären Rechten sind in Wirklichkeit feudalistische Rechte, ja, also ich mache das doch. Definitiv. Hatte dies auch einen furchtbaren Preis. Neben der Unhaltbarkeit vieler Lebensentwürfe steht nun die Schwierigkeit im Raum, eine viel ambitioniertere Klientel zusammenhalten zu müssen. Arbeit im Raum wurde also ihrer weltanschauliche Schizophrenie geheilt worden. Die Lefties haben hier in gewissem Grade also ihrer weltanschauliche Schizophrenie geheilt. Allerdings hatte dies auch einen furchtbaren Preis. Neben der Unhaltbarkeit vieler Lebensentwürfe steht nun die Schwierigkeit im Raum, eine viel ambitioniertere Klientel zusammenhalten zu müssen. Arbeiter und die normale Bevölkerung haben wenig Interesse noch Aussicht oder Vermögen dazu, den Herrschaftsanspruch und die Autorität der Intellektuellen anzugreifen. Es sei denn, diese Intellektuellen zeigen sich so offen feindlich ihren Anliegen gegenüber wie zur Zeit. Der große Kummer marxistischer Theoretiker, dass die Massen nie so recht revoltieren wollten gegen das System, funktioniert ja auch in die andere Richtung. Sie stellen nie sehr aktiv, sehr effektiv eine andere Klasse in Frage. Der neuerliche Parteitag der Linken hat gezeigt, dass dies zum Beispiel mit der in Zahlen winzigen, aber stark nach Einfluss und Präsenz strebenden Gruppe der Buchstabenmenschen mitnichten so ist. Deren Zahl geht im Gegensatz zu jenen der einstigen Arbeiterschicht, wie gesagt, nicht in die Millionen, aber sie sind auch viel schwerer zu kontrollieren. Auf die ethnischen und religiösen Loyalitäten... Ich habe keine fucking Ahnung, auf was er hinaus will damit. Ich will darauf hinaus, dass die Arbeiter... Du kannst also... Du kannst nicht Arbeiter bleiben und Führer werden, aber sozusagen die Arbeiter hinterfragen dich auch nicht so sehr. Die Arbeiter greifen dich nicht so sehr an, eben weil diese Arbeiter nicht mit den... nicht mit so ambitionierten Geistespotenzialen meistens ausgestattet sind, weil sie in ihrer Sphäre etabliert sind. Ja, solange man den Arbeiter nicht wirklich zur Leibe rückt, dann werden die politisch wenig aktiv. Deswegen gibt es auch keine... Diese Massenrevolten, wie diese Kommunisten immer vorher gesagt haben, die haben es ja nie gegeben. Also es hat natürlich die Winterrevolution gegeben, aber auch die, die war nicht ein reines Arbeiterphänomen. Das waren auch viele Intellektuelle, die das, wie gesagt, geführt haben, organisiert haben, etc. Und das war ja auch ein Kriegsprodukt gewesen. So. Jetzt haben wir diese neue Klasse von Homosexuellen oder von Migranten, aber die sind aktiver. Die stellen mehr Forderungen, sozusagen. Die lassen sich nicht so leicht... Ich will nicht sagen unterdrücken, die lassen sich so leicht kontrollieren. Du siehst das ja auf dem linken Parteitag, ja. Du hast fünf Transmensch sozusagen in diesem Land und nicht 30 Millionen Arbeiter, aber wie viel Ärger die in deinem eigenen Lager machen? Weil die ständig irgendwelche Forderungen stellen. Weil die, also deine Klientel hat dein Eigenleben entwickelt. Das meine ich damit. Also die Klientel der Linksliberalen, nicht deine. Okay. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Tätten arabischer Migranten brauche ich hier gar nicht erst zu verweisen. Und bevor ich nun weiter auf die Linken einige... der Punkt. Die arabischen Migranten, die kommen oft aus derselben Schicht, Klasse, wie die klassischen Arbeiter, aber die haben ihre ethnischen Loyalitäten, ihre religiösen Loyalitäten. Das macht die auch schwieriger zu kontrollieren. Und die Konflikte sehen wir auch gerade, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, dass das nicht so stromlinienförmig läuft. Diese Leute stellen andere Klassen infrage, aber eben nicht aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit. Meine Araber, wenn er Arbeiter ist oder arbeitslos, sagt halt nicht der andere Arbeitslose oder sowas oder der Professor oder sowas, den stelle ich infrage, weil du eine andere Klasse angehörst, sondern der stellt infrage aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit und aufgrund von religiöser Zugehörigkeit. Man hat sich halt neue Klassen geschaffen, die es einfach gemacht haben zu herrschen, aber diese Klassen haben ein Eigenleben entwickelt. Und das sehen wir jetzt. ...erscheinungen auf der politischen rechten Seite, welche... Danke Happy Bands für den zweiten Monat mit Besos Besos. Danke Happy Bands. Unhaltbarkeit vieler Lebensentwürfe. Ich weiß nicht, was ich noch was will. Ich check's nicht. Ich meine damit die Depressionsraten zum Beispiel. Also die Unhaltbarkeit vieler Lebensentwürfe, dass halt viele LGBTQ-Menschen scheinbar kein großes Lebensglück entwickeln und etc. Also ich will das auch nicht zu sehr ausführen. Linken eingehe. Noch ein Wort zu gewissen Erscheinungen auf der politischen Rechten. Viele sind weniger als Arbeit, aber dafür irgendwie mächtiger. Ja, aber er belegt nicht, warum. Ja, habe ich gerade. Also wie gesagt, die sind viel aktiver, die sind ambitionierter, die sind nach oben strebendere Strukturen eingebunden. Wie gesagt, wir haben nicht so viele Homosexuelle oder Transpersonen etc. in Deutschland, aber guck mal, wie viel politisches Gewicht gemacht haben, wie viel Unruhe die stiften, wie sehr die die Linkspartei auseinandernehmen. Das ist halt eine andere Klasse von Leuten, mit denen du das zu tun hast. Deswegen check ich nicht ganz, auf was er hinaus möchte. Die lassen sich weniger kontrollieren. Warum? Auf was will er hinaus? Ich verstehe nicht. Das müsste er ausführen. Ja, das müsste er ausführen. Machen es kurz. Also, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es durch Schott habe. Also, du sagst, dass, was diese Kontrolle betrifft, ja, dass der Arbeiter quasi damit glücklich ist, wenn sich jemand hinstellt und sagt, die Leute, ich kämpfe für den Arbeiter. Und ich fordere das und das und das für den Arbeiter. Und der wird nicht an allen Ecken und Enden hinterfragt von den Arbeitern. Weil die Arbeiter halt mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt sind. Mit Arbeiten zum Beispiel. Mit sich um die Familie kümmern. deren Tag ist ausgefüllt. Und die besitzen auch nicht die, also, sie sind ja Arbeiter, weil sie für gewöhnlich im Durchschnitt nicht die intellektuellen charakterlichen Kapazitäten besitzen, sich ständig damit auseinanderzusetzen. Also, diese ganze geistige Arbeit ständig nachzuvollziehen und zu kritisieren, das, was die Intellektuellen klassischerweise tun. Ja, das macht die Arbeiter, wie gesagt, weniger mümpfig im gewissen Sinne, aber auch, also, dann aber natürlich auch leichter kontrollierbar. Die geben sich einfacher zufrieden. Ja, das ist damit gemeint. Und dann, demgegenüber, wie gesagt, die LGBTQ-Menschen, die eine geringere Anzahl haben und, wie gesagt, als die man sich leichter ausgeben kann, aber wir sehen ja, die sich überhaupt nicht leicht zufrieden geben, die ständig Forderungen stellen, die sich ständig in Machtpositionen vordrängen, in einem Maß, wie das die Arbeiter dann nie getan haben. Ja, und halt auch Sachen bekommen, wie die Arbeiter sie nie bekommen haben. Also, wir haben jetzt ein Bürger... Ja, die Arbeiter haben auch was bekommen, würde ich sagen. Also, als es die linke Vertretung noch gab, die Arbeiter haben schon Tarifverträge bekommen und Krankenversicherung und Rentenversicherung und all das, das ist schon... ja, ja, warte, warte, aber die haben halt keinen Tamponspender auf der Herrentoilette des Bürgeramts oder des Bürgermeistersitzes in Stuttgart bekommen. Also, die kriegen ja selbst Schwachsinn durch. Wir haben jetzt, ich habe vergessen, wo es war, du wirst den Fall kennen, da stand zur Auswahl ein ehemaliger, ich glaube, Siemens-Mitarbeiter mit 20 Jahren Erfahrung oder so, IT-Fachmann von vorne bis hinten und da gab es einen neuen Posten zu besetzen. Irgendwas für irgendein Ministerium oder so. Und auf der anderen Seite stand der Grüne, ich habe ihren Namen leider vergessen, der Live-Chat wird ihn nun sicherlich mitteilen, die hatte, soweit ich weiß, gar keine Erfahrung auf dem Sektor und ist jetzt gewählt worden. Die ist jetzt in diesem Amt und diese Woche wurde verkündet, dass sie jetzt erst mal vier Millionen Euro bekommt, um das System umzustellen auf gendergerecht. Da sind jetzt Sternchen zukünftig drin. Wenn du irgendwas ausdruckst, dann sind dann Sternchen drin. Da steht dann Arbeit her, innen. Dafür hat die vier Millionen bekommen, diese Frau. Also, da werden ja, da werden ja Gelder aus dem Fenster geschmissen für schwachsinnige Inhalte. Wann ist das jemals für die Arbeiter so gemacht worden? Gut, klar, kann man ihm nicht vorwerfen jetzt. Er ist ja für die Arbeiter. Er ist ja kein Ex-Liberaler. Aber ja. Ja. Für IT. So. Also, nur damit wir das hier auch sauber belegt haben, München zahlt vier Millionen Euro fürs Gendern. Grüß Gott, statt sehr geehrter Herr. Also, was für eine Verbesserung der Welt. Und wie gesagt, das geht zurück auf die gute Frau Laura Dornheim. Und die ist jetzt neue IT-Referentin. Und die ist, wie der Zufall es so will, von den Grünen. Ja, was hat die für eine Qualifikation? Das wird in meinem Video auch noch kommen. Die Linken geben ihrer Klientel halt Dinge, die sie haben wollen. Und die Rechten, also die Konservativen, die Pseudo-Rechten, dicht. Wenn die CDU dran kommt, kriegen wir den Scheiß. Wenn die CDU dran kommt, kriegen wir genau das und das Versprechen, dass die Steuern vielleicht nicht steigt. Das ist das Höchste, was wir bekommen. Ja, linke Kräfte schämen sich nicht dafür, die Macht, die sie erhalten, auch zu nutzen. Ja, genau. Und ihrer Klientel zufriedenzustellen. Das Problem ist natürlich auch, das hat einen Grund. Die rechte Klientel war nicht aufmüpfig bisher. Und deswegen haben sie nicht bekommen, was sie wollten. Ja, nächstes Beispiel, ich glaube, es war Claudia Roth. Die hat ja jetzt das, was ist das, Kulturministerium übernommen oder so ähnlich? Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe in einem, ich glaube, Podcast von Tichis einen Blick gehört, dass die, nicht als erste Amtshandlung, aber mittlerweile ist das Ding durch, die ist seit einem Jahr im Amt und das Ding ist mittlerweile durch, die hat da quasi die Führungsriege ausgetauscht. Ja, um halt dann natürlich, also, die hat da nicht Leute reingebracht, die sie für qualifizierter hält oder für besser aussehend oder so, sondern Leute, die auf Linie sind. Linke schämen sich nicht dafür, die Macht, die sie haben, auch zu nutzen. Das müsste er ausführen, ja. Und bevor ich nun weiter auf die Linken eingehe, noch ein Wort zu gewissen Erscheinungen auf der politisch rechten Seite, welche sich nun auf einmal mit diesem gewaltigen, alleingelassenen Potenzial deutscher Arbeiternormies konfrontiert sieht. Sieht. Ich denke, er meint, sie werden medial stärker unterstützt. Ach so, ja, das stimmt auf jeden Fall, weil sie mehr politischen Einfluss haben. Ah ja, okay. Ja, Erwin, sie haben Macht. Letztendlich geht es um Macht. Also, die Macht zum Beispiel, darüber bestimmen zu können, wer an einer Universität, siehe Humboldt-Uni, einen Vortrag halten darf und wer nicht. Ja, letztendlich geht es um Macht und diese Menschen haben Macht. Sie, sie, äh, sie werden mehr sozusagen, unterstützt ja auf jeden Fall. Das ist ja auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, das sehe ich auch so, weil, er framet das wieder positiv, ne, sie werden mehr unterstützt. Nein, Erwin, die bestimmen, wer reden darf an einer Uni und wer nicht. Es ist ja, es ist ja, wenn du dir, wenn du dir das ja anschaust, es gibt ja jetzt eine riesengroße, äh, äh, Geschichte, ähm, so, Diversity-Flieger von der DFB, ja, Rewe beendet wegen dem One-Love-Dings, äh, die Zusammenarbeit und so weiter und so fort, das heißt, es wird sehr viel, es wird sehr viel, äh, Wert darauf gelegt, dass man darauf schaut, wie es identitätspolitisch um Menschen steht, aber, wenn es um ökonomische Sachen geht, also sprich, ganz normale Arbeiter, das ist wieder der alte Punkt, die revolutionäre Klasse hat sich geändert, die haben eine neue Klientel, die beliehen ihre Klientel, das ist nicht, äh, seine Klientel, der findet es scheiße, okay. Ja. ...gebeutet werden, 24-7, ja, das interessiert niemanden, darüber wird nicht geredet. Es ist sogar ganz im Gegenteil, Parteien wie die Grünen, ja, äh, benutzen die Identitätspolitik dafür, um von Arbeiterbelangen abzulenken, aktiv, ja, weil die können sich dann einfach, äh, in, in ihrer Politik, wenn sie gewählt werden, die können sich dann hinstellen, dann können sie einfach sagen, äh, wir kämpfen für linke Werte und dann setzen sie sich einfach für, so, äh, linke Werte ein, wie LGBTQ oder, äh, gegen Rassismus für Feminismus, das sind auch linke Werte, keine Frage, aber sie müssen sich nicht mit den Konzernen anlegen, mit den Konzernen können sie sozusagen, äh, sich ins Bett legen, das ist überhaupt kein Problem, ja, und dann kannst du damit eine performative linke Politik machen, die niemals die Wirtschaftsverhältnisse angreift, ja, die, die, die brauchen dann einfach sich niemals mit den eigentlich wirklich mächtigen Kapitalisten anlegen, aber können trotzdem so tun, als würden sie ausschließlich nur eine zutiefst linke Politik machen, ja, das ist natürlich ein Problem, ja, denn wo ich nun schon mal die thematische, weil das sie sich natürlich für LGBTQ und Co einsetzen, ist ja based, ja, aber man müsste halt weitergehen. Ja, ich meine, auch da, Erwin ist fast, fast dran, ja, die Wahrheit zu erkennen. Er muss das halt ablegen, und, Bro, ja, es geht nicht darum, dass da irgendwie auf der Straße schwul ist, ja, ich kenne auch Schwule, das ist nicht so wichtig, das ist, das ist doch egal, es geht um diese politische Dimension, ja, dass die sich für die LGBTQ-Community einsetzen, ist der Grund dafür, dass du nichts zu sagen hast, ja, du musst dich entscheiden, willst du das, oder willst du deine Klientierklasse, du kannst dich beides haben. Ich meine, der Zug ist da gefahren, aber ich weiß auch nicht, ob der Zug hier offen stand, aber du musst dich, wenn du wirklich die altlinke Sache haben willst, das musst du bekämpfen wie, wie, wie Unkraut, weil, ich habe ja schon gesagt, es besteht ein Spannungsgefüge zwischen Fabrikant und Arbeiter, aber viel weniger zwischen LGBTQ-Person und Fabrikant, und das kriegst du halt nicht vereinigt, die einen wollen was anderes als die erste Gruppe. Also ich sage ja, der komische Queerbeauftragte, der will deine Scheißgleichheit nicht. Nee, wird es niemals besser gehen, als es ihm jetzt geht, ja. Wenn es nach dem ginge, dann wird 2022 für die nächsten 1000 Jahre herrschen, weil er da 10.000 Euro im Monat dafür bekommt, auf Grindr sich sein nächstes Chefstabstündchen bei der Parlamentssitzung zurecht zu besorgen. Also, das ist mit deinen Interessen nicht vereinbar. ...zu habe, will ich gleich den Rundumschlag üben und schauen, ob sich in unserem Lager nicht in Ansätzen eine ähnliche Schizophrenie ausbildet wie eins bei den klassischen Linken. Also wie gesagt, das ist bei den Rechten natürlich... Ich würde vorschlagen, das kannst du jetzt mal durchlaufen lassen, es geht jetzt eigentlich nur um Julian Reichelt. Das können wir uns anhören. Kurz, was ihr dazu zu sagen habt, dann machen wir einen Endkommentar dazu. Alles klar, wunderbar. Dann nutze ich das, ich habe Kopfhörer auf, ich höre also alles und gehe kurz pinkeln, ja? Gut. Bis gleich. Ich bin natürlich nicht ansatzweise im gleichen Maße ausgeprägt, weil hier die Hierarchisierung nicht abgelehnt wird, aber wenn ich mir... Ja, aber die Hierarchisierung bei Rechten wird ja die ganze Zeit verschleiert. Es sagt ja keiner von den Rechten irgendwie, wir wollen über andere Menschen herrschen. Sagt sie ja nicht. Sondern ihr tut die ganze Zeit so, ich meine, hallo, die AfD läuft herum und tut so, als wäre sie einfach die Partei der kleinen Arbeiter. So, komm schon. Aber so, die ganzen Leute, die in der AfD sind, so hat ein wirtschaftsliberal im Flügel. Komm schon einfach, wenn du dir die anschaust, die AfD ist schlechter für die Arbeiter als die FDP, Alter. So, um was geht's? Ja, so, die sagen das nicht offen. Das könnte ich jetzt auch Schizophrenie nennen, dass sie einerseits sagen, wir sind für die Arbeiter, aber auf der anderen Seite sind sie alle so ein elitärer Kreis aus Goldman Sachs-Vorständen, ehemaligen. Ja, so, weißt du? Persönlichkeiten wie Julian Reichelt ansehe, dann erkenne ich da schon ein ähnliches Spannungsgefüge. Der Herr Reichelt bedient aus seinem YouTube-Kanal in Bildmanier massenfähige Themen in einer einfachen, theoriefreien Sprache. Leicht verdauliches Futter für die Leute, im Arbeiter- und Boomer-Paradies. Was er da tut, ist in Volkstribun spielen, die Sorgen, Nöte und Meinungen der Menschen aufnehmen und sie medial aufbereitet an sie zurückwerfen. Was machen die Grünen mit unserem Land? Warum nimmt man unser eins nicht mehr ernst? Die verrückten, dieologiegetriebenen Linken. So in diesem Doktus. Natürlich ist aber auch hier das Problem, dass Herr Reichelt kein normaler Bürger ist, dass er ganz wesentlich einer anderen Klasse angehört. Schau, die Frage der Klasse darf man nicht mit der Schicht verwechseln. Wenn Reichelt kein Eigentümer von jemandem ist und Arbeiter hat, die für ihn arbeiten, sondern er für jemanden arbeitet, dann gehört er zu unserer Klasse trotzdem. Ja, klar. Wie gesagt, nochmal, ich, nochmal, ganz kurz, ich besitze 100 Millionen Euro, aber arbeite für jemand anderen, weil ich CEO angestellt bin bei einem Unternehmensbesitzer. Da bin ich für dich ein Arbeiter. Macht keinen Sinn, such dir ein neues Kriterium. Mach mal weiter. Nach der Definition. Wenn er aber jemand ist, der Leute für sich arbeiten hat und die quasi einstellt und mit Löhnen bezahlt und ausbeutet nach marxistischem Sinne, dann gehört er zur anderen Klasse tatsächlich. Aber er gehört auf jeden Fall zu den Bonzen und setzt sich für ihre Interessen ein. Ja, das stimmt. Er ist auf der Seite der Kapitalistenklasse. Weiter, weiter, ruhig weiter. Nee, 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 warte kurz. Ich wollte sagen, Reichelt ist auf der Seite, der zum Beispiel, wie heißt er, Zetsche, glaube ich, ehemaliger Mercedes-Vorstand oder so, der da sagte mit den Flüchtlingen, droht uns jetzt hier das nächste Wirtschaftswunder. Also das ist die, die Leute, die die Letzten sind, die Letzten, die sagen, Zwanderung, ich weiß ja nicht so genau, auf deren Seite ist Reichelt oder was? Nee, das meint er natürlich nicht. Das ist ihm egal, weil er, wie gesagt, aus dieser marxistisch-materialistischen Perspektive halt aus diesem Tunnelblick guckt, Reichelt will nicht die Kapitalisten, will nicht die Unternehmer in Deutschland enteignen und die Produktionsmittel umverteilen, also ist es auf deren Seite. Ja. Und alles andere zählt nicht. Ja, jetzt ist das Problem, dass Erwin sich immer wieder vom Kommunismus abgrenzt. Also Erwin, habe ich schon mehrfach sagen hören, er ist kein Kommunist. Er verabscheut den Kommunismus, ist nicht sein Ding. Das Problem ist doch aber, dass die logische Konsequenz von dem, was er sagt, ist doch nur der Kommunismus. Also wenn er von Ausbeutung spricht, selbst im Kontext von Reichelt, der wird seine, weiß ich nicht, 10, 20 Angestellten haben oder so, die werden ja auch offensichtlich ausgebeutet. Ich nehme an, die Definition von Ausbeutung ist die marxistische. Das heißt, sofern du nicht 100% von dem, was du an Mehrwert erschaffen hast, ausgezahlt bekommst, wirst du ausgebeutet. Das können wir doch nur heilen durch den Kommunismus. Klar, ich finde, ich sehe es auch nicht. Und vor allem, Ausbeutung hat ja auch eine emotionale Komponente. Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, Arbeiter bin, in einem Handwerksbetrieb und habe einen Chef und mache dann meinen Handwerkskram, bin ich ausgebeutet. So, jetzt füge deinen demokratischen Betrieb ein. Klar, die Betriebsstruktur ändert sich ein bisschen. Ich mache aber immer noch jeden Tag dasselbe. Von mir aus verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber jetzt bin ich auf einmal überhaupt nicht mehr ausgebeutet. So, die 2,50 pro Stunde, die ich jetzt mehr bekomme oder was weiß ich, die haben jetzt meine Ausbeutung beendet. Das ist halt, ich mache doch immer noch dasselbe dann im Wesentlichen. Ja, aber ich glaube, ich glaube, Erwin würde anerkennen, dass die Grenze ist genau die, dass du halt nicht das ausgezahlt bekommst, was du an Mehrwert erschaffen hast. Und da müsst ihr mir erklären, selber dann in diesem Zusammenhang vom Kommunismus abgrenzt. Ja, okay. Klar, wie gesagt, das führt uns natürlich in die ökonomische Hölle. Das wird nichts. Ja. Römischen Republik waren die Volkstribune im Wesentlichen die Vertreter zum Macht und Vermögen gelangt der Nichtadeliger. Also ein Instrument in der Auseinandersetzung zweier einflussreicher Fraktionen im Staat. Heute aber verstehen wir darunter eher so etwas wie einen populistischen Robin Hood, der dem Volke wiedergibt, was ihm rechtmäßig zusteht. Ja, Reitschusler ist auch seiner. Ich halte so etwas nun nie für ganz ehrlich, weil man eben fast notwendigerweise gezwungen ist, ständig so zu tun, als sei man etwas, was man offensichtlich nicht ist. Ich bevorzuge direktere, offenere, nicht selbstentsagende Herrschaft, bei der jedermann klar ist, wer Verantwortung trägt. Da liegt nämlich... Naja, Verantwortung und Herrschaft würde ich jetzt nicht so gleichsetzen, aber okay, ja. Weil, weil... Ja. Okay. Die Gefahr des Tribunes... Er tut halt so, als sei es eine logische Konsequenz, nichts für Arbeiterrechte zu tun, wenn man für LGBTQ-Rechte ist. Finde ich gar nicht, dass er das so gemeint hat. Aber okay. Das ist aber natürlich, Schwassi, wie du schon gesagt hast, das Problem ist nicht der Einsatz für LGBTQ-Rechte, sondern die liberale Übermacht in der Gesellschaft, die keinen Entwickler für Arbeiter gibt und die Linkspartei ist ja schon... Also LGBTQ-Rechte, Rechte, Rechte, was haben die denn für keine Rechte? Die haben alle Rechte. Die haben alle Rechte. Ja, das ist... Ihr müsst euch davon befreien... Ohne jede Bedeutung. Schön, aber das sind ja... Richtig, aber das sind ja keine Linksliberalen. Ihr müsst euch davon befreien. Ja, die werden nicht negativ behandelt dafür, dass sie schwul sind. Da tritt ihnen keiner die Tür an und sagt, du bist jetzt nicht mehr schwul. Schön, gab's aber schon vorher. Ihr müsst von denen weg, sonst wird das nie was. Wie gesagt, die haben kein Interesse daran, eure scheiß Produktionsmittel umzuverteilen. Die wollen die Produktionsmittel haben und sie sind auf einem guten Weg, sie zu bekommen. Ja. Arbeiterfreundlichste Partei in diesem Land. Äh... Oh, 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 wurde ja gerade gefragt, welche die arbeiterfreundlichste Partei in diesem Land ist? Ich glaube ja. Das heißt, die Frage, die ich vorhin in den Raum geworfen habe, die wird jetzt wahrscheinlich beantwortet. Und ich bin gespannt. Wenn es nicht die AfD ist, welche Partei ist das dann? Im Parlament, ja. Achso, sorry. ...tun, wenn man für LGBTQ-Rechte ist. Finde ich gar nicht, dass er das so gemeint hat. Aber okay, das ist aber natürlich Schwassi, wie du schon gesagt hast. Das Problem ist nicht der Einsatz für LGBTQ-Rechte, sondern die liberale Übermacht in der Gesellschaft, die keinen Entwickler für Arbeiter gibt. Und die Linkspartei ist ja schon die arbeiterfreundlichste Partei in diesem Land. Ah ja, es ist also die Linkspartei. Die Linkspartei, die meiner Meinung nach woke unterwandert ist. Also was er ja selber kritisiert. Das steht er ja zu, ja genau, das steht er ja zu. Ja, wie kann er das dann abnicken, dass das die arbeiterfreundlichste Partei ist? Na gut. Okay. Da gibt es halt noch Saga-Hagenkrieg drin, irgendwie sowas. Machen wir weiter. Ja, die aber, soweit ich weiß, kritisch sind. Aber gut, das werden wir nicht klären können. Im Parlament, ja. Bei der jedermann klar ist, wer Verantwortung trägt. Da liegt nämlich die Gefahr des Tribunats. Geht irgendwas in die Hose, zieht sich der Tribun schnell auf den Standpunkt zurück, nur im Namen des Volkes gesprochen zu haben. Und das Volk hat immer Recht, auch wenn jeder weiß, dass es weder Recht hat, noch überhaupt an einer Entscheidung beteiligt war. Aber gut, die Leute wollen solche Figuren, da liegt es nahe, dass irgendjemand den Job übernimmt. Das ist noch nicht so sehr das Problem. Okay, ich höre übrigens gerade, er mag Wagenknecht mittlerweile. Ich denke auch, er hat ein Bild von ihr im Hintergrund. Leider. Ja, aber das ist der Beschiss, das ist das, wo ich unter... Achso, ich habe ja vorher von den Linksliberalen erzählt. Von der Sarah Wagenknecht werden sie die Pseudo-Linken genannt. Und ich würde sagen, sie sind die Pseudo-Linken und dann gibt es die Pseudo-Rechten. Die würde ich auch noch dazu zählen. Es gibt die Pseudo-Linken und die Pseudo-Rechten. Das sind beide vom System gebrauchte Widerstandsklassen, die sich gegenseitig vermöbeln. Oder Fraktionen nennen wir sie, damit der Klassenbegriff nicht verwaschen wird. Ja, zwei Fraktionen, die sich gegenseitig permanent vermöbeln. Ich hoffe, er erläutert noch ein bisschen, was ein Pseudo-Rechter ist. Also die Pseudo-Linken wissen wir jetzt. Die sich vorgeblich für die Interessen der... Das ist die andere Klientierklasse. Genau, das sind die, die seine Klientierklasse aufgegeben haben, sind für ihn die Pseudo-Linken. Was die Pseudo-Rechten sind, das ist auch noch nicht so ganz klar für mich. Ich bin gespannt. Böbeln, ja. Da hast du auf der einen Seite die Pseudo-Linken und auf der anderen, also die Linksliberalen, die Grünen und auf der anderen Seite hast du die Pseudo-Rechten, dass sie die ganzen Arbeiter, die eigentlich die Herrscher wählen. Die Arbeiter, die sich eigentlich, statt sich dafür einzusetzen, dass sie als Arbeiter an der Macht sind, sich dafür einsetzen, dass sie irgendwelche Bons an der Macht sind. Okay, also wenn du laut Erwins Zuschreibung nicht wirklich deine Interessen vertrittst mit der Wahl und du wählst aber eine rechte Partei, dann bist du ein Pseudo-Rechter. Also die Definition von einem Pseudo-Rechten ist eine völlig andere als die von einem Pseudo-Linken. Ja, ich verstehe. Der tut nicht so, als wenn er rechts wäre. Er wählt halt rechts und das entgegen seiner Interessen. Gemäß der Einschätzung von Erwin wohlgemerkt. Also, sorry, das sind nicht zwei vergleichbare Gruppen. Ja, weil diejenigen, die du gerade als Pseudo-Rechte bezeichnest, die gibt es genauso auf der linken Seite. Die denken, was Gutes zu tun, indem sie links wählen, aber nicht checken, dass es da halt großteils um irgendeinen Scheiß geht. Da dreht sich auch der marxistische Diskurs ewig im Kreis. Also, für die gibt es ja, wie gesagt, die Arbeiter, was die große Menge der Gesellschaft, die 90 Prozent sozusagen des demokratischen Materials ausmachen und den Rest, sag ich mal, besitzende Leute. So, und sie sagt halt natürlich jedes Mal, wenn irgendeiner von den 90 Prozent eine rechte Partei wählt, wählt er nicht in seinem Interesse. Dann sagt jedes Mal irgendeiner von diesen 90 Prozent, ja, ich wähle hier aber nicht nur nach ökonomischen Gesichtspunkten, ich wähle hier nach kulturellen Gesichtspunkten und nach anderen Gesichtspunkten, die mir wichtig sind. Und dann sagen die, ja, der zählt nicht, weil die ganze Gesellschaft sich nur auf materialer Grundlage aufbaut. Aber das ist halt eine falsche Annahme. Und das ist eine Annahme, die auch die meisten Leute nicht teilen. Aber da kommen die halt nicht drüber hinweg. Die müssen diesen Todesgriff um diese materielle Basis herum aufgeben. Marx hat den linken Geist getötet, weil er das zum einzigen gültigen, zum einzigen gültigen Parameter erklärt hat. Und sobald, das sieht man ja auch an Wolfgang M. Schmidt, sobald da irgendwas nicht mit erklärbar ist, fangen die an zu konstruieren. Und dann kommen da die verrücktesten Dinge raus, weil es halt nicht gut funktioniert. Weil kein einzelner Parameter, nicht IQ, nicht Klasse, nicht Kapitalismus, die Gesellschaft so sehr dominiert oder materielle Verhältnisse, wie die das behaupten. Weiter geht's. Sich ihre Herrscher wählen und sagen einfach so, ich will gerne einen guten Herrscher. Das sind für mich Pseudorechte. Weil sie sind eigentlich nicht diese Rechten, die jemals an die Macht kommen werden, so wie er das hier beschreibt, sondern das sind Rechte, die nur die Macht der anderen ebnen. Und deswegen sind sie Pseudorechte für mich. Wer ebnet denn durch seine Wahl nicht die Macht von anderen? Also normal, das, was er jetzt Pseudorechte bezeichnet, das ist Pseudo-Alles. Das kannst du auf jede Partei, auf jede Ideologie, auf alles kannst du das münzen. Und ein Reichelt bedient ja genau diese Verwirrung der Pseudorechten. Er bedient, dass diese ganzen Rechten, die Pseudorechten, dass sie eigentlich in Wirklichkeit den PCs bleiben. Dass sie sich in Wirklichkeit auf die Grünen stürzen und die Grünen, die Linksliberalen, die Pseudo-Linken stürzen sich auf diese ganzen AfDler, diese ganzen Pseudorechten, diese ganzen Nazis. Und dann hauen sie sich gegenseitig in die Fresse. Der eine nennt den anderen Schwurbler, der andere nennt den einen Linksgrünversicht. Und dann können sie sich gegenseitig in die Fresse hauen. Worüber wir niemals reden werden, worüber sie niemals nachdenken werden, und das ist auch so gewollt, ist einfach, wer bezahlt Julian Reichelt? Wer bezahlt die ganzen Lobbyisten, die die Demokratie unterhalten? Ja, YouTube, jetzt halt, also zurzeit wahrscheinlich YouTube sind gehalten, der wird auch noch gut was zurückgelegt haben, und das funktioniert, wie gesagt, auch nicht immer so. Der hat Geldgeber im Hintergrund. Also das ist auch mittlerweile recht offiziell, das sind dann Privatpersonen, oder vor allem, glaube ich, eine Privatperson, die das Ganze finanziert. Aber auch das, das ist hier übrigens linke Verschwörungstheorie. Das funktioniert eben nicht, so wie die Linken sich das vorstellen. Das funktioniert nie so, dass dein Geldgeber sozusagen dir Geld gibt, und du dann 100% machst, was der sagt. Dann könnte er es ja auch selbst machen, dann braucht er dich nicht. Sozusagen. Also du verkaufst ihm ja dein Stimmtalent und dein Bild bei der Bevölkerung, und dafür gibst du ihm natürlich ein bisschen deinem, also verkaufst ihm natürlich auch ein bisschen deine Meinung. Da ist ein Spannungsverhältnis, klar. Aber Julian Reichelt hält da immer noch unabhängige Macht, weil es, wie gesagt, dumm ist, die ganze Gesellschaft nur noch materiell, so unmittelbar Geld, Monetär oder Besitztümern aufzuteilen, weil es auch so was wie Meinungsmacht gibt. Julian Reichelt hält Meinungsmacht, und die Leute, die ihn finanzieren, halten keine Meinungsmacht, sondern Geldmacht. Aber so einfach zu sagen, die Leute, die hinter Julian Reichelt stehen, bestimmen zu 100 Prozent, was Julian Reichelt da sagt. Das ist nicht realistisch. Die bestimmen das schon zu einem gewissen Teil, da wollen wir uns mal nicht vormachen, aber nicht 100 Prozent. Das ist ja auch, Selensky hat ein bisschen unabhängiger Macht. Ja, ja, da stehen Leute hinter ihm, klar, der macht nicht, was er will. Aber es ist auch nicht so, als könnte er gar nichts fordern. Dann bräuchte man ja Selensky nicht. Okay, weiter. Wer sind die Menschen, die ganzen Kapitalisten, die an der Macht sind? Wer sind diese Menschen, die so viel Einfluss haben, dass sie die Demokratie biegen können? Und die wird es niemals gehen. Und das ist genau der Punkt. Diesen Fall. Also bei den sohnenden Pseudorechten geht es immer wieder um diese Leute. Ein George Soros zum Beispiel, der steht immer wieder in der Kritik. Weil er nämlich Leute finanziert, die auch eine immense Macht haben, oder nehmen wir das zu World Economic Forum, ja aber nicht demokratisch legitimiert sind. Ja, die kritisieren dann daran, ja, das ist alles Verschwörungstheorie, weil du dich nicht als den Reichen sozusagen als Klasse abarbeitest, sondern immer, also sozusagen, du guckst dir nur die schlechten Reichen an, wie George Soros oder den Typen vom World Economic Forum, und dann verurteilst du die schlechten Reichen. Was du aber nicht tun solltest, ist die Reichen als allgemeine Klasse zu verurteilen. Wenn du das nicht machst, dann bist du halt nur ein Verschwörungstheoretiker. Das ist deren Position. Das macht für mich aber, wie gesagt, auch nicht viel Sinn. Natürlich greife ich keinen Reichen an, der mir nicht im Weg steht, der meine Interessen fördert. Warum sollte ich das auch tun? Also klar, dann sagen die wieder, weil er deine Interessen nicht wirklich fördert, aber das führt, das ist alles das Resultat dahin, dass die diese monopolare Weltsicht haben, dass man das alles aus diesem Besitzverhältnis ableiten kann. Das kann dann aber nicht, weil die Menschen auch andere Faktoren in ihrem Leben für real erachten. Den Arbeitern ist jemand lieber, der 100 Millionen Euro mehr, als ihr sie besitzt, aber ihnen sie mit Respekt behandelt, ihnen nicht die Migranten aufheizt, sie vor politischen Einflüssen vor außen beschützt. Die Leute haben halt einen autoritären Instinkt. Die wollen einen guten König. Das ist das, was die immer verurteilen. Das ist marxistische Theorie, hat herausgestellt, dass der gute König uns nicht weiterbringt. Aber die Leute wollen genau das, was sie damit mit guten Erfahrungen gemacht haben. Der Herrscher ist gut für die Leute. Fühlt Julian Reichelt, also wird darauf von so einem Tod bezahlt, dass er das macht. Und das ist seine Aufgabe. Die Enpizierung der Pseudorechten. Führt dies nur allzu häufig zur ewig malenden Mühle, der sich an sich selbst empörenden Stillstand ist. Weil der Volkstribun nun mal nicht dem einfachen Volke angehört, also unter dessen Kondition auch nicht im selben Maße leidet, aber von dessen Aufmerksamkeit profitiert, hat er oft ein unmittelbares Interesse daran, nur diese Aufmerksamkeit zu erhalten, als tatsächlich Änderung herbeizuführen. Deshalb sind Herr Reichels inhaltliche Punkte allzumeist deckungsgleich mit denen der AfD, aus Gründen der Markenprotektion und leichteren Zugänglichkeit, aber springt er dann jedes Mal auf eine Position zurück, die ihn als, ja, was? Enttäuscht nicht, wer da ausweist, der hofft, dass die CDU sich eines Tages doch noch ändert? Nein, einen Opportunisten, der Reichtum haben will und seine Freiheiten durch Reichtum hat. Das sagt er natürlich nicht selbst von sich. Ich habe dann beschrieben, was Reichelt selbst von sich sagt. Ich meine, komm, Reichelt wählt die AfD. Wenn Reichelt in der Kabine steht, wählt er die AfD. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas anderes tut, ja? Aber das macht er halt aus opportunistischen Gründen, bekennt er sich nicht zu der Partei. Und ich glaube halt, das ist ja auch sehr, das ist halt nicht nur, effektiv strategisch gedacht, das könnte man so sehen, aber ich glaube, das ist halt auch selbstdienlich. Er hat einen einfachen Stand mit. Er kriegt, also seine Geldgeber möglicherweise haben Angst vor der AfD und damit assoziiert zu werden. Also assoziiert er sich nicht damit, also kriegt er von denen Geld. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, ja. Zwei Sachen. Erstens, Schatti, ich würde demnächst, also wahrscheinlich in den nächsten fünf Minuten zum Ende kommen, dann noch die restlichen Superchats vorlesen und dann auch frei machen. Das heißt, du siehst schon, wir haben nicht mal die Hälfte deines Videos geschafft. Ich habe sowas nicht prophezeit. Ja, aber so viele wichtige Punkte haben wir schon geschafft. Dann springen wir doch vielleicht nach der Reicheltkiste nochmals zum Ende. Da kommt jetzt eh so viel über den linken Vortrag, den ich besprochen habe. Das ist eigentlich nicht sehr inhaltlich. Dann springen wir doch erst mal zum Ende. Und dann noch die zweite Sache. Kann es sein, dass du gerade signifikant lauter geworden bist? Einfach so? Vielleicht kann mich der Live-Chat da mal ganz kurz aufklären. Ich würde dich dann nämlich ganz kurz runterregeln. Auf meinen Ohren bist du gerade sehr viel lauter geworden. Ich mache mal ein bisschen weniger. Na, gucken wir mal, wie das so läuft. Hier kriegst du wieder ein Bild. Weiter geht's. Das heißt, wir machen jetzt kurz die Reicheltkiste zu Ende und dann springen wir zum Ende, ja? Ja, die Reicheltkiste brauchen wir nicht zu Ende machen. Das ist wesentlich gesagt. Also Reichelt, wie gesagt, Volkstribun. Mein Punkt ist halt, dass der ein großes Interesse daran hat, sozusagen die Probleme nicht wirklich zu lösen in gewissem Maße, sondern das stabil zu sein. So in Bildmanier die Aufmerksamkeit stabil zu halten, weil das halt ihm stark profitiert. Er ist kein Arbeiter. Er reichelt, schreibt in seine Überschrift immer rein, guckt, was die Grünen uns antun, aber Reichelt ist reich genug, dass es ihn nicht interessieren muss. So, das ist die Realität. Und das könnte er dann halt nur glaubhaft lösen, wenn er sich sozusagen an ein rechtes Kollektiv heranhängt oder an einen rechten Weg zur tatsächlichen Machteroberung. Aber das macht er nicht und das ist ein Selbst wahrscheinlich einfach nur aus Selbstdienlichkeit. Und wenn man argumentieren möchte, dass es nicht aus Selbstdienlichkeit ist, dass Reichelt tatsächlich den großen Befreier spielen will, dann glaube ich das noch nicht. Das ist im Wesentlichen der Punkt. Aber mach mal bis zum Ende. Das ist jetzt eh, wie gesagt, viel über den linken Vortrag und was die Linken so in Strategie machen und dass die die Medien nicht im Blick haben. Aber darum geht es ja nicht hier. Kannst du grob schätzen, was Ende heißt? Also wirklich Ende des Livestreams oder was? Ja, Ende des Livestreams. Wir sind mal die letzten 10 Minuten. Alles klar. Steuersatz an. Wenn der Staat 0% Steuern erhebt, sind die einen am Ebenso 0. Moment, ich sehe das Bild nicht mehr. Achso. Ja, du musst den Livestream selber nochmal starten. Ich musste dich gerade rausschmeißen, um dich ein bisschen leiser zu machen. Also von meiner Seite aus läuft er. Äh, am besten wir legen kurz auf. Leg mal bitte auf. Komplett auflegen, Schatti. Alles klar. Jetzt solltest du dein Bild haben. Jetzt gehen wir mal kurz davor, bevor die diese Kurve auftaucht. Ein bisschen davor. Also auftauchen tut sie. Kapitalismus an der Stelle. Der hat eine, weil, schauen wir uns das doch an. Schauen wir uns das doch an. Ja, schauen wir uns das doch an. Was hat die Kultur in Deutschland am meisten zerstört in den letzten Jahren? Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Wer hat das gemacht? Was hat er die? Ist es einfach, lass ihn mal reden. Okay. Der kapitalistische Konsumerismus. Ja? Ja, gut. Er meint halt, dass es nicht die Migranten sind, sondern Kapitalismus. Kann ich in gewissem Maße zustimmen? Ja, also, die Migranten, die Migration hat da auch viel zu beigetragen. Aber ich kann auch zustimmen, dass im 20. Jahrhundert die, 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 die Globalisierung und der Markt und von mir so unser Wirtschaftssystem viel Kultur getötet haben. Und es ist schwer, es neue Kultur unter diesen Bedingungen äh, entstehen zu lassen. Aber wie gesagt, ich sehe dafür auch vor allem technologische Neuerungen als essentiell. Ich sage ja, die Sowjetunion hatte keinen freien Markt, aber, aber die Sowjetunion hatte technologische Neuerungen. Und da kommst du da nicht dran herum. Also, auch wenn du die Sowjetunion persönlich, hörst du mich noch? Ja. Also, auch wenn du die Sowjetunion persönlich nicht magst und du die nicht für ein linkes System hältst, es ist ein System ohne freien Markt, aber nicht ohne technologische Neuerungen. Und auf die Phänomene, auf die er am Ende noch hinaus will, die, für die sind die technologische Neuerungen wichtiger. Am besten du lässt das Video mal kurz durchlaufen, das ist ja jetzt nicht mehr viel. Und dann sprechen wir noch kurz drüber und dann können wir zwischen den Superchats immer noch was einwerfen. Naja, nicht mehr viel, das sind noch zwölf Minuten. Was sind noch zwölf Minuten? Das Video von Erwin. Achso, äh, ja, ich glaube, die letzten sechs Minuten sind noch nicht mehr so wichtig. Mach mal weiter. Einfach durchlaufen lassen. Okay. Ja, wie ist das? Ist das Volk erst weg, kann mir das Wirtschaftssystem egal sein. Na, du verstehst nicht, umgekehrt. Umgekehrt. Wenn dir das Wirtschaftssystem egal ist, wird das Volk weg sein. Du verstehst das nicht. Und zwar nicht, nicht dein Volk oder irgendein bestimmtes Volk, sondern alles Volk auf der Welt. Alle Menschen, kurz gesagt. Du hast gar nicht dem Volk denken. Das ist das Problem. 4.20er, danke. Ich verstehe es nicht. Also wenn der Kapitalismus nicht mehr ist, dann gibt es auch, okay. Für den fucking 17. Monat ist. Antifaschist dafür immer und immer. Kuss an dich. Danke dir vielmals. Dankeschön. Ich wage also folgende Spekulation. Es wird der Tag kommen, da es mit der Verteilung weiterer Güter langsam knapp wird. Die Logik der Laffer-Kurve bleibt real. Zur Erklärung, die Laffer-Kurve stellt eine Vermutung über den aus staatlicher Sicht optimalen... Oh Mann, und hier ist die große wirtschaftliche Kritik der rechten Steuern. ...steuersatz an. Wenn der Staat 0% Steuern erhebt, sind die Einnahmen ebenso 0. Wenn er 100% Steuern erhebt, geht keiner mehr arbeiten und auch dann sind sie 0. Irgendwo dazwischen... Ja, er lacht jetzt. ...ist ein Maximum geben, an dem sich die Arbeitsverweigerung und Melkleistung optimal gegeneinander aufwiegen. Sicher können wir heute beliebig viel Geld drucken, aber auch dieser Zaubertrick gerät schnell an seine Grenzen, wenn der Druck nicht durch tatsächliche Arbeit oder ähnliches gedeckt ist. Na gut, er ist ja durch tatsächliche Arbeit gedeckt. Ja, aber jetzt kommt viel Quatsch. Erwin, es besteht ein Konflikt zwischen Angestellten oder Arbeiter und Fabrikant. Ich gestehe das zu. Natürlich will der Fabrikant weniger auszahlen, weniger gehalten sein und der Arbeiter will mehr haben. Aber es besteht auch ein riesen Widerspruch zwischen einem Staat, der 40, 50, 60, also effektiv 80 oder 70, 70, 80% Steuern abhebt und einem Arbeiter. Wieso ist das das eine auf jeden Fall, das mit Waffengewalt abgepresste Vermögen durch den Staat? Wieso ist das irgendwas, was man nicht kritisieren sollte? Aber dann sozusagen die Arbeitswelt ist... Worüber man sogar lacht. Also wenn du das kritisierst, dann lacht man darüber. Das macht doch keinen Sinn. Das ist beides also nicht gut für den Arbeiter oder das belastet den Arbeiter beides. Jetzt könnte man argumentieren, ja, von den Steuern wir hätten Dinge gekauft, die dem Arbeiter essentiell sind. Ja, aber das meiste in unserer Republik geht mittlerweile für Soziales drauf. Also für andere Menschen. Das heißt, das meiste von dem Geld, was ich als Steuer einzahle, wird für andere Menschen eingesetzt. Für Rente, weil wir nicht dafür gesorgt haben, eine scheiß Geburtenrate von 2,1 zu bekommen. Worauf Erwin dann antwortet, der müsste halt mehr Kinder bekommen. Erwin, in jedem Land auf der Welt sinkt die Geburtenrate. In Afrika und im Nahen Osten ist sie noch über Erhaltungslevel. In allen anderen Ländern der Welt ist sie noch über Erhaltungslevel. Weißt du? Du erzählst mir, also du kannst dem Arbeiter nicht sagen, wenn du reicher werden willst, dann arbeite halt mehr, weil das System falsch ist. Wenn jedes einzelne Land auf der Welt eine gefallene Geburtenrate hat, dann ist das System. Systemwelt oder Systemgeburt, da stimmt was nicht mit. Dann kannst du nicht dem Einzelnen einfach sagen, ja, ich kriege halt mehr Kinder. Das hat einen Grund, warum die Leute nicht alle mehr Kinder bekommen. Das hat einen Grund, warum sie 18, 50, sechs Kinder bekommen und heute eins. Und das ist nicht nur persönliches Interesse. Du kannst dich auf der einen Ebene argumentieren, dass nur persönliches Interesse, dass das nichts ändern würde und auf der anderen Seite beim Kinderkriegen spielt das dann die Hauptrolle. So läuft das nicht. So, und dann wie gesagt, wofür werden diese Steuern ausgegeben? Für andere Menschen. Wie gesagt, die Rentner, weil wir uns über unsere Bevölkerungsstruktur nicht gekümmert haben, die Asylanten, die das in einem großen Maße abgreifen, weil sie keine, also viele Asylanten erfüllen hier keine produktive Arbeit. Das ist ein enormes Spannungsverhältnis und eine enorme Belastung, die für den Arbeiter entsteht. Wieso sollte man Steuern nicht kritisieren? Das ist aus Arbeitersicht nicht gut. Die meisten Arbeiter würden davon profitieren, wenn sie, was weiß ich, 800 Euro mehr im Monat hätten, 1000 Euro mehr im Monat hätten. Von denen keine Straße gebaut werden. Amen. Weiter? Ja. Preisfrage. Wozu brauchst du dann Steuern? Weil wenn es Arbeiter gibt und die bekommen Geld, das gedruckt wird, für was brauchst du dann Steuern? Weil dann brauchst du diese Einnahmen nicht, die sich da balancieren, von denen du sprichst. Ja, dieser Quatsch, er will den Markt abschaffen, dann bricht die, ich sag das, bricht die ganze Anreizstruktur zusammen. Quatsch. Dann hast du überhaupt keine Ware mehr. Ja, wie toll, weil das Ware angeboten in der Sowjetunion. Weil es keinen Markt gab. Du kannst es nicht ganz ohne Markt machen. Und ich dachte, du bist doch ein demokratischer Sozialist. Also lehnst du den Markt doch gar nicht ganz ab. Du willst doch demokratische Betriebe. Aber Betriebe konkurrieren an einem Markt. Also ist dir doch der Markt recht, oder Erwin? Es ist ja genau der Punkt. Du brauchst die Steuern nicht, um den Staat zu finanzieren. Es reicht, dass du Geld druckst und die Leute arbeiten. Ja, das hat er auch in seinem Antwortvideo auf unser Video, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war für uns. Ich glaube, in dem Antwortvideo auf ihn wiederum thematisiert. Meine Frage wäre dann, die mir jetzt hier auf die Schnelle noch kommt, warum dann überhaupt Steuern erheben? Wenn das alles so einfach wäre, warum dann überhaupt? Also wer hat ein Interesse an hohen Steuern? Die Unternehmer, die du für viel des Übels verantwortlich machst, die so ausgesetzt sind, die sind nicht an höheren Steuern interessiert. Warum dann überhaupt noch Steuern? Wenn das alles so einfach ist, du druckst da halt einfach Geld ohne Probleme. Warum dann überhaupt noch Steuern? Die Steuern nimmst du nur ein, damit du, wie der Name sagt, steuern kannst. Damit du verschiedene, damit du den Markt damit steuern kannst innerhalb deines Staates. Deswegen nimmst du Steuern an. Ja, das ist Palabra. Wie gesagt, das ist, was soll das heißen. Ja. Steuern und nicht bezahlen. Bezahlern, ja? Sie heißen Steuern oder Finanzierern. So, okay? Die Frage wird also sein, wenn das Fordern an seine Grenzen gerät, kann die andere Seite dann drohen oder fliegt ihr Bluff mit einer schlechten Hand auf? Mit produktiven Menschen, mit Stahlarbeitern lässt sich nämlich leichter drohen als mit... Du sagst, demnach wird unser Markt richtig mies gesteuert. Nein, nein. Unser Markt wird super gesteuert aus der Sicht der Reichen. Für uns wird es sehr mies gesteuert. Wir werden gefickt von oben bis unten. Aber um uns geht es ja auch nicht. Ja, aber ich glaube, auch Schatti ging es gerade bei seiner Kritik an den hohen Steuern nicht um die Ultrareichen, sondern halt um Leute wie dich, Erwin. Aber das ist ein Thema, was dich nicht interessiert aus irgendwelchen Gründen. Was ich hier beschreibe, könnte gesellschaftlich jener Zeitpunkt sein, an dem die Wichtigkeit von Hardpower-Faktoren wie Leistungsfähigkeit in Relation zur Effektivität der Softpower, also moralische Erpressung oder die Manipulation von Informationen, bisher die Domäne der modernen Linken, invertieren. Das soll nicht heißen, dass damit der Sieg schon errungen wäre. Lenin und Stalin beispielsweise hatten ganz erhebliche Talente darin, sich der Hardpower zu bedienen. Aber gesellschaftlich wird dann die Frage sich entscheiden, wie die bisherige Klientelogik sich wandelt. Die Softpower ist nur eine Übergangsphase. Mit den neuerlichen Entlassungen im Silicon Valley hat sich ein Vorbote dieses Prozesses bereits angekündigt, der tatsächlich so etwas wie eine kleine White Pill darstellt. Die Human Resources sowie Diversity and Inclusion Departments haben dem Vernehmen nach bei den Jobstreichungen eingebüßt. Ganz eindeutig das... Ja, ja, und er wirft jetzt auch Stalin mit hinein zu den linksliberalen Nullsehen einfach. Jetzt wirft er auch Stalin mit hinein. Nee, das habe ich nicht getan. Es könnte, wie gesagt, es könnte einen Wechsel von Softpower zu Hardpower-Faktoren geben oder Regime geben. So, und dann tritt schnell mal ein Stalin auf. Ja, ja, und solange wir ein Softpower-Regime haben wir jetzt, solange wir Füchs an der Macht haben, die Informationen manipulieren und die Medien kontrollieren und dadurch ihre Herrschaft sichern, dann braucht das kein Stalin. Warten mal, bis das weg ist. Aber wo ist die Hardpower-Faktoren kommen? Dann gucken wir mal, wie friedlich hier alle Leute noch sind. Nein, zu dieser ganzen linksliberalen Nummer. Also er vermischt hier antikapitalistische Linke mit Kommunisten, mit Anarchisten, mit Stalinisten, mit... Und dann versucht er ein Argument darauf aufzubauen und jedes Mal nimmt er sich von jeder Fraktion, was er braucht, damit sein Argument nicht zusammenfällt. Ja, und das kannst du aber so nicht machen. Das ergibt keinen Sinn. Das ist einfach so, ich kann ja auch nicht hergehen und einfach je nachdem, wie es mir gefällt, einmal sagen, Männer sollen über Frauen stehen und rechts sein bedeutet, Rassist zu sein, aber gleichzeitig pro Bitcoin, weil Rechtslibertäre sind ja auch rechts, aber der Bitcoin kann ja dann nur nach Rasse ausgezahlt werden. Also ich bin jetzt ein bisschen ausgestimmt, aber das ist nicht so schlimm. Mach mal weiter. So, weißt du, du kannst ja nicht alles zusammenschustern, wie es dir Spaß macht. Das ergibt keinen Sinn. Du kannst ja nicht einfach so Ideologien miteinander mischen, damit dein Argument valide ist. Das ist null Sinn. Funktioniert nicht. Weil sie, obwohl ohne Konkurrenz in ihrer kulturellen Schlagkraft, für das Kerngeschäft in der Firma weniger essentiell sind. Und weil du sagst, dieses Red Bill... Geh doch darauf mal ein, Erwin, dass die Leute, die Diversity Beauftragte sind, für ein Unternehmen letztendlich weniger wert sind als die Ingenieure, die den Code schreiben. Geh doch darauf mal ein. Das ist so ein klassischer Erwin. Dann reden wir jetzt über einen anderen Scheiß. Nervt mich schon wieder. Es gibt keine absoluten Wahrheiten. Nein, das nicht, aber es geht darum, dass du die Zusammenhänge in der Welt begreifst. Und ich sage immer, die Red Bill gehört uns. Die Red Bill ist links. Nämlich links in dem Sinne, dass du... Alter, der will mich verarschen, der Mann. ...das System verstehst, in dem du lebst, in seiner Vollkommenheit. Und was tust du, wenn du den Kapitalismus verstehst? Wenn du den Kapitalismus... Ja, und dann reden wir wieder über den Kapitalismus. Ich finde, du hast da gerade einen sehr, sehr guten Punkt gemacht und wir quatschen wieder über den Scheiß-Kapitalismus, Alter. Ich sage ja, die müssen diesen Wirkegriff loslassen. Erwin könnte sehr viel besser sein in dem, was er tut, wenn er das nicht so monopolar betrachten würde. ...verstanden hast... Ich meine, die Bille ist rot. Hallo. Die Bille ist rot. Wenn du den Kapitalismus verstanden hast, dann checkst du alles, was auf dieser Welt passiert. Dann verstehst du alles. Ja, das ist dann einfach... Okay? Tatsache. Ist so. Fix. Und das, was Rechte machen, ist einfach nur eine Ablenkung. Von dem haben wir jetzt im Beispiel gesehen. Das ist eine Ablenkung vom System eigentlich. Bisher hat es die politische Linke mit ihrer Softpower, mit ihrer Medienmacht jedes Mal geschafft, die nutzlosen Konservativen zum Kack zu machen. Begehren die auf, werden die Ismen ausgepackt. Ich bin ehrlich gespannt, ob es in Zukunft möglich sein wird, andersherum die Linken zu kacken mit der Tatsache, dass sie auf Kosten ihres Hardpower-Potenzials ihre Softpower überreizt haben. Ich meine, was wollen sie tun? Den Streik androhen und dann zusehen, wie die Gesellschaft besser funktioniert, wenn sie sich nicht an ihr beteiligen? Ah, wunderschöner Punkt, Schatti. Wunderschöner Punkt. Wir werden gar nichts machen. Wir werden einfach in einer totalitären Dystopie landen und in der werden wir höchst... Jetzt sind wir übrigens wieder... Nein, gut. Nee, nee. Er spricht da... Das gesellschaftliche... Wir, alles okay. Ich nehme das zurück. Wahrscheinlich, sobald die Reichen die Fähigkeit haben, an Roboter zu kommen und wir nutzlos sind und nicht mehr für die Arbeiten gebraucht werden, die die Roboter auch erledigen können, kann es durchaus dorthin führen, dass einfach ein Großteil von uns einfach von diesen Robotern ausgelöscht wird. Und das ist der letzte Punkt des Videos. Danach kommt kein weiterer Punkt. Ja, das ist der letzte Punkt. Also erst mal, wie gesagt, den Punkt, den ich jetzt hier ich zuletzt machen wollte, ist, die Linken haben halt ihr Hardpower-Potenzial. Wie gesagt, mit Arbeiter kannst du drohen. Wenn du die Arbeiter in der Kontrolle hast und es richtig hart auf hart kommt, kannst du immer noch sagen, gut, dann arbeiten die Arbeiter jetzt nicht mehr. Was dann? Und das ist eine Drohung. Aber wenn du halt dein ganzes Potenzial auf Medienmanipulation setzt und deine Klientel, die Homosexuellen sind oder die Asylanten sind und die Arbeitslosen sind, womit willst du drohen? Ja, dann, ich mache jetzt nicht mehr, was ich bisher gemacht habe, also Geld abgreifen. Ich glaube, das überlebe ich. Ja. Und das heißt, du gibst Hardpower-Potenzial auf und wenn das jetzt wieder wichtiger wird, wenn das wieder in den Vordergrund rückt, dann bin ich sehr gespannt, wie die darauf reagieren werden. So. Weil den Arbeitskampf gibt es da nicht mehr. Und den letzten Punkt, den er gemacht hat, ja, natürlich ist das eine Gefahr. Also, wenn Jeff Bezos keine Angestellten mehr haben müsste, sondern nur Roboter, dann würde Jeff Bezos das sicherlich machen. Wenn die chinesische Regierung sozusagen nur über Roboter verfügen könnte und sich der Mensch entledigen könnte, würden sie dann auch vielleicht das machen. Das Problem ist, dass das ein Problem von Technologie ist. Wenn du einen demokratischen Betrieb hast, sozusagen bringst du die Technologie ja dennoch nach vorne. Du entwickelst ja dennoch Roboter, die die Menschen im Wesentlichen in seiner Funktion überflüssig machen. Was machst du denn dann, wenn in deinem demokratischen Betrieb, der allen gehört, trotzdem ein Roboter entwickelt wird, der alle überflüssig macht? Ist doch immer noch da. Jetzt höre ich Musik im Hintergrund. Ja, das ist Absicht. Okay, also wie gesagt, das ist eine Gefahr, die Roboterapokalypse, die Überflüssigmachung des Menschen oder die Konkurrenz durch Technologie. Aber das ist ein Resultat technologischen Fortschritts und technologischer Fortschritt ist, wie wir klar gesehen haben, nicht an den Kapitalismus gebunden. Denn was immer du von der Sowjetunion hältst, es war nicht kapitalistisch und sie hatten trotzdem erheblichen wissenschaftlichen Fortschritt. Hm? Ja, schönes Schlusswort, lieber Schatti. Super Chats und wie gesagt, wir haben ja jetzt wirklich drei Stunden auf seine Punkte geantwortet. Also wenn Erwin noch weiterreden will, kann er mit mir gerne reden. Ich komme auch zu ihm im Livestream, aber das ist ja erst mal genug gewesen jetzt, worauf er reagieren kann. Ja, ich glaube nicht, dass er das tun wird, weil dann, also der müsste dann mittlerweile irgendwie sechs Stunden streamen, um darauf zu reagieren. aber ich kann mir vorstellen, dass er dir ein Gesprächsangebot macht, würde ich mit dem Verein ziehen. Wäre sehr schön, wenn du da zu Gast wärst. Alles da, dann mache ich hier mal bei den Beiträgen weiter. Dosidani, dritter Monat, vielen, vielen Dank. Erwin hat recht, grün ist das neue, braun. Ja, da hat Erwin tatsächlich mal wieder einen sehr guten Punkt gemacht. Der macht ja öfter mal sehr, sehr gute Punkte. Vielen Dank, Keep Distanz 89 für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Kasper und Schotti, dass ihr noch nicht Offroad gegangen seid, ist ein Wunder. Küssen auf, Küsse auf eure Nüsschen. Vielen, vielen Dank. Was heißt Offroad? Das wie über irgendwas völlig Themenfremdes. Ja, wir waren diszipliniert diesmal, fand ich auch. Wir haben uns gut versucht, an den Punkt zu halten. Eine Menge auch abgearbeitet, ja. Das lag auch daran, weil ich dachte, du willst möglichst viel von dem Video behandeln und ich wusste, das dauert ewig. Ich wusste ja, dass es deine Antwort in einer Stunde ist oder zwei. Wir haben alle wesentlichen Punkte, die ich machen wollte, abgehandelt. Also wir haben schon viel gebracht jetzt. Sehr schön. Das freut mich zu hören. MK3006, neunter Monat. Vielen, vielen Dank. Reicht das für eine Sekunde Musik? Weiter so. Natürlich. Eine Sekunde soll es zu bekommen. Genieße sie. Vielen, vielen Dank. MK3006. Fragful. 1000 Bits. Ein kleiner Syllogismus. Grüne sind rechts. Chatti ist rechts. Also ist Chatti ein Grüner. The salt must flow. Was hast du zu den Verteidigungen vorzubringen, Chatti? Äh, ein, ein, ein Mensch ist ein nicht gefieterter Zweibeiner. Ein gerupftes Huhn ist ein nicht gefieterter Zweibeiner. Ein Mensch ist ein gerupftes Huhn. Das würde ich ja wieder. Du hättest recht, mein Lieber. XX Insert Coin. Zweiter Monat. Vielen, vielen Dank. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Ja. Ein schlechter Mensch, der auch noch abgezockt wurde. Vielen, vielen Dank. XX Insert Coin. LockyJays. Zwölfter Monat. Vielen, vielen Dank. Das erste Jahr ist das Wichtigste. Vielen Dank. Was am Start hat vierter Monat? Vielen, vielen Dank. Kasper. Hat am Wochenende alles geklappt mit deiner Omi und konnte dir zusammen meine letzte Nachricht auf Discord transkribieren? Äh, ich muss beichten. Ich hab's vergessen. Also ich war bei Oma, das hat alles geklappt, so wie es klappen sollte. Ich hab völlig vergessen, dass da noch diese Nachricht war. Du müsstest mich, wobei du wirst jetzt schwer dich erfahren, weil ich das nächste Mal bei Oma bin. Ich weiß das ja selber noch nicht. Da nochmal dran erinnern. Ich hoffe, irgendwann kommt der Tag, an dem mir das wieder einfällt. Ja, dann halte ich das mal vor. War so gespannt auf deine Antwort, aber hörte die Tage nur Grillengezirpe und wehende Steoballen? Steoballen? Heißen die so? Diese Heu, äh, nicht Heuballen, sondern diese aus der Wüste da? Ja, keine Ahnung. Ich hab aber auch an so dran gedacht, ja. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, falls sich da mal was ergibt, reiche ich es nach. Ansonsten regelmäßig dran. Ah ja, genau. Er wollte auch Strohballen schreiben. Da ist offensichtlich ein Buchstabe schiefgelaufen. Ne, gerne nochmal dran erinnern. Dann versuche ich mein Bestes. Christoph Enz verschenkt zwei Subs. Vielen, vielen Dank. Christoph Enz. Chris, 29, 79, siebter Monat. Vielen, vielen Dank. Mir macht mein Beruf richtig Spaß. Er ist nämlich siebenmal rechts. Ja, wie klingt das für dich, Shati? Ein Beruf, der siebenmal rechts ist. Würde dir das Spaß machen? Ich, ich, äh, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, was damit gemeint ist. Hat er es gesagt? Ich hab grad kurz nicht zugehört. Ne, also er hat das nicht gesagt. Nein, nein, nein. Also siebenmal rechts. Ne, man, ich meine, kann ja sein, dass der für einen Abgeordneten arbeitet oder so. Das ist alles möglich. Ich weiß es nicht. Aber natürlich, natürlich gibt es Berufe, die machen Spaß, aber das ist meiner Meinung nach eine Seltenheit. Ja, ich, ich finde jetzt, das, was ich jetzt so tue und was ich in Zukunft tun werde und auch das, was ich hier auf YouTube tue, nicht so schlecht. Also ich leide jetzt nicht unendlich in meinem Berufsleben. Ich, ich, ich brauche jetzt keinen fortigen Wechsel von allem. Ich auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Der Stream ist gerade schon wieder down. Das ist bei Twitch und es liegt nicht an meiner Verbindung. Du siehst ja, Shati selber, dass wir zu jedem Zeitpunkt eine stabilere Verbindung hatten. Ist er wieder da? Weiß ich nicht so genau. Da haben wir uns noch einen Beitrag. Okay. Es tut mir leid, wir waren schon wieder weg. Der Stream musste neu gestartet werden. Die Verbindung zwischen mir und Shati war die ganze Zeit optimal. Also es liegt nicht an mir. Es liegt irgendwie an Twitch. Letzter Beitrag von ägyptischer Panda. Neunter Monat. Vielen, vielen Dank, Shati. Wie könnte man deiner Ansicht nach am besten gegen Sitzrasophobie und damit einhergehende, diskriminierende Begriffe wie Schaf oder Ziege vorgehen und den Panda-politisch korrekt Begriff Sitzrasenmäher salonfähig machen? Ich, ich, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall den Homosexuellen erstmal mehr Macht geben dafür. Und dann müssen wir die Migranten, wir müssen mehr Migranten im Land holen. Ich glaube, dann müssen wir die Großunternehmen auch noch unter politische Führung stellen. Dann könnte es das werden. Was war die Frage? Ja, nee, das war alles richtig, was du gesagt hast. Da bin ich, da bin ich ganz auf deiner Seite. Und, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, das Bild hier einzublenden, lieber Ägyptischer Panda. Aber Shati hat es gesehen. Und für wie wahrscheinlich hältst du es, das Sitzrasenmäher in naher Zukunft aufbegehren und nach der Weltherrschaft greifen und nach welchen Kriterien würde ein hierarchisches System funktionieren, dass sie darauf errichten. PS ist mehr Käse. Ich würde sagen, Grundbesitz ist natürlich nahelegt, nicht? Die brauchen eine Menge Gras, das sie konsumieren können, mit dem sie dann, also vielleicht, vielleicht stellen sie noch andere Schafe an, die für sie die Ebene dann glätten, damit dann mehr Gras wachsen kann und sie deren Produktionskapital für weitere Grasungen ausbeuten können. Das könnte passieren. Wir drücken den Sitzrasenmähern die Daumen. Ich leite den Raid ein zu Hommel. Ich danke dir vielmals, Shati, hat Spaß gemacht. Du musst jetzt sagen, danke mir ebenfalls. Achso, ich dachte zwar einen Kommentar. Nein, das war von dir jetzt. Das war gerade meine Aussage, ja. Okay, ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich denke, wir haben da noch ein paar gute Punkte gebracht. Ach Mann. Und ja, ich glaube, ich lade auch die besten Stellen, sozusagen im Zusammenschnitt der inhaltlich besten Punkte auf meinem Kanal hoch. Dann hat Erwin nochmal eine komprimierte Fassung davon, war ja auch sonst ganz interessant. Ja, war wieder nett. Also, wenn ich es schaffe, also, gucken wir mal. Aber ich denke doch, ich denke doch. Ja, und wie komme ich jetzt an die Aufnahme ran? Die werde ich dir gleich zukommen lassen. Ein Beitrag kam gerade nur noch rein von das Fötus-Pokémon 16. Monat. Vielen, vielen Dank. Achtung, der Raid wird gleich angeleitet. Ich muss mich beeilen. Es kommt der Tag, an dem der Döner den Menschen ersetzen wird. Ja, wir sind auf dem besten. Ja, lass uns hoffen. Ja, man darf noch hoffen. Vielen, vielen Dank. Und Kapitalisten Christoph, 1000 Bits. Bis bald, Jungs. Vielen, vielen Dank, Kapitalisten Christoph. Und damit sind wir raus. Wie nach Schatti? Macht's gut. 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 Vielen Dank.